Baller. Baller. Nichts. Keiner da? Ah, nicht. Da war dann leider keiner da. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Auch ein Mann, ihr Kneid. War der, oder wie hieß der? Mann, ihr Kneid. Das ist schon selber. Jawohl. Aber wie schnell aber auch Spiegel TV so einen Bericht rausgehauen hat. Wie schnell die sind. In zwei, drei Tagen kommt mir das so vor, als wüssten sie schon über alles Bescheid. Haben alles herausgefunden. Wie krass sind die denn, Mann? Unglaublich. Spiegel TV liegt exklusiv alles vor. Ja, wie geht das denn? Exklusiv Spiegel TV. Alles hier bei uns vorhanden. Wir sind alles am Start. Kein Problem. Wir sind Spiegel TV. Ich muss auch zu Spiegel TV. Ich muss zum Igel TV. Ohh, manners. Ich pass auf von. Vorallem in etwa. Die Polizei hat auch gesagt, Seinen alle noch die Stream Clips in TikTok sehen? Ja, das ist dann schön. Dann soll ich mal gucken. Endlich mal. Adri will reden. Wer ist das, Adri? Hat er überhaupt so viele Abonnenten, dass er rein kann, oder? Adri kann mit dir mal telefonieren. Adri hat gar keine Abonnenten, der kann gar nicht hier rein. Kann leider nicht, ja. Tut mir leid. Dann musst du warten, bis du Follower bist. Oder du kaufst dir welche, glaub ich. Hier kannst du welche kaufen. Bei TikTok. TikTok ermöglicht das sogar. Niemals Nummer geben, oder? Danke. Maniak. Maniak. Hallo, mein Freund. Hallo, mein lieber Gott. Segnet dich und deine Familie. Segnet dich auch und deine Familie. Dann nochmal zu diesem türkischen Landsmann da gerade, ne? War nicht Atatürk so? Also ich bin mit Türken und so aufgewachsen aus Deutschland und so und so. Ah. Dass die alle ein Bild haben von Atatürk zu Hause so und so. War nicht Atatürk, dass der Religion und Politik und so auseinander halten wollte und so und so? Ja, natürlich, klar. Deswegen nennen die meisten Muslime ihn ja auch Atatürk. Ah. Das heißt Atatürk ein Schurke, oder was? Nein, Schürk bedeutet ja Götterbeigesellen. Im Islam. Neben Allah ihm Götterbeigesellen. Also ich finde so. Hast du gehört? Ja, ich habe dich gehört. Ich finde die sind unsere türkischen nichts gegen meine Kollegen aus der Freie und so und so. Aber die haben alle ein Bild zu Hause von Atatürk. Aber irgendwie sind die für diese falsche, obwohl Atatürk gesagt hat, macht nicht so und so. Sind die jetzt wegen ganz falschen Weg, verstehst du? Ich wollte ihn verehren, verstehst du? Ja, viele, viele, also viele, viele Türken haben mit dem Islam nichts zu tun. Sie leben einfach ihr Leben. Die meisten Muslime, die so übelst Fanatiker sind, sind meistens immer so Syrer, Afghanen, Iraker und so. Das sind so die, die die am häufigsten dann auch, glaube ich, Anschläge verüben. Die türkischen Kollegen, die hier seit drei, vier Generationen wohnen und ich mit ihnen aufgewachsen bin, nichts gegen die, wie gesagt. Ich segne ihre Familie alles. Aber wir haben ein Vorbild, Atatürk, der sagt, mach nicht so mit, trenn das so und so. Jetzt haben die Erdogan und der macht genau das Gegenteil. Ja, aber Erdogan gehört ja zur Elite. Der darf nicht einfach irgendwas machen, was diese Elite hinter ihm, hinter ihm befiehlt. Die Leute denken, dass Erdogan irgendwas auch zu sagen hätte. Nein. Ist ein NATO-Partner. Ist doch klar. Er gehört ja zu NATO. Türkei gehört ja zu NATO. Deswegen muss ja Erdogan genau das machen, was Amerika sagt. Sonst, äh, ja. Jetzt machen die den Geld und so und so, ja. Ja. Aber war nicht so, dass Türkei früher nicht immer muslimisch war? War das nicht eigentlich so? Nein, Türkei war ein christliches Land, das islamisiert wurde. Da würde ich mich mal als Türke ein bisschen Gedanken machen, ne? Ja, ich wünsche, dass die ganzen Muslime sich mal Gedanken machen würde, warum sie ihre Länder überhaupt islamisch sind. So viele wie ich kenne, du weißt, seit drei Generationen, die sind hier so, waren nicht einmal in der Moschee oder beten nicht so und so. Aber sie tun so, als wenn die diese, äh, Gesetze des Islams befolgen, ne? Aber die haben sich noch nie mal im ganzen Leben so auseinandergesetzt und so. Ja. Also als, als diese Landsmann würde ich mir ein bisschen Gedanken machen, wegen deinen Kollegen, der gerade aus sagt. Die fahren da so Urlaub, dies, das, aber über die Göttlichkeit, über dies und das machen sie sich keine Gedanken. Verstehst du? Ja genau, die, die sagen, oh, was für ein wunderschönes Wetter, aber die sagen nicht, wer dieses, diese wunderschöne Landschaft und alles gemacht hat, den preisen sie nicht, die sagen so, boah, wie schön. Aber wer hat das gemacht? Die sollen den Schöpfer preisen. Ja, soviel zum Thema, meine Mitkollegen, die hier sehr zahlreich sind in Deutschland. Ich würde mir auf jeden Fall einen Gedanken machen, äh, über, äh, nicht nachher, was die, was der Anfang war und wie es angefangen hat, weil jeder hat, wie gesagt, Atatürk. Aber Atatürk wollte nie, Alter, glaube ich, dass Religion und Staat und so und so zusammen ist und jetzt macht Erdogan so. Alle verfolgen ihn, alle preisen ihn, aber das ist doch, äh, das ist doch richtig, was sie da, was sie da machen. Ja, okay, mein Jürgen, Gott segne dich, mein Lieber. Ich auch, mein Bruder und deine Familie, bis später vielleicht, ja? Ciao. So, lass uns mal einen wundervollen Psalm an. Psalm 2 ist sehr, sehr schön, der kam direkt in meinen Kopf. Psalm 2. Psalm 2. Psalm 2. Psalm 2. Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Psalm 3. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander wieder den Herrn und seinen Gesandten. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stimme. Wenn er im Himmel wohnt, lachet ihre, der Herr spottet ihre. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn. Mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinen heiligen Berg, Zion. Kund tun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Herbe gehen und der Welt enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. So seid nun verständlich, ihr Könige. Und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dehnet dem Herrn mit Furcht. Und küsst seine Füße mit Zittern. Küsst seine Füße mit Zittern. Und ihr umkommt auf dem Wege. Denn sein Zorn wird bald entbrinnen. Wohl allen, die auf ihn trauen. Wie viele Einschränkungen habe ich bekommen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Einschränkungen habe ich bekommen. Sechs Einschränkungen und keines davon wurde genehmigt. Alle meine Widersprüche wurden zerschmettert. Ist das zu fassen? Feierabend nicht. Wie viele von K otras wurden? Wie viele von einer Kçasrufte? ... 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 Das war's. Ich glaube, ich mach mal den Stream neu. Oder soll ich den Stream lassen oder was? Aber es ist nur aktuelle Live für 10 Minuten. Sichtbarkeit ist eingeschränkt. Dann wird das, glaube ich, wieder geöffnet. Was ist das denn? Ja, Michael Stürzenberger wurde am vergangenen Freitag, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, in Mannheim vor Beginn einer PAX Europa-Kundgebung auf perfide und gleichzeitig brutalste Art und Weise mit einem Messer angegriffen. Es traf jedoch nicht nur ihn, sondern auch fünf weitere, das ist zumindest der Stand der Dinge, darunter ein Polizeibeamter, der sich gerade im künstlichen Koma befindet. Ich wünsche dir, lieber Stürzi und allen anderen Betroffenen von Herzen alles Erdenkliche Gute und hoffe, dass ihr euch weiterhin jetzt erst recht nicht unterkriegen lasst. Das Videomaterial dieses Vorfalls erspare ich euch an der Stelle. Die meisten werden es bereits gesehen haben, es ist nicht schwer zu finden und das, was sich uns dort darbietet, ist umso schwerer zu ertragen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es gestern gesehen, ich habe es mir mehrfach angeschaut und man hat es immer noch nicht so ganz realisiert. Doch mittlerweile macht sich ein wirklich schlechtes Bauchgefühl breit und ich realisiere Stück für Stück immer mehr, was da für ein krankes Zeug abgegangen ist. In meinen Augen hat die Polizei die Gefahrenlage dort in Mannheim maßlos unterschätzt. Eine Gefahrenlage, die vorherrscht auf einer Kundgebung. Das ist aber auch heftig. Die Polizei müsste sofort, als die Stürzmerger und das Team kamen, hätten sie sofort dort ringsrum schon alles aufbauen müssen und die Leute schon mal beobachten, kontrollieren. Du weißt ja, bei so einem Thema, damit ist ja nicht zu Spaß. Die Muslime sind ja so. Man weiß das doch. Man hätte sofort die Gefahrenlage erkennen müssen. Das ist heftig. Auf der Leute friedlich und diskussionsfreudig über den politischen Islam aufklären. Die Beamten waren viel zu weit weg. Im Moment des Angriffes haben sie viel zu lange gebraucht, um zu intervenieren. Zum Glück hat das souveräne Durchgreifen eines der Beamten mit einer Schusswaffe den Angriff dann auch beendet. Aber mir persönlich stellt sich die Frage, warum die Beamten so weit entfernt waren und vor allem, warum nicht bei so einer Kundgebung sowieso schon ein Krankenwagen in der Nähe steht. Eine Sache ist klar, nach diesem Vorfall wird das definitiv der Fall sein. An dieser Stelle dient natürlich mein Dank trotzdem dem einen Beamten, der den Täter mit einem Schuss stoppen konnte. Zum Täter. Es handelt sich nach dem aktuellen Stand um einen Afghanen namens Sulaiman A. Und er kam 2013 nach Deutschland. In der Bild lesen wir von der Durchsuchung in der Wohnung des Täters. Ein Sprecher des LKA sagt, was uns am meisten umtreibt, ist die Frage nach dem Motiv. Was ist das für ein Messer? Woher stammt das? Hat er das Messer gekauft? Auch an dieser Stelle denke ich mir, Alter, das Motiv ist doch mehr oder weniger klar. Es handelte sich in meinen Augen um einen islamistischen Terroranschlag, der gezielt die Bürgerbewegung Pax Europa und insbesondere den zuerst angegriffenen Michael Stürzenberger treffen sollte. Niemand läuft mit einer Tatwaffe wie dieser, ein Messer mit 15 bis 20 Zentimeter langer Klinge, in der Tasche umher, um sich gegebenenfalls eine Scheibe Brot abschneiden zu können. Das wird dieser Mann wohl bewusst dabei gehabt haben. Auch gab es keinerlei Provokation von Seiten der Kundgebung oder von Herrn Stürzenberger. Die Kundgebung hat ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal begonnen. Es ist also offensichtlich, dass der Täter mit Kalkül gehandelt hat, um nicht nur Pax Europa, sondern auch die Unterstützer und weitere Islamkritiker zu verstören und einzuschüchtern. Aber wirklich bemerkenswert in der Mangelung eines anderen seriösen Wortes finde ich in diesem Fall die öffentlich-rechtliche Berichterstattung, die zwischen den Zeilen, so wie es auf mich wirkt, trotz der maßlosen und kalten Brutalität des Falles nicht anders kann, als Stürzenberger und die Bürgerbewegung Pax Europa in ein schlechtes Licht zu stellen und in meinen Augen dem Zuschauer zu kommunizieren, dass er eben das, was ihm geschah, selbst provoziert hätte. Im Gegensatz zu dem Angriff auf den SPD-Politiker Matthias Ecke, über den man direkt am Anfang der Tagesschau berichtet hat, berichtet man in der Tagesschau über diesen islamistischen Terroranschlag erst im letzten Drittel der Sendung. An dieser Stelle wird es einem schon klar, es gibt gute Opfer und schlechte Opfer. Wenn ein SPD-Politiker angegriffen wird, dann ist das der Opener der Sendung. Wenn ein Kritiker des politischen Islams und fünf weitere Opfer eines Anschlages werden, dann schafft es das leider nur ins letzte Drittel der Sendung. Häftig, ne, mit unseren Geldern, die wir GEZ finanzieren, dass das alles so verharmlost wird, unter den Teppich gekehrt wird und dass man nebenbei mal aufgegriffen wird, anstatt dass das Thema Hauptthema sein sollte die ganze Zeit. Und zwar Tage, Wochen lang, die ganze Zeit muss man darüber reden. Was machen wir denn jetzt? Bevor keine Lösung gekommen ist, hören wir nicht mehr auf mit dem Thema. Irgendeine Lösung muss her, entweder muss Islam verboten werden, islamische Texte müssen auf den Index geschickt werden, die Social Media Accounts aller Dauerteams müssen auseinandergenommen werden, Moscheen müssen wieder durchsucht werden, alles wieder so, so. Ja, das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Feindesliebe, klar, natürlich. Aber was mit den Schriften? Was mit der Ideologie? Hier geht es ja darum, dass sich Menschen vergiften lassen durch das Wort von Allah und Muhammad. Darum geht es doch. Vergebung, Nächstenliebe ist doch die eine Sache, aber was ist mit der Sache, dein Herz zu öffnen und diese Menschen vor ihren eigenen Schriften zu schützen? Wäre das auch nicht angebracht, ist das nicht Nächstenliebe auch? Dass man an diese Mitmenschen, an seine Mitmenschen denkt und Schlimmeres noch verhindert, indem man sie abhält, diese Schriften, dass sie sich von diesen Schriften ernähren können. Dass neue potenzielle, sagen wir schnell, Nackentherapeuten sich bilden, oder wie? Jetzt mal ehrlich, da muss man doch ein wenig seinen Verstand benutzen, aber was können wir denn machen? Wie können wir an die Ursache denn rangehen? Wir lieben die Muslime, wir lieben unsere Nächsten, alles, ja. Wir möchten aber auch nicht, dass sie sich vergiften lassen von diesen Schriften. Also, was ist die logische Schlussfolgerung? Islam verbieten, Islam auf den Index, damit die Muslime nicht in Berührung kommen mit diesem Wahnsinn. Versteht ihr? Danke dir, Kosinus. Ja, siehst du, da hat der Dr. Shera Bouhamee direkt ein Tor geschossen mit Kosinus. Ja, oder nicht? Ja, schreibt mir eure Lösungsvorschläge vor. Okay, wir sind Christen. Okay, wir lieben unseren Nächsten. Wir lieben die Muslime. Kein Problem, ich bin mit euch. Wir lieben ja genauso. Aber was machen wir denn jetzt? Gehört nicht zur Nächstenliebe und zum gesunden Menschenverstand dazu, dass man schaut, wo die Ursache hängt vor diesem ganzen Wahnsinn? Schaut man nicht, dass man eventuell eine Lösung findet für diesen Wahnsinn? Dass man eventuell seine Mitmenschen liebt und diese Schriften verbietet und damit sie sich nicht vergiften lassen, damit wir ein Menschenleben retten. Weil es kann ja sein, dass jemand sich auf einmal radikalisiert, diese Schriften liest, Propagandamaterial zukommt und er auf einmal wahnsinnig wird. Also muss man ihnen aus Liebe heraus diese Schriften verbieten und dementsprechend dann auch handeln. Ja genau, Liebe für Menschen, aber nicht für Satanismus, genau. Aber die Soldaten sind bereits hier eingesteuert, sehr gut gesagt, ja. Ein Lösungsvorstand muss ja her. Deswegen raus mit solchen Satanisten, die dort gerade waren und weiter geht es hier mit dem Programm. Deswegen sollten wir uns bewusst werden, dem Ganzen entgegenzuwirken, solange der Herr Jesus Christus ja nicht da ist. Und die Menschen ohne den Herrn Jesus Christus ja auch für alle Ewigkeiten verloren gehen. Und die Muslime hier in Europa den einen oder anderen dann aufgrund der islamischen Texte verletzen und alles mögliche. Da müssen wir doch rigoros vorgehen und eine Lösung finden. Auf der einen Seite möchten wir natürlich, dass sie gerettet werden und Jesus Christus annehmen. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich die Ursache finden für ihren Wahnsinn, den sie verbreiten. Und das ist ihre Schriften auf den Index zu schicken. Und die ganzen Social Media Accounts der Dawa-Teams und der Islam-Propaganda sofort schließen. Und die ganzen KIs erstellen, damit man ihre Stimmen und ihre Gesichter erkennt, damit sie nie wieder auf Social Media kommen. Dann hast du schon mal einen großen Schlag gegen diese ganze, gegen Satan und seine Dämonen getan. Oder nicht? Oder nicht? Ja. Gosenos! Ich hab Gosenos schießen Tore. Danke, Gosenos. Ja, oder nicht? Zeig mir doch mal einen besseren Vorschlag. Einen Lösungsvorschlag. Ich hab jetzt einen gemacht. Wie können wir vorgehen? Wie schützen wir denn unsere Mitmenschen aus Nächstenliebe heraus? Ja, wir wollen Nächstenliebe praktizieren. Ja, komm, dann lass mal Nächstenliebe praktizieren. Armin, du musst Asylanträge bearbeiten. Haha, am besten müssen die ganzen Beamten einen Crashkurs von meinem Kanal bekommen, Mann. Die müssen sich also diese Videos angucken, die Lüge im Islam und und und, damit sie gewappnet sind. Damit sie wissen, aha, der musste, der könnte mich eventuell anlügen, weil er eventuell in seinem Kopf eine falsche Agenda hat. Ja, Pflichtprogramm. Dr. Schirka, wo haben wir jetzt Videos? Wäre das nicht mehr angebracht, die Lieben? Oder nicht? Lüge im Islam. Erstmal Aufklärung. Hallo? Ja? Ja? Ja, trimmst du dich nicht, du Lügner. Was? Du bist genau wie die anderen. Du hetzt die anderen Leute gegen den Islam. Du bist ein Lügner. Okay, wo habe ich gelogen, Habib? Ja, du bist ein Lügner. Ich habe keinen Bock auf diese 5. Klasse-Gespräche. Du bist ein Lügner. Ja, du kannst zur Hand gehen. Ja, du hast Angst, du hast Angst immer. Du schmeißt immer Leute raus, du lügst... Ja, dann sag doch, wo ich gelogen habe. Da haben wir eine Bundlein über die Diskussion. Du hetzt die Leute über den Islam. Alles, was du sagst, ist hilfreich. Hallo, As-Sahbi, Marokkaner. Nimm nicht deine Sahbi, nimm mich nicht Sahbi, nimm mich nicht Bruder. Wir reden einfach hier. Ja, dann hör doch auf, dann hör doch auf. Wenn du sagst, dass ich lüge, dann beweist das doch. Ja, du bist Lügner. Ja, sag dich, du beweist. Und du redest alleine, du bist psychisch krank, Mann. Ich bin psychisch krank oder derjenige, der sich von Islam vergiften lässt? Ja, meinst du, dieser Typ, dieser Deutsche, der beleidigt die ganze Zeit den Muslimen, die ganze Städte. Ja, da muss man mit Gewalt reagieren, oder was? Ja, er macht auch Gewalt. Ah, das ist Gewalt? Und wegen ihm, wegen ihm eine Polizistin ist gestorben. Aber wegen ihm nicht verstürzen wäre, nicht wegen Syrien. Und auch zum Klassus gehen. Und du bist genug her. Komm hier nie wieder hin, hast du kapiert? Nie wieder. Guck mal, ich weiß deine Gesicht. Nie wieder kommst du hier hin, As-Sahbi, nee. Guck mal, ich weiß deine Gesicht, habt ihr das gehört? Guck mal, ich weiß deine Gesicht. Unglaublich. Und ich rede noch davon, dass man den Islam verbietet und diese Leute, und die geben mir noch recht mit diesem ganzen. Heftig, ne? Also Stürzberger ist schuld an der ganzen Sache. Unglaublich, ne? Anstatt er seine islamischen Schriften aufschluss findet... Du Eiri! Nicht beleidigen, nicht beleidigen. Das ist meins. Hoi, Arrogante! Arrogante! Jetzt wollen wir mit Stefan, aua! Flutschi, flutschi! Machst du immer mit Männern Flutschi? Machst du aua, 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 aua! Aua, 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 und dein Gott! Arrogante, ich bin ein riesen Pferd von arrogantem Paterino. Machst du immer, wie geht's dir? Alles gut? Ja, alles gut, Arbib, wie geht's dir? Natürlich, mit deinem Content auch, dein Wanda. Mach mal bitte einmal Yasin, Abu Chaka, flutschi, flutschi. Mach mal einmal für mich. Schick mir erst mal 2000 Punkte. Nein, hör mal auf einmal, mach mal einfach Yasin, Abu Chaka, flutschi, flutschi. Nein, nein, nein! Ich hab einen Vertrag mit Tito. Die Leute, die geben dir direkt. Glaub mir. Wenn deine Engelstimme rauskommt, dann geben die alle. Aua, aua, aua! Also stehst du auf Jasen? Nein, sag mal, warte mal diese Jasen, aber ich sag... Jasen, du tschekker, mit Ex-Moskem Aua, uah! Jasen, du tschekker! Mach dir dein Gott immer... Tach, 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 tach! Ja, komm, ey! El, 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 el! Ich mach die Musik noch für den! Ey, was passiert? Ey, was passiert? Ah, der hat bestimmt eine Verwarnung bekommen, der Typ, ey! Hahaha! Ich kann nicht mehr, ey! Das war eine arrogante Party, wie er lebt und lebt, ey, mach Mut! Na ja, heftig, ey! Du bist ein Lügner, wie oft haben wir den Satz gehört, du bist ein Lügner, der Stürzenberger war schuld, dass der Polizist tot ist, das ist unfassbar! Der Stürzenberger warnt über die Bestandteile des Islams, warnt davor, dass die Muslime sich radikalisieren durch die islamischen Texte, warnt davor, dass die Muslime eine Agenda verfolgen und zwar diese Gesellschaft zu islamisieren, Gewalt zurückgreifen. Was passiert? Suleiman A kommt, die Muslime sind froh darum, dass er dann zugeballert hat. Heftig, ne? Ist das zu fassend? Und dann kommt so ein Asis hier hin und dann sagt er, du bist ein Lügner. Das ist Schuld von Stürzenberger, aber nicht von unseren islamischen Schriften und von unseren Muslimen selber. Absolut krass. Lass uns weiterhören. Ebenso ist es auch bei der Sendung, die ich kritisieren möchte. Hier war es erstmal wichtiger, über das Urteil von Trump zu berichten, Fridays for Future und Daniel Halember von der AfD, bevor man dann auch zu diesem Thema gekommen ist, knappe zehn Minuten nach Beginn der Sendung. In der Innenstadt von Mannheim hat ein Mann mehrere Menschen mit einem Messer verletzt. Erst als ein Polizist auf den Täterschance ließ sich der Angreifer stoppen. Unter den Verletzten ist eine Führungsfigur der islamfeindlichen Bewegung Pax Europa. Darum vermuten manche einen politischen Hintergrund. Habt ihr das gemerkt? Er ist gerade bei der Anmoderation des Themas und er muss erstmal schön ein Buzzword abliefern und zwar islamfeindlich. Islamfeindlich. Die Bürgerbewegung Pax Europa ist nicht islamfeindlich. Ihre Kritik richtet sich explizit an den politischen Islam. Das kann man ja sogar auf dem Bild im Hintergrund sehen. Keiner von denen hat ein Problem damit, wenn Muslime ihre Religion friedlich für sich selbst praktizieren. Hier dient also die Verwendung des Wortes islamfeindlich einer Feindesmarkierung. Dem öffentlich-rechtlichen Zuschauer wird klar gemacht, hier handelt es sich um irgendeinen Radikalinski, der einfach nur hetzt und dafür die Versammlungs- und Meinungsfreiheit missbrauchen würde. Sehst du? Und das ist genau die Meinung von diesem Asis, der hier drinnen war. Und die Muslime, die sich dann Gehirn waschen lassen von solchen Massenmedien, die dann nicht selber auf die Suche gehen, um herauszufinden, woher kommt dieses ganze Wahnsinn durch IS und diese Leute. Der islamische Staat beruft sich auf den Koran und der islamischen Schriften. Absolut krass. Aber eine Feindesmarkierung kommt selten allein. Der Kundgebungsstand der rechtspopulistischen Bewegung Pax Europa auf dem Marktplatz in Mannheim zerstört. Ihr merkt die Kö... Rechtspopulistisch, in was für eine Ecke der hier die ganze Zeit wieder gedrängt wird, ne? Nicht ohne Feindmarkierungen. Jetzt direkt das nächste Wort, rechtspopulistisch. Der rechtspopulistischen... Was genau bedeutet das denn? Die Antwort ist klar, absolut gar nichts, abgesehen davon, dass man diese Leute nicht mögen darf, wenn sie so bezeichnet werden. Rechtspopulistisch bedeutet nichts anderes, als nicht der Meinung, der Ampelparteien zu sein. Auch hier geht es darum, die Opfer dieses Anschlages als schlechte Menschen zu framen und damit die Empathie des Zuschauers gegenüber den Opfern dieses Anschlages zu mindern. Polizei und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Pax Europa gilt als islamfeindlich. Der angegriffene Michael Stürzenberger wird vom bayerischen Verfassungsschutz beobachtet. Ja und weil es noch nicht genug war, noch zwei weitere Feindesmarkierungen. Noch einmal islamfeindlich, damit die Leute das wirklich verstehen. Damit die das wirklich in die Birne reingedrückt bekommen. Obwohl da offen zum Gespräch eingeladen wird, die Kritik sich explizit an den politischen Islam, der hier im Land die Macht übernehmen möchte, richtet und selbst Exmuslime Teil dieser Bewegung sind. Zum anderen durfte also auf Herrn Stürzenberger, während der Job des VS gewesen wäre, eben diese Tat zu verhindern. Aber damit die Empathie des Zuschauers gegenüber den Opfern dieses Anschlages noch weiter sinkt, kommt noch ein Terrorismus-Experte, der nicht die Ideologie des Täters einordnet, sondern erneut Stürzenberger. Ja. Das ist... Oh Mann, warte, ich muss das sagen. Einfach extrem ausgrenzend und eine sehr extreme Position, die er da vertritt und deswegen... Eine sehr extreme Position, den politischen Islam zu kritisieren, dessen Vertreter in Form von Islamisten und so. Ich verstehe nicht diese Leute, die sich dann ins Fernsehen stellen, die Experten sind, die dann nicht dazu... die die Bevölkerung nicht warnen, dass wir alle dran sind, wenn die Muslime sich hier breit machen, weil die dann die Texte des Islams an uns praktizieren. Das ist ja krank, Mann. Was sind das... Was ist das für... Ja. Gleichgeschälte... Das ist die neue Weltordnung. Wahnsinn, ne. Guck dir das bitte an, die Vorreiter. Allerfisten von unserem Verfasser ran ist extrem. Dieser sogenannte Experte dient einfach nur dazu, Stürzenberger noch weiter schlecht zu machen. Jetzt wurde er als Ausgrenzer betitelt. Ja, und da sollen so richtig die Zahnräder im Gehirn des Zuschauers zum Laufen kommen. Ah, Rechtspopulist, ah, beobachtet, ah, islamfeindlich, ah, jetzt noch ausgrenzend. Hat er das wohl möglich provoziert? Ja, Freunde, aber es geht natürlich noch weiter. Wird er nicht nur als Islamkritiker, sondern von einigen auch als Islamhasser bezeichnet. Und jetzt ist er Islamhasser, weil einige ihn so bezeichnen und das waren die Meinungen, die dieser Experte unbedingt nochmal in der Tagesschau kundtun musste. Es ist, ja, es ist einfach eine rhetorisch sehr gut vorgetragene, aber extrem unversöhnliche rechtspopulistische Haltung, die er vertritt. Und am Ende nochmal ein schönes Resümee, eine extrem unversöhnliche Rechts... Also ihr alle, alle, die ihr die Bestandteile herausgefunden habt, was die Muslime vorhaben, mit einer Gesellschaft, wo sie die Mehrheit bildet, ihr seid alle rechtspopulistisch. Auch wir Ausländer sind alle rechtspopulistisch, Leute. Ist das zu fassen? Uns auch alle, alle in einen Topf, weil wir die Gefahren des Islams erkannt haben. Wir sind alle rechtspopulistisch. Ist das zu fassen? Und das ist ein Terrorismusexperte? Anstatt der, anstatt der die Schriften des Islams aufmacht und uns At-Tabari vorliest, eben Kastil zitiert, den Koran zitiert und sagt, Leute, der Islam hat ein gewalttätiges Problem. Nämlich die gewalttätigen Bestandteile, die dazu aufrufen, uns alle zu demolieren. Was denn dann damit? Absolut krank. Absolut krank. ...populistische Haltung. Unver... ...war zu regern. So. Nicht insofern, als dass er mit den Leuten auf den Kundgebungen direkt in Diskussionen eintritt. Rechtspopulistisch, weil er aufklärt über den politischen Islam, dessen Vertreter vom Verfassungsschutz selbst überwacht werden. Leute, was sollen wir machen? Sollen wir eine Petition ankündigen, indem wir die islamischen Schriften auf den Index schicken wollen? Der Koran gehört auf den Index, die islamischen Schriften gehören auf den Index und so weiter und so fort. Soll ich eine Petition in die Welt rufen oder was? Ja, das kann ja nicht wahr sein. Irgendwas ist doch Wahnsinn. Mal gucken, wie viele Unterschriften ich zusammenkriege. Mal gucken, wie viele Menschen hier in diesem Land genau der gleichen Meinung wie ich sind. Mal gucken. Wollen wir das mal testen? Soll ich mal eine Petition ins Leben rufen, der Dr. Shehra Abu Amir? Dass ich mir so ein bisschen Zeit nehme und einen Text verfasse mit den übelsten Aussagen und auch mit den ganzen Aussagen des Korans und der Gelernten und alles mögliche. Dass man sich nochmal darüber Gedanken macht und das durch gesunden Menschenverstand nochmal geht und wir den Islam dann hier in Europa verbieten wollen. Das wäre krass, ne? Das wäre krass, ne? Ich mach mal eine eigene Petition. Ja, ich will mal gucken, wie viele Leute hier so in Deutschland die gleiche Meinung vertreten. Einfach so mal zu sehen, wie viele Leute sind da, die aufgewacht sind, was den Islam betrifft. Ne? Wäre mal interessant, auch wenn das abgeschmettert wird, dass wir natürlich davon ausgehen, dass sich da nichts ändert. Aber ich möchte mal sehen, wie viele Leute so mitmachen würden, weißt du? Und dass die Gefahren des Islams erkannt haben. Ja, warum nicht? Ich würde das machen, ne? Klar. Warum soll ich denn keine Petitionen unterschreiben? Oder Petitionen in die Welt rufen? Was die Bestandteile des Islams angeht. Also, wer sich meinen Kanal anguckt, Ex-Muslime klären auf TV auf YouTube und jedes Video durchgeht und auch die ganzen Beweise, die ich bringe. Ja, wer kann denn da noch irgendwie ruhig schlafen bei der ganzen Sache, ey? Versteht ihr? Oder die Ursache nicht erkannt zu haben. Warum Muslime so sind, wie sie sind. Da haben wir doch die Ursache. Ich behandle ja die Ursache, nicht nur das Symptom. Ja, die wollen Chaos. Ach, wer nimmt das System auseinander. Amir. Ja. Du hast letztens gesagt, da gibt es irgend so einen Ruf. Was gibt es? Da gibt es irgend so einen Ruf, dann wird das ausgerufen und dann werden alle aufstehen und gegen die Christen kämpfen, die Moslems hier in Deutschland. Ja, wenn der Imam zum Dschihad aufruft, dann müssen die Muslime folgen, ja. Okay. Und wie geht das? Was wird er dann sagen? Ja, ich weiß nicht, was er sagen wird, aber der wird die ganzen Leute mobilisieren in der Moschee. Ja. Meinst du, ich kann in den Kopf von dem einen oder anderen Imam gucken, was er dann sagt, so nach dem Motto, äh, ja, Meme möchte jetzt von Dr. Chef, aber wir wissen, ja, was genau wird denn der sein? Der wird bestimmt sagen, Leute, wir haben jetzt eine gewisse Anzahl an Leuten erreicht und wir müssen jetzt langsam anfangen, das Gesetz hier selber in die Hand zu nehmen und Allahs Gesetze nach vorne zu treiben. So eventuell? Ja, okay, aber ist das nicht so, weil du hast gesagt, die werden irgendwie mit Lautsprecher und werden irgendwas rufen und dann werden alle losgehen? Warst du nicht gestern schon mit diesem Kameluridenfragen hier? Ja, du hast es doch gesagt, ich weiß es nicht, ich habe ja keine Ahnung. Damit meine ich doch nicht, dass der, damit meine ich doch nicht, dass der mit Lautsprecher so ruft, so, nein. Damit meine ich in Bildsprache, eine Bildsprache, die ich erwähnt habe, die ich gedacht habe, dass der, dass der Imam seine Muslime mobilisiert und ihnen sagt, wir müssen jetzt in den Dschihad. Das ist der Ruf zum Dschihad, nennt man sowas. Ach so, also, das heißt, das ist so eine Metapha für... Ja, genau, doch nicht, dass er so laut spricht und nimmt, hey Muslime, jetzt geht's los, nein. Nein, die werden sich treffen und dann in geheimen Vorkehrungen treffen. Ah, okay, okay, verstehe. Also, das heißt, und dann, aber wieso, also wieso werden die das machen? Also, wie können die das auch machen? Ja, wie können die das auch machen? Sehr gut. Ja, aber warte mal, wie können die das denn machen? Also, auf welche, auf welche Dings berufen die sich? Auf welche... Auf welchen, auf welche Zeile... Gar keinen Nerv, gar keinen Nerv. Ich hab überhaupt keinen Nerv. Es tut mir leid, Leute, aber ich hab gar keinen Nerv. Gar keinen Nerv. Nein. Nein, nein, nein. Halt, stopp. Halt, stopp. Ich kann nicht mehr... Nein, bitte verschon mich mal. Bitte. Bitte, ich kann einfach nicht mehr, ey. Danke. Na, dann machen wir weiter. Wir haben jemanden, der ist Opfer von einem Anschlag geworden, der politisch motiviert war. Politisch, religiös, um genau zu sein. Und der gesamte Beitrag handelt nur davon, was für ein schlechter Mensch Michael Stürzenberger ist. Ich frage mich nach solchen Beiträgen wirklich, wie es eigentlich den Redakteuren der Tagesschau so geht. Stehen die abends wirklich vorm Spiegel? Können sich da selbst in die Augen schauen und sagen, Mensch, heute habe ich einen guten Job gemacht? Können die das wirklich guten Gewissens tun? Ich mutmaße nach so einem Beitrag, ja, das können sie, weil sie bösartig sind. Oder zu welchem Schluss soll man bitte kommen? Nach so einer Berichterstattung. Hier sind Leute ob... Meme-TV, bitte, ich kann nicht. Jetzt bitte nicht. Wir können nächstes Mal um diese ganzen erdrückenden Fragen von dir sprechen. Aber bitte jetzt nicht. Jetzt nicht. ...opfer von einer grausamen, religiös-politisch-motivierten Straftat geworden. Und ihr könnt nicht anders, als dem Zuschauer alle 10 Sekunden in die Birne reinzudonnern, dass das Opfer dieser grausamen Tat in der Weglichkeit auch ein Täter ist. Pfui. Wir wünschen Stürzenberger und den anderen Geschädigten weiterhin viel Glück und eine gute Genesung. Nicht zuletzt auch dem Polizisten, der immer noch in Lebensgefahr zu schweben scheint. Meine lieben Freunde, das waren 18,36 Euro für euch. Ich gehe jetzt erstmal eine richtig große Runde spazieren. Tut das auch. Bekommt Luft. Geht raus. Der Stolzmonat geht trotzdem weiter. Gerade jetzt. Erst recht. In diesem Sinne, ein bisschen desaströse Berichterstattung zu kritisieren, schadet nie. Und f*** ihn. Ich bin den Typen gar nicht heftig. Mannheim musste nicht sein. Mal gucken, was er hier zu sagen hat. Hallo Freunde. Und herzlich willkommen zu Clownies Neuigkeiten über den Täter aus Mannheim und die Relativierung des Sternenwelt. Ja, zum einen gibt es neue Informationen über den Täter aus Mannheim, Solomon A. Die Welt hat er tatsächlich ganz interessante Fakten über diesen Mann herausgefunden. Und die möchte ich heute einmal mit euch teilen. Und zum anderen schauen wir uns einen wirklich geschmacklosen Sternartikel an. Und die... Mach bitte. Hallo? Kümmer dich mal lieber um das Kind, Mann. Ja, haben wir doch. Warum kümmern? Was? Wie geht's dir? Ja gut, warum gehst du dich um das Kind kümmern? Von meinem Nachbarn hier. Die kleine läuft hier. Das passiert hier hoch und runter. Also. Was kann der? Nichts. Wollt mal hier. Wollt einmal mit dir mal live gehen. Wie läuft's ab? Was ist das Thema hier? Worum geht's hier? Über Mannheim, ne? Mit unter anderem. Ja, genau. Mit unter anderem. Und? Was hast du dazu zu sagen? Was ich dazu zu sagen habe? Ja. Das ist eine Scheißsache gewesen. Es spielt keine Rolle auf Muslim oder Christen. Es ist eine... Tolle Rolle, ne? So was macht man nicht. Macht man denn gar keine Religion? Joa, der hat dann Mohammed angeordnet, seine Kritiker umzulegen. Mohammed hat das nicht angeordnet. Die Kritiker nicht. An sich, jeder hat eine freie Meinungsleistung. Du kommst ja auch da. Achso, im Islam herrscht Meinungsfreiheit, ne? Wie bitte? Im Islam herrscht Meinungsfreiheit, ne? Unter anderem, ja. Kann man natürlich. Zum Beispiel, es gibt ja auch... Ja, warte mal, warte mal. Es gibt ja... Wie viele verschiedene Richter und Spaltungen gibt's im Christentum oder im Islam, dass jeder... Ja, aber keiner massakriert den anderen. Nur die Muslime machen so einen Blödsinn. Nein, das sind keine Muslime, die die massakrieren. Das sind keine Muslime. Ja, der war gut, der ist echt cool. Du sagst, dass wir hier reinkommen, damit ich was zum Lachen habe. Nee, nee, warte mal. Was hat das denn damit zu tun, wenn einer durchdreht und auf einmal hier am Rad dreht und irgendwelche Leute da umbringt? Es spielt keine Rolle, ob das Stülzenberger war oder ein Unschuld. Dann würdest du nicht auf die Gedanken kommen, um herauszufinden, woher er seine Legitimation hernimmt, ihn abzustechen? Das kannst du ja so nicht sagen. Du hast ja nicht mit diesen Menschen gesprochen, dass du das so behauptest. Nee, entschuldige mal bitte. Vielleicht hat der Typ einfach einen psychischen Gatschaden gehabt und der hat sich einfach... Warum spaziert er denn da? Also du siehst das nicht nahe, dass... Wenn ein islamkritischer Verein eine Kundgebung abhält und dann irgendein Islam-Mist oder auch Muslim genannt, dorthin kommt, um den Islamkritiker dann Blumen zu geben oder was? Nee, ne, ne. Komm, ein wenig Gehirn wollen wir jetzt an den Tag legen. Ganz kurz, ganz kurz. Guck mal, wenn er zum Beispiel den Islam kritisiert, ne? Wenn er raus, da kommt ein bisschen... A, gibt ihm Blumen, B, spricht mit ihm oder C, praktiziert Sahih Bukhari 30, 32. Ja, guck mal, du gehst schon wieder in Sahih Bukhari. Das ist... A, B oder C? Wähle Klug. Warte, warte, ich frag dich mal was anderes. Wenn einer zum Beispiel jetzt rechtsextrem wird, auf einmal hier etwas Rechtsextremes macht, kann man das verallgemeinern und sagen, der hat das jetzt zum Beispiel von den Ritterzügen, von den Vollzügen, von dem was auch immer... Ritterzügen. Warum? Weil sein Vorbild Jesus Christus... Das sagst du. Aber guck mal, das sagst du. Hallo, ey! Weil sein Vorbild nicht gewalttätig war. Aber wenn ein Muslim anfängt, Gewalt auszuüben, sehen wir, dass sein Vorbild gewalttätig war. Verstehst du es jetzt? Wahrnehm, wahrnehm. Das kommt dir so vor, weil du das für dich so wahrnimmst. Das ist ja jedem das Seine, wie der das praktizieren möchte, wie er das wahrnimmt. Wenn du zum Beispiel für dich... Hat Jesus Christus Gewalt ausgeübt, fragen wir dich mal so. Hat Jesus Christus Gewalt ausgeübt? Wenn du zum Beispiel... Hat Jesus Christus Gewalt an Kritikern ausgeübt? Das kannst du nicht wissen. Ja, wir haben doch die Bibel da. Ja, aber die Bibel hat nichts damit zu tun, was zur damaligen Zeit passiert ist. Wenn Jesus Christus zum Beispiel... Komm nie wieder hin! Komm nie wieder! Unfassbar, ey! Es ist doch... Soll ich wieder anfangen, wie ein... Wie ein zwei Tage angekommener Mensch hier zu reden? Aus dem Ausland? Und... Du... Gucken... Jesus... Nix... Toten... Mohamed... Toten... Menschen... Kritik äußern. Jesus... Nix... Toten... Kritiker. Und... Suleiman... Muslim... Lesen... Bukhari... Koran... Und sagen... Oh... Mohammed... Mein Vorbild... Sagen... Ich muss... Sturzenberger... Nackentherapie machen... Jesus... Niemals sagen... Nackentherapie machen... Jesus sagen... Liebe deine Nächste... Jesus sagen... Ich bin gekommen... Um... Sünder zu rufen... Dafür bin ich gekommen... Ja, dann werdet ihr den Herrn Jesus Christus bei seinem zweiten Wiederkunft... Werdet ihr dann als Richter der Welt sehen... Symbolisch gesehen... Seine Kleider im Blut getaucht... Ja... Als Zeichen für das... Wofür er auch steht... Nämlich für seinen puren Zorn... Einmal auszulassen... Er kam... Als ein Lamm... Und er kommt wieder als ein Löwe... Als Richter... Und dann werdet ihr sehen... Wie ihr den Herrn Jesus Christus sehen werdet... Einmal kam er als Lamm... Und hat sich von seiner Schöpfung... Schlagen lassen... Beim zweiten Wiederkunft... Werdet ihr den Löwen von Judas sehen... Und zwar den Richter... Der in Blut getauchten Kleidern kommen wird... Und seine Füße waren in Blut getaucht... So sieht das aus... Da wirst du sehen... Dass ein Bild dafür ist... Seinen Zorn auf verschiedene Völker rauszulassen... Aber wenn es natürlich durch Hansi geht... Dann hat er natürlich seine Füße in Blut eingetaucht... So beschränkt ist Hansis Kopf... Und Verstand... Der hat halt so ein Blutbad genommen... Der Herr Jesus... So verrückt... Der sieht also nicht das Tiefgründigere in dem Vers... Oh, deine Jesu... Deine Jesu kommen in Blut... Mit Blut... Fuß in den Blut... Was ist das, Amir? Amir, Amir... Was ist das? Deine Jesu kommen in Blut... Mit Blut in den Füßen... Ja Hansi, habe ich noch erklärt... Das ist eine Metapher auf das... Auf die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus... Wenn er als Richter der Welt zurückkommt... Und die Völker richten wird... Das ist damit gemeint, dass Gott Richter ist... Zurückkehrt... Und dann diese Völker zerschlägt... Symbolisch gesehen auf Zerschlagung... Im Blut getränkte Füße... Aber da dein Gehirn ja beschränkt ist... Und du nur Kamelurin in deinem Kopf hast... Und dein Part am färben bist... Kannst du das ja auch nicht verstehen Hansi... Oh, Amir, jetzt sagst du Metapher... Luge, Luge, du bist ein Luger... Du hast ja keine Ahnung von der Schrift... Okay Hansi, danke für das Gespräch... Danke für Kamelurin... Dankeschön... Dankeschön Hansi... Viel Spaß bei Reda al Kabir weiter praktizieren... Ich hoffe, dass du glücklich bist mit Reda al Kabir... Mit der Bruststillung eines Erwachsenen... Ah, Amir, hab ich dir Fertis gemacht... Hab ich dir gezeigt... Heiliger Bernhard wurde... Heiliger Bernhard... Maria hat Heiliger Bernhard gestillt... Hast du gesehen? Ich habe dir Knockout gegeben... Heiliger Bernhard... Hat Zeitreise gemacht... Maria hatte gestillt... Bei Bernhard... Ich kann sieben Sprachen haben... Ich kann perfekt Griechisch... Ja, sprich mal ein bisschen Griechisch... Hansi... Ja, aber jetzt nichts... Jetzt nichts... Ich will ein anderes Thema... Okay Hansi... Kein Problem... Kein Problem Hansi... Hansi... Oh Hansi... Oh Hansi... Oh Hansi... Komm endlich zur Vernunft... Oh Hansi... Hansi... Oh Hansi... Oh Hansi... Komm nur zur Vernunft... Und lass alles... Bein bei... Seite... Und... Du mich begleiten... Weiter geht... Zum anderen... Schauen wir uns einen wirklich... Geschmacklosen... Sternartikel an... Der... So muss man es ehrlich sagen... Versucht... Das alles... Zu relativieren... Oder abzuschwächen... Ich kann gar nicht in Worte fassen... Für wie bösartig... Ich den Journalisten halte... Der diesen Artikel geschrieben hat... Aber... Das Wichtigste zuerst... Jetzt kommt der absolute Hammer... Der Afghanist Sulaiman A... Der in Mannheim diese Tat ausgeführt hat... Kam 2013... Aus Afghanistan... Nach Deutschland... Als Asylant... Und 2014... Wurde sein Asylantrag abgelehnt... Aber... Er wurde nicht abgeschoben... Das heißt... Dieser Mann hat neun Jahre... Als abgelehnter Asylbewerber... In Deutschland gelebt... Obwohl sein Antrag... Bereits im Jahr 2014... Das ist fast zehn Jahre her... Abgelehnt wurde... Und die Behörden... Haben nicht dafür gesorgt... Dass dieser Mann... Außer Landes gebracht wird... Denn... Nach Afghanistan... Schieben wir halt nicht ab... Ist halt so... Kann man leider nichts machen... Man könnte natürlich... Nach Afghanistan... Schiebt man nicht ab... Leute... Heftig... Also hat man bewusst... Sich entschieden... Das Ganze hier durchzusetzen... Jetzt... Jetzt wird das immer weiter... Rauskristallisiert... Merkt ihr das jetzt? Merkt ihr das... Dass diese Gesellschaft bald... Äh... Zu spüren bekommen... Was hier abgeht... Nach Afghanistan... Wird nicht abgeschoben... Warum? Was ist denn? Dort ist Stabilität... Taliban hat alles übernommen... Und dann wird dieser Muslim... Und dann kann er auch einfach... Rübergebracht werden... Oder nicht? Wo ist das Problem? Ah... Jemand hat etwas vor... Mit diesen Leuten... Können Sie sich... Afghanistan zu einem... Sicheren Herkunftsland erklären... Oder etwaige Asylverfahren... Direkt an der Außengrenze... Durchführen... Oder man hätte... Längst Abkommen mit anderen... Drittstaaten... Treffen können... Mit denen man sich... Darauf einigt... Tatsächlich Leute... In diese Länder... Abzuschieben... Wie zum Beispiel... Im Falle des... Ruanda Modells... Von Großbritannien... Aber... Was erzähle ich euch da... Wir sind Deutschland... Wir sind... Weltoffen... Die regelrechte Aversion... Dem Abschieben... Gegenüber... Der damaligen... Und der jetzigen... Bundesregierung... Hat also diese Tat... Ermöglicht... Hätte man diesen Mann... Abgeschoben... Wäre es nicht... Zu Mannheim gekommen... Aber... Ich kann euch an der Stelle... Beruhigen... Denn... Solamain A... War tatsächlich... Zum Zeitpunkt der Tat... Legal in Deutschland... Denn er hat... Neun Jahre später... Nach der Ablehnung... Seines Asylantrages... Tatsächlich... Doch eine... Befristete... Aufenthaltsgenehmigung... Warum? Weil er mittlerweile... In Deutschland... Mit einer Frau... Ein Kind bekommen hat... Und für dieses Kind... Hat er das Sorgerecht... Und das... Da hat er sofort... Geschaltet... Sofort Kinder machen... Damit er nicht... So einfach... Abgeschoben werden kann... Heftig... 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 Benügt eben... Für ein Bleiberecht... In Deutschland... Man muss sich mal... Vor Augen führen... Wie desolat... Dieses Asylsystem ist... Du kommst also... Zu Unrecht nach Deutschland... Dein Asylantrag... Wird von unseren... Wirklich entgegenkommenden... Behörden... Da muss man ehrlich sein... Abgelehnt... Du wirst aber nicht... Abgeschoben... Neun Jahre lang... In der Zwischenzeit... Findest du eine Frau... Machst mit ihr ein Kind... Und schon darfst du dann doch... In Deutschland bleiben... Wir sollten den Fakten... In der Stelle... Ist das zu fassen... Der Typ kriegt ja eine Ablehnung... Von seinem... Hier... Asylablehnung... Da denkst du... Jetzt haben die mich abgelehnt... Aber ich will ja trotzdem nicht raus... Wie kann ich das System jetzt dribbeln? Ah... Ich mach einfach Kinder... Scheiß drauf... Dann müssen die mich aushalten... Alter... Das ist eine Ehrenanstalt... Hier in Deutschland... Das ist eine Ehrenanstalt... Mann... Neun Jahre... Nach seiner Ablehnung... Immer noch... Boah... Junge... Heftig... Was für ein Versagen... Wer hat ein... Wer macht denn solche Gesetze überhaupt? Wer erlässt denn so einen Blödsinn? Das ist... Wahnsinn... Aber nicht überbewerten... Denn... Naja... Er war ja auch ohne die Aufenthaltsgenehmigung... Trotzdem... Neun Jahre in Deutschland... Ohne irgendwelche Probleme... Das heißt... Ob Kind oder nicht... Wir hätten diesen Mann sowieso nicht abgeschoben... Wahnsinn... Tatsächlich liegen der Welt nach eigenen Angaben... Auch einige Fotos des Afghanen vor... Und er soll sich zwischen 2020 und 2023... Deutlich verändert haben... Zum Beispiel hat er sich einen Vollbart wachsen lassen... Siehst du... Der Süleyman war ein ganz normaler Typ... Der mit Islam eigentlich nichts zu tun hatte... Auf einmal kam Islam in seinen Kopf... Habt ihr das gemerkt? Deswegen sage ich... Islamische Schriften müssen verboten werden... Und nicht zugänglich gemacht werden für Muslime... Denn das passiert... Wenn auf einmal ein Süleyman... Von einem ganz normalen Jungen... Der hier lebt... Und er hofft... Dass er einen Asylantrag bekommt... Und eventuell etwas aus seinem Leben macht... Auf einmal sich mit Islam beschäftigt... Islam in seinen Kopf kommt... Seht ihr... Wie gefährlich der Islam ist? Was für eine potenzielle Kraft der Islam hat... Dich in ein bösartiges Monster zu verwandeln? Wahnsinn! Ein Vollbart allein ist jetzt noch kein Signal für eine Radikalisierung... Man könnte natürlich schauen... Handelt es sich um einen klassischen Salafistenbart... Das ist im Endeffekt ein Vollbart... Bei dem man lediglich nur die Oberlippe rasiert... Das, so wie auf den Fotos des Täters zu erkennen... Ist aber bei ihm nicht der Fall gewesen... Aber tatsächlich gibt es Spuren des Täters im Internet... Die auf eine islamistische Radikalisierungslaufbahn hindeuten... Und zwar hat man ein mittlerweile acht Jahre altes Video... Bei YouTube gefunden... Wo im Titel... Ein Mannheimbezug des Uploaders... Rauszulesen ist... Und im Beschreibungstext tatsächlich der volle Name des Täters... Also Sulaiman As mit Nachnamen... Veröffentlicht wurde... Jetzt hat dieser selbe YouTube-Account... Erst vor einigen Monaten wieder angefangen... Nach jahrelanger Inaktivität wohlgemerkt... Neue Inhalte hochzuladen... Es waren laut der Welt mehrheitlich Videos des afghanischen Predigers... Ahmad Sahir Aslamiyah... Der tatsächlich in islamistischen Kreisen... Als bekannter Märtyrer gefeiert wird... Und laut einigen Medienberichten zu den Taliban zählt... Auch gibt es neue Indizien, die darauf hindeuten... Dass Sulaiman A. tatsächlich diesen YouTube-Account betrieben hat... Denn am Samstag, am Tag nach der Tat... Verschwannen auf einmal Dutzende Videos vom Account... Und das Profilbild verschwand... Man kann an der Stelle vielleicht mutmaßen... Ob wir Mittler diese Videos schon vom Netz genommen hatten... Jedenfalls möchte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe nicht zugeben... Dass dazu irgendwelche Informationen vorliegen würden... Vielleicht machen sie das auch aufgrund von ermittlungstaktischen Gründen nicht... Denn sie haben am Samstag selbst ja die Wohnung des Täters durchsucht... Und dabei Datenträger sichergestellt, die nun ausgewertet werden... Ja, viele Politiker, vor allem der Altparteien... Haben sich zurückgehalten, da von einem islamistischen Motiv zu sprechen... Wobei das eigentlich jedem der Augen im Kopf hat, klar sein sollte... Das Ziel dieser Tat, eine islamkritische Veranstaltung... Sollte eigentlich Indiz genug sein... Das ist mittlerweile auch dem Generalbundesanwalt klar geworden... Der jetzt höchst offiziell verkündet hat... Die Tat war religiös motiviert... Am Montag gab es eine Migrationskonferenz im Paul-Löbe-Haus... Dort wurde aber gerade von der SPD die Tat in Mannheim weitestgehend ausgeblendet... Die Gefahr des Islamismus spielte also einen Tag nach dem Tod des Polizisten Ruven L... Dort gar keine Rolle... Vielmehr warnten die prominenten Redner laut der Jungen Freiheit... Darunter SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich... Vor einer Spaltung des Landes und den Gegnern der Zuwanderungspolitik... Ja, das sind die Gefährder in diesem Land... Aber es gibt auch etwas Positives und ich verwende dieses Wort sehr vorsichtig... Denn das alles, was ich hier zugetragen hatte, ist extrem ernst und auch tragisch... Aber es hat eine Spendensammlung für die Angehörigen und die Kollegen von Ruven L. gegeben... Und tatsächlich sind dort mittlerweile innerhalb von 24 Stunden mehr als 400.000 Euro gesammelt worden... Das nenne ich mal stabil... Aber was werden wohl die Angehörigen und die Kollegen von Ruven L. denken, wenn sie diesen Artikel zu Gesicht bekommen? Denn im Stern schreibt eine gewisse Kerstin Herrnkind, ehemalig auch bei der Taz tätig, einen Meinungsbeitrag... Sie schreibt, mit dem Tod des Beamten wird Politik gemacht... Äh ja, Truth Bomb, große Erkenntnis... Alles wird instrumentalisiert in der Politik, weil Politik so funktioniert... Ja, genau... Auf welcher Grundlage soll man denn sonst irgendwelche Maßnahmen in der Politik durchführen, wenn es nichts in der Realität gibt... Ich verstehe... Darunter lesen wir dann, dass Polizisten im Dienst ums Leben kommen, ist bedauerlich... Jeder tote Polizist ist einer zu viel, aber es passiert zum Glück selten... Bauarbeiter leben gefährlicher... Gefährlicher... Stimmt? Bauarbeiter leben gefährlicher... Schon wieder relativieren, siehst du? Ey, das kannst du keinem erzählen, was diese Politiker und an diese Leute da von sich geben! Wir haben es zu tun mit absolutem Bösen! Ein verdorbeneres Herz als das, was manche Muslime an den Tag legen, bringen diese Leute noch heftiger zum Vorschein! Ich habe schon einige verdorbene Herzen gesehen, aber hört euch das nochmal an, bitte! Dass Polizisten im Dienst ums Leben kommen, ist bedauerlich! Jeder tote Polizist ist einer zu viel, aber es passiert zum Glück selten... Bauarbeiter leben gefährlicher! Stellt euch das mal vor! Die Kollegen, die Verwandten, die Eltern, die Freunden... Ja genau, stellt euch mal vor, die Verwandten, Freunde, Familie lesen diesen Artikel von diesenjenigen... Und auf einmal denken sie, guck dir das mal an, was für ein beschissen... Tut mir leid... Was für einen miesen Vergleich man ziehen muss! Schau mal! Die Bekannten von Ruven L. lesen am 3.6., also einen Tag nach dem Tod dieses Mannes, in diesem Artikel, dass Bauarbeiter aber immer noch gefährlicher leben würden als Polizisten, nachdem ihr Freund, Verwandter oder Kollege... Die haben gerade ihren Freund, Verwandten, Kollegen, Familienangehörige verloren... Und diese Leute haben nichts besseres zu tun, als ein Vergleich zu ziehen und sagen, Bauarbeiter leben aber noch gefährlicher! Schau dir das mal an! Und die werden auch noch bezahlt von was? Von wem? Von uns! Gestorben ist! Wie muss man drauf sein, als Mensch, um so kurz, so einem tragischen Ereignis, einen Artikel zu verfassen, einen Meinungsbeitrag, um genau zu sein, indem man versucht, mit diesem Vergleich die Grausamkeit dessen, was sich uns dargeboten hat, zu relativieren? Das ist nichts anderes. Dieser Vergleich soll die Gefahr, unter der Polizisten auf der Straße stehen, gerade in solchen Situationen, herunterspielen. Liebe Kerstin Herrenkind, die Ursachen des vorzeitigen Ablebens sind aber andere. Während auf dem Bau vielleicht Unfälle passieren, wurde dieser Polizist angestoßen, an dessen Tod sie einen Tag später einen Meinungsbeitrag schreiben. Opfer einer grausamen Gewalttat. Können Sie eigentlich abends vor dem ins Bett gehen, in den Spiegel schauen und sich sagen, hey, heute habe ich einen richtig guten journalistischen Job gemacht? Ähnlich wie bei der Tagesschau mutmaßlich, ja, das können sie, weil man muss bösartig sein, um so etwas zu schreiben. Tatsächlich hat das vollkommen zu Recht auch die Polizeigewerkschaft Hamburg auf den Plan gerufen, die es vor allem kommentieren. Rufnell wurde in Ausübung seines Dienstes getötet. Rufnell hat sein Leben verloren, weil er Menschen schützen wollte. Seine trauernden Angehörigen sowie Kollegen und Kolleginnen bei der Polizei in Mannheim erfahren jetzt vom Stern, dass Bauarbeiter gefährlicher leben. Ja, aber da haben die noch nicht den ganzen Artikel gelesen, es wird nämlich noch dreister. Ich zitiere mal. Obwohl die Ermittlungen in Mannheim noch nicht abgeschlossen sind und der Polizist noch nicht einmal beerdigt ist, wird mit seinem bedauerlichen Tod Politik gemacht. Ja, weil Politik so funktioniert. Frau Kerstin Herrenkind. Das ist Terror, schreibt CDU-Chef Friedrich Merz auf X. Auch Mannheims Oberbürgermeister Christian Spechten nennt die Tat eine niederträchtige, brutale Terrorattacke. Bundeskanzler Olaf Scholz fordert, der Täter muss streng bestraft werden. Ja, und was ist an den Aussagen falsch? Das Motiv liegt doch klar auf der Hand. Es war doch jedem klar, dass Stürzenberger nicht angegriffen wurde, weil er dem Mann irgendwie noch Geld geschuldet hat. Wir lesen hier gerade eine Stern-Journalistin, die sich darüber echauffiert, dass die Leute die richtigen Schlüsse treffen. Sie schreibt aber weiter. Motiv des Täters von Mannheim liegt im Dunkeln. Ja, Frau Kerstin Herrenkind, im Dunkeln der abgedruckten Worte des Generalbundesanwalters der... Die, die das nicht beim... das Kind beim Namen nennen wollen, dass der Islam daran schuld ist, dass der Typ gehandelt hat. Das ist doch... das liegt doch auf der Hand. Der Typ geht zu einer islamkritischen Veranstaltung als Muslim, weil er Michael Stürzenberger Kritik am Islam äußert. Und wir in der islamischen Geschichte sehen, dass Mohammed mit seinen Kritikern hart umgegangen ist und sie ein nach dem anderen ausgeschaltet hat. Der Suleiman hat also diese ganzen Bestandteile des Islams gelesen und hat verstanden, was zu tun ist. Genau wie die Leute, die mich hier in die Ewigkeit schicken wollten. Aber der Herr hatte was dagegen. Bevor die mir überhaupt ein Haar krümmen konnten, war der Herr schon da. Und deswegen habe ich gesagt, jeder der über den Islam etwas sagt, deswegen sorgen die Muslime ja für diesen Schrecken. Damit du dich nicht traust, etwas gegen den Islam zu sagen. Merkt ihr? Das ist das Prinzip. Versetze die Leute in Angst und Schrecken, damit sie gelähmt sind. Damit sie sich nicht trauen, etwas zu sagen. Damit du es leicht hast, leichtes Spiel. Ein Land zu islamisieren oder auch deine Forderungen, also dass du deine Forderungen schneller durchgesetzt bekommst. Durch rohe Gewalt. Weil die meisten Menschen Angst haben, lässt sich mit der Angst sehr gut spielen. Versteht ihr? Aber was passiert, wenn der Mensch keine Angst hat? Und der Mensch ausbricht durch seine Angst. Versteht ihr? Seine Angst überwindet. Haben die Leute dann noch eine Chance? Nein, das ist das. Deswegen sagte der Herr auch, die vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Merkt ihr das? Und dann kannst du natürlich losziehen und dementsprechend furchtlos nach vorne marschieren. Und dagegen etwas machen. So einfach ist das. So einfach. Die Worte des Herrn Jesus Christus verinnerlichen und in die Tat umsetzen. Amen. Hören wir weiter. Im Dunkeln der abgedruckten Worte des Generalbundesanwaltes, der selbst von diesem Motiv ausgeht. Dabei ist viel zu wenig bekannt. War der Täter womöglich psychisch krank? Ah, der Klassiker. Die haben schon wieder einen Artikel erlassen, wo die geschrieben haben, war der Täter eventuell psychisch krank? Leute, es geht schon wieder los. Habt ihr es gesehen? Wie ich das gestern noch gesagt habe. Ja, es kann ja sein, dass die Medien wieder schreiben, er war ein psychisch kranker. Das hat mit Islam nichts zu tun. Das ist alles, der war psychisch am Ende. Der war labil. Wir als Gesellschaft haben versagt. Da gibt es immer so eine Sequenz bei Tim Kellner. Kennt ihr das, ne? Bei Tim K. Wir haben als Gesellschaft versagt. Wir hätten ihm eine Perspektive geben müssen. Wir hätten ihm dies. Wir hätten ihm das. Okay, bis zu einem gewissen Grad. Okay, kein Problem. Aber hat denn nicht jeder selbst eine Eigenverantwortung, die er mit sich bringt? Hat er keine Moral, Ethik und Anstand? Hat er diese Werte nicht mitgegeben bekommen? Dass er für seine Taten auch verantwortlich ist? Wir als Gesellschaft haben versagt. Was haben wir ihm denn getan, dass er auf die Leute ein draufknallt? Nur weil wir kritisieren, dass Mohammed seit 1400 Jahren nichts, also seit seiner ganzen Laufbahn die heftigsten Aktionen getan hat und dass die Muslime, die heutzutage diese ganzen Aktionen bringen, sich auf sein Leben berufen. Ja, ist das nicht berechtigt, das mal anzusprechen und zu sagen, ey Leute, da ist doch die Ursache, warum versteht ihr das denn nicht? Warum versteht ihr das denn nicht? Wie der 32-jährige Somalia, der in Würzburg drei Frauen erstochen und neun Menschen verletzt hat? Das Landgericht Würzburg schickte den Mann im Sommer 2022 für unbestimmte Zeit in die Psychiatrie. Und inwiefern soll das ein religiöses Motiv damit ausschließen? In der Frankfurter Allgemeinen können wir lesen, dass bei der Tat in Würzburg die Ermittler sehr wohl von einem islamistischen Tatmotiv ausgegangen sind. Nach Aussagen von Augenzeugen rief er während der... Ex-Muslim, wie wär's, dass du mal berichtest, dass jemand eine Kopftuchfrau eingestochen hat? Ehrlich? Hä? Dass eine Kopftuchfrau gestochen wurde, eine Katastrophe... Wer hätte verurteilt? Nur... Wer war das? Das war bestimmt ein psychisch kranker. Das war bestimmt ein psychisch kranker. Und was willst du... Worauf willst du hinaus? Willst du jetzt sagen, dass derjenige, der Täter ein Christ war oder wie oder was? Wollen wir jetzt auf die Schiene gehen? Oder was willst du damit sagen? Genau, das war doch keine religiös motivierte Tat. Das kann man ja auch niemals religiös... So... Wie nennt man das? Eine religiös motivierte Tat sein, weil Jesus Christus niemanden verletzt hat. Wie kann man sich denn da auf eine religiös motivierte Tat berufen? So, Quatsch. Aber das, was Zidemann A gemacht hat, war absolut, nach seinen Schriften zu urteilen, absolut islamisch. Na, das ist so typisch ablenken und nicht beim Thema bleiben, ne? Raussagen von Augenzeugen rief er während der Tat zweimal Allahu Akbar und im Krankenhausbett einer Würzburger Klinik soll er die Tat zudem als seinen Dschihad, also als Heiligen Krieg, bezeichnet haben. Also es mag ja sein, dass man seine Schuldunfähigkeit festgestellt hat und ihn dann in einer Psychiatrie untergebracht hat, aber das schließt doch noch lange nicht das religiöse Tatmotiv aus. Hatte das in ihren Augen, Frau Kerstin, Herrn Kind, einfach nur so gerufen oder was? Aber sie fängt jetzt an, noch weitere Fälle aufzuzählen. Sie schreibt. Ja genau, die Leute rufen Allahu Akbar und dann hauen die da irgendwas, den Leuten da rein. Und dann kommen die Muslime, Alter, da kommen die Leute nicht auf den Gedanken, ey, ich glaube, das hat was mit seiner Religion zu tun. Nein, der ist ja psychisch kranker. So krank ist das Ganze hier geworden. Ich habe in meinem Leben noch nie irgendjemanden gesehen, der Jesus Akbar ruft und dann auf einmal anfängt, Nackentherapie zu verpassen. Habt ihr das schon mal gesehen, Leute? Jesus Akbar, komm her, weg mit dir. Nein, das ist ein muslimisches Problem, das ist ein islamisches Problem. Iraker, der im Mai 22 mit einem Messer auf Reisende im Regionalzug in Herzogenrath einstach. Er lebt unter einer Psychose. Das ist ja wirklich ein Zufall, dass die alle irgendwie irgendwelche psychischen Leiden haben und damit dann auf einmal kein religiöses Motiv mehr gelten kann. Waren sie den Fall, Frau Herrn Kind, bei der der Täter bei der Polizei als Prüffall Islamismus bekannt war? Aber sie macht noch weiter. Auch Ibrahim A., der im Januar 23 zwei Teenager im Regionalzug von Kiel nach Hamburg erstach, handelte nicht aus islamistischen Motiven, so sagt sie. Nach Überzeugung des Gerichts war es die pure Mordlust, die ihn trieb. Das Landgericht Izehoe verurteilte ihn vor wenigen Wochen zu lebenslanger Haft und stellte die besondere, schwere Schuld fest. Ach, Frau Herrn Kind, meinen Sie den Ibrahim A., der wenige Monate vor seiner Haftentlassung, er saß nämlich vorher schon mal im Gefängnis, sich selbst mit Anis Amri verglichen hat? Meinen Sie den Ibrahim A., der aktenkundig gesagt hat, es gibt nicht nur einen Anis Amri, es gibt mehrere, ich bin auch einer. Das ist eine Äußerung, die in seinem Wahrnehmungsbogen in der Gefangenen Personalakte festgehalten worden ist. Heftig. Die haben den dann rausgelassen, obwohl er diese Worte gesprochen hat, obwohl er diese Sätze rausgehauen hat, dass es nicht nur einen Anis Amri gibt, sondern mehrere. Dass er so eine Gesinnung hat. Und die haben den rausgelassen. Wer ist dafür verantwortlich? Was hat der Typ getan? Sofort wieder weitergemacht mit seinem Dschihad. Heftig, ne? Wir sind am absoluten Nullpunkt hier in Deutschland. Wahnsinn. Das ist eine Äußerung, die in seinem Wahrnehmungsbogen in der Gefangenen Personalakte festgehalten worden ist. Was macht eine Frau Herrenkind also gerade an dieser Stelle? Sie versucht mit anderen Beispielen, bei denen ich ehrlich gesagt teilweise die Kompetenz der Gerichte ernsthaft in Frage stelle, das offensichtliche, auf der Hand liegende Motiv der Tat in Mannheim zu relativieren und damit den Leser zu verwirren und ihm damit deutlich zu machen, hey, du weißt es doch noch gar nicht. Na, vielleicht war der ja psychisch krank oder so. Und er hat sich nur aufgrund seiner psychischen Krankheit genau dieses Ziel ausgesucht, Frau Herrenkind. Genau. Sie schreibt weiter. Jetzt stellt euch mal vor, das ist ja das Heftige hier in Deutschland. Jetzt kommen die Leute auf den Gedanken, ihn als psychisch kranken abzustempeln. Er selber kommt auf den Gedanken und macht auch einen auf behindert und nicht so richtig diese komischen Faxereien und dann sprechen sie ihm Schuldunzufähigkeit zu. Sowas gibt es ja auch hier in Deutschland. Schuldunzufähigkeit. Er geht erstmal in die Psychiatrie. Dort kommt er ein paar Jahre dann unter und dann wird er unter Tabletten gesetzt und dann wird er nochmal Gespräche geführt und dann wird er als resozialisiert, gilt er als resozialisiert, lügt einen vor und dann kommt er wieder raus und macht genau da weiter, wo er aufgehört hat. Das ist so krank. Das ist so krank. Sollte der 25-jährige Afghane geplant haben, den Islamkritiker Michael Stürzenberger endlich mal eine akkurate Beschreibung dieses Mannes und womöglich auch andere Menschen zu töten, ist das unter Umständen die Tat eines Einzeltäters und noch lange kein Türenanschlag. Ein Gericht wird über seine Schuld und die Strafe entscheiden müssen. Ja, das ist offensichtlich, dass ein Gericht das tut. Ich glaube den Rest dieser Ausführung muss man gar nicht mehr kommentieren. Es ist vollkommen offensichtlich, dass diese Dame sich gerade ein bisschen dumm stellt. Die Motivation dahinter wird wahrscheinlich sein, diese Tat auf Teufel komm raus zu relativieren und den letzten Zweifler vielleicht dann doch wieder weg von denen zu ziehen, die der Meinung sind, dass Islamismus tatsächlich ein ernsthaftes und unterschätztes Problem in Deutschland ist. Ja, die wollen dieses Thema in der breiten Gesellschaft totschweigen, ne, Totschlagen. Obwohl das eigentlich einer der wichtigsten Themen in unserer Gesellschaft ist. Denn sie sind hier und haben diese Fantasien, dieses Land zu erobern. Alle von denen, alle. Ich habe euch ja die Fatwa vorgelesen, ne, wie sind der Islam die Ungläubigen? Der Islam hat uns bevor, gegen die Ungläubigen zu kämpfen, wenn wir in der Lage sind, sie in ihren Ländern zu erobern und sie vor die Wahl zu stellen, wenn wir die Möglichkeit haben, sie vor die Wahl zu stellen. Erstens, zum Islam überzutreten. Dann sind ihre Rechte und ihre Pflichten uns Muslimen gegenüber dieselben. Zweitens, im erniedrigen Zustand die Tierseher zu bezahlen. Oder drittens, sich gegen uns im Kampf zu messen. Und zwar auf dem Schlachtfeld. Und im Falle unseres Sieges gehören dann uns ihre Ländereien, ihre Frauen und Kinder und sind den Muslimen als Kriegsbeute zu sehen. Das ist keine Religion, Leute. Das ist eine Kampfansage gegen jedes Land. Gegen jedes Land. Und das sollen wir nicht thematisieren. Totschweigen. Wer hat ein Anliegen danach, so was hier zu tot zu schweigen? Wer hat ein Anliegen, so was tot zu schweigen? Heftig. Heftig, 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 heftig. Wir haben also Fatma. Wir haben den Koran. Wir haben die Aussagen der Gelehrten. Wir haben Mohammeds Leben. Wir haben das Beispiel von tausenden von Muslimen, die tagtäglich diesen Wahnsinn praktizieren. Und dann kommen einige auf die Gedanken und zu sagen, das hat nichts mit Islam zu tun. Ist das nicht die größte Irreführung, die wir jemals hier gesehen haben, erlebt haben? Und dann hast du noch so Mastmedien, die diesen Quatsch auch noch mitmachen, politisch korrekt bleiben und diesen Wahnsinn denen ja noch zuspielen. Ja, macht mal weiter. Das hat alles mit Islam nichts zu tun. Es ist einfach nur krank. Es ist einfach nur krank. Letztes Problem in Deutschland ist, die Dame macht hier gerade selbst Politik mit ihrem Artikel. Ziemlich ironisch, nachdem sie sich darüber echauffiert hat, dass irgendwelche Politiker Aussagen über diese Tat treffen. Einige Zeilen später geht sie mit ihrer Relativierung in die Vollen. Weit über 90 Prozent der Polizeieinsätze in Deutschland verlaufen ohne körperliche und verbale Gewalt. Steht in Lehr- und Studienbriefen der Polizei. Dieser aber nicht, Frau Herrenkind. Dieser aber nicht. Taxifahrer, Pflegekräfte in der Psychiatrie, Rettungskräfte, Lehrer, Prostituierte und Sozialarbeiter werden im Job häufiger angegriffen. Von wem denn, Frau Kerstin Herrenkind? Von Islamisten oder was? Der Polizeiberuf gehört auch nicht zu den gefährlichsten Berufen. In Deutschland steht statistisch gesehen fast jeden fünften Tag ein Bauarbeiter. Okay, ich glaube, ich bin mittlerweile zu dem Schluss gekommen, was Frau Herrenkind mit diesem Artikel erreichen möchte. Also abgesehen davon, dass sie den Hinterbliebenen von Rufen L ins Gesicht spuckt. Diese Dame möchte nicht, dass die Leute Sympathie mit der Polizei entwickeln, die sich in solche Situationen begeben muss, um uns zu schützen. Ich mutmaße an dieser Stelle. Eine Frau Herrenkind ist ganz klar Team ACAB, wenn ihr versteht, was ich meine. Und deswegen echauffiert sie sich gerade über diese harte Solidarität, die den Hinterbliebenen, dieses Polizeibeamten Rufen L, zuteil wird. Das scheint irgendwelche negativen Gefühle in dieser Frau auszulösen, die sie in dieses Schriftstück kanalisiert hat. Diese Frau mag einfach die Polizei nicht, um nicht zu sagen, sie hasst sie. Auch ich kann genug... Aber dann, wenn es brenzlig wird, für die Frau die Polizei rufen. Das sind ja die Besten. Schreien so innerlich ACAB. Aber dann, wenn es brenzlig wird, rufen sie auf AWA 110. Oh, bitte kommen Sie mir helfen. Und dann hintenrum wieder... Oh, ACAB, AC... Kamputte, richtig Kamputte, ey. Das ist so heftig. Dann sind sie wieder gut genug. Heftig, ne? Ich glaube auch, diese ganzen Antifa, wenn die sich in einer Gruppe bilden. Wenn sie auf einmal einzeln wieder abhauen und auf einmal ein Muslim bei ihnen mal anklopft an der Tür, um sie dann zum Islam einzuladen. Aber ihr wisst schon, was ich meine mit einladen. Oder gar ihr Haus ausgeraubt wird oder was auch immer. Da wählen sie auf einmal die 110. Oh, bitte, bitte helfen Sie mir. Bitte, bitte, bitte. Da sind sie wieder... Da ist die Polizei wieder gut genug. Ist das zu fassen? Ist das zu fassen? Wie beschämend, ne? Wie beschämend. Ja, und da hat der Typ, der das Video erstellt hat, hat er absolut recht. Das ist eine Verhöhnung des Opfers von Rufen L. Und sein... und das... und zu niedermachen... ...rennen... Einfach die Polizei nicht, um nicht zu sagen, sie hasst sie. Auch ich kann genug an der Polizei kritisieren, aber dieser Polizeibeamter hat ernsthaft versucht zu helfen. Und hat das mit seinem Leben bezahlt. Wie absolut geschmacks- und pietätslos kann man sein? Unfall- und krankheitssinnig dasselbe wie gewalttätige Angriffe schreibt sie ganz am Ende des Artikels ganz unten. Und die erschreckenden Zahlen aus der Baubranche können die Todesfälle unter Polizisten nicht relativieren. Schreibt sie, nachdem sie den ganzen Artikel diese Todesfälle relativiert hat. ...und Frau Kerstin... ... und Tobi... ... aber auch... ... meine Freunde, wir haben hier mit einer Tag zu tun, die wir mit konsequenter Politik... ... und mit einem Artikel... ... der mit einem Artikel zu überbieten ist. Ein Artikel, der den Hinterbliebenen, die wirklich jungen 29-jährigen Polizisten, der versucht hat Menschenleben zu retten, ins Gesicht spuckt. Genug also für heute, meine lieben Freunde. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, lasst ihr gerne ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Das ist heftig. Ach, hier hat er auch noch Dings erwähnt. Hier, guck mal. Das ist Ruven L., der Polizist, der auch dem am vergangenen Freitag stattgefundenen islamistischen Anschlag in Mannheim zum Opfer fiel. Er ist nun im Alter von nur 29 Jahren im Krankenhaus verstorben. An dieser Stelle mein aufrichtiges Beileid an die hinterbliebenen Bekannten und Freunde. Der islamistische Anschlag in Mannheim auf die Bürgerbewegung Pax Europa ist nun mittlerweile, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, drei Tage her. Und schon gibt es einige sehr bemerkenswerte Reaktionen aus der muslimischen Community auf TikTok. Leute, endlich gute Nachricht. Endlich gute Nachricht. Dieser Stürzenberger wurde abgestochen. Inshallah bekommt der Junge, der ihn abgestochen hat, die höchste Stufe im Paradies. Der Mann, den ihr gerade gehört habt, ist Imam Meti auf TikTok. Er beschreibt sich hier als der Erbe des Korans. Ich bin Imam Mardi, auf den die Muslime warten, der in der Endzeit kommen soll. Er hat gerade paraphrasiert ausgedrückt, dass so Gott will, der Attentäter die höchste Stufe im Paradies bekommen soll. An dieser Stelle ist also vollkommen klar, dass dieser Mann diese Tat aus religiöser Perspektive heraus nicht nur gut heißt, sondern auch für gerechtfertigt hält. Aber es geht natürlich noch weiter. Ich schwöre bei Allah, ich schicke dir Geld, mein Freund. Ich schicke dir Geld, ich schicke dir Essen, ich trink dir, ich schicke dir alles hin. Hier solidarisiert er sich noch einmal deutlich mit dem Täter. Er möchte ihn sogar in irgendeiner Art und Weise finanziell oder mit Essen unterstützen. Inshallah passiert das mit Ex-Muslim und mit Amir Arapour. Hier drückt er mit den Worten Inshallah, also so Gott will aus, dass solche Taten jetzt auch anderen Islamkritikern zuteil werden. Unter anderem spricht er wörtlich Amir Arapour an. Er ist eines Zeichens auch Islamkritiker, der im Internet unterwegs ist. Er fand als junger Mann zum Islam und ist dann zum Christentum konvertiert. Das gefällt diesem radikalen Islamisten offensichtlich noch nicht. Da macht er sogar einen Weichzeug hier von mir. Heftig. Der hat sogar 229.000 Aufrufe mit dem Video erzählt. Wahnsinn. Da hat er mir heftig. Guck dir das mal. Hier drückt er mit den Worten Inshallah, also so Gott will aus, dass solche Taten jetzt auch anderen Islamkritikern zuteil werden. Unter anderem spricht er wörtlich Amir Arapour an. Er ist seines Zeichens auch Islamkritiker, der im Internet unterwegs ist. Er fand als junger Mann zum Islam und ist dann zum Christentum konvertiert. Das gefällt diesem radikalen Islamisten offensichtlich nicht. Er äußert sich ja also ganz im Sinne des politischen Islams, den ein Stülzenberger immer kritisiert hat. Denn auf Grundlage von Haditen, also dem wörtlichen Überlieferung des Propheten Mohammed und Isma, dem Konsens der islamischen Rechtsgelehrten, ist die Apostasie islamrechtlich mit der Todesstrafe zu ahnen. Dieser Elia Nathan, die soll auch auf den Stoff rennen. Hier spricht der Elia Nathan an, ein weiterer Islamkritiker, der auch zum Christentum konvertiert ist. Ja Freunde, was soll ich dazu denn jetzt noch sagen? Also da fällt mir gar nichts mehr zu ein. Es ist schon fast eine frenetische Begeisterung für diese Tat, die in diesem Mann ausgebrochen ist. Ich möchte an der Stelle anmerken, dass man den TikTok-Account von Maximilian Krahl in seiner Reichweite massiv eingeschränkt hat. Aber das ist heftig, dass der mein Bild eingeblendet hat, wo ich über den geplanten Mord gegen meine Person gesprochen habe. Dass er auch direkt das Foto eingeblendet hat mit dem Kanal, mit meinem Kanal. Hammer, richtig korrekte Werbung gemacht. Wahnsinn. Deswegen hier, ich habe das fixiert. Falls ihr seine Beiträge gucken wollt, das ist er hier. YouTube-Clownswelt heißt er oder nennt er sich? YouTube-Kanal Clownswelt. Clownswelt, ja. Ja, danke für die Schleichwerbung, falls du das guckst oder falls du eventuell hier drinnen bist. Europa-Wahl komischerweise wegen Hass und Hetze und dieser junge Herr hier immer noch uneingeschränkt auf TikTok abrufbar ist. Bei TikTok setzt man anscheinend Prioritäten und so. Und dieser Türke auch, dieser Türke mit seiner Mütze, mit seiner scheiß anderen Türke. Badab, du wirst auch noch sehen, du sch... Ey, jeder der Islam-Hasser, jeder Islam-Hasser wird passieren mit Messer. Tja, interessanterweise unterscheidet sich seine Beschreibung, der Kritiker des politischen Islam als sogenannte Islam-Hasser, kein bisschen von der Einordnung des Terrorismus-Experten, den wir im Falle Stürzenberger in der Tagesschau gehört haben. Wird er nicht nur als Islam-Kritiker, sondern von einigen auch als Islam-Hasser bezeichnet und... Jeder Islam-Hasser wird... Ja, er wird von einigen so bezeichnet. Und hier sehen wir, welche Art vom Mensch ein Herrn Stürzenberger als Islam-Hasser bezeichnet. Ich bin schon bei aller, der ist mein Vorbild, dieser Junge ist mein Vorbild, guck mal. Er sticht sogar die Polizei in seinen Hals. Ja, was wir gerade gesehen haben, war also nicht nur die Billigung von Straftaten, sondern der Aufruf zu weiteren Straftaten gegenüber Ex-Muslimen und Islamkritikern. Müsste nicht. Müsste nicht. Müsste nicht. Aber selber ist er die ganze Zeit beschäftigt, die Schieten zu beleidigen, sie anzugreifen und ihnen den Glauben abzusprechen. Oder hast du nicht gesehen? Selber kein Deut besser und verlangt das von anderen. Ist das zu fast, der Typ? Selber beleidigt er die Schieten von oben bis unten. Macht sie an, beleidigt sie aufs Übelste und erwartet, dass man auf einmal ihn und seine Religion und seinen Glauben respektiert. Schau dir das mal an. Ist das krank? Doppelmoral vom Feinste der Typ. Habt ihr schon mal so ein paar von seinen Videos gesehen? Wie er so gegen Schiiten abgeht, die Samira-Frau hier. Mit seinem Kakaobart. Kopftuch ist aller Wester. Das ist krank, ne? Ja, mit dem Maß, mit dem er gegen den Stürzberger misst. Ja, was ist denn mit an dir messen? Diese Leute haben gar keinen Verstand mehr. Die haben den Verstand in Allahs Bein reingepackt, Mann. Also die sachliche Kritik am politischen Islam, die ein Herr Stürzenberger auf seinen Kundgebungen äußert, als eine Beleidigung aller Muslime und seiner Glaubensgeschwister an. Er kann sich also, so wie er sagt an dieser Stelle, keinerlei Mitleid abbringen. Ich schleime mich nicht bei euch ein. Überhaupt nicht, weil ich hab auch gar keine Angst, das zu sagen. Gar keine Angst, das zu sagen. In Chaurer stirbt er. Was willst du jetzt machen? Was willst du machen? Leute, gebt euch das mal. Wahnsinn, Wahnsinn. Mitleid zu bekunden mit einem Opfer von einem islamistischen Anschlag sieht dieser Mann als Einschleimen an. Er sagt sogar am Ende noch, Inschallah soll dieser Mann sterben. Also Michael Stürzenberger wünscht er an dieser Stelle im Namen seines Gott. Wo sind denn die ganzen Influencer hin? Diese ganzen wahnsinnigen Influencer, die auf einmal Namen und alles veröffentlicht haben. Wäre mal jetzt nicht genau dieselbe Aktion gebracht? Seinen Namen und alles veröffentlicht, wo der wohnt, wo der arbeiten geht und so. Wo? Bei so einem Wahnsinn, oder was? Also jemand darf das sagen? Das ist kein Problem. Name wird nicht thematisiert, kein Thema, Arbeitgeber, alles ist okay. Sobald aber ein paar sich daneben benehmende, besoffene Rich Kids da anfangen, irgendein Meme rumzugrillen, da ist ganz Deutschland empört. Versteht ihr jetzt, warum die Wut in diesem Land immer weiter steigt über diese Doppelmoral, was hier abgeht? Ich muss mich nur beherrschen, dass ich hier nicht richtig ausfülle bin. Ich muss mich nur beherrschen. Gepriesen seid ihr, Jesus Christus, in Ewigkeit. Wer auch schon gewarnt hat vor diesem Wahnsinn. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber wisst ihr, ich habe die Welt überwunden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, den die Welt euch nicht geben kann. Diese Welt macht uns nur kaputt. Diese Welt und uns. Das, was in dieser Welt ist. Einer Wahnsinn, die wir wieder an. Wir können uns glücklich setzen, dass wir den Herrn Jesus Christus haben. Wirklich, Leute. Jeder einzelne von euch, der sich für Jesus Christus entschieden hat, hat sich für Frieden entschieden, für Liebe entschieden, für ein gemeinsames Miteinander entschieden, für Nächstenliebe entschieden. Versteht ihr? Wenn sich also jemand für Jesus Christus entscheidet, für was hat er sich dann wirklich entschieden? Sowohl seine Seele in Sicherheit zu bringen, wenn es nach dem Tod was auf ihn dann zukommt, hat er wenigstens seine Seele in Sicherheit gemacht, aber auch ein Miteinander, für das Miteinander hier in dieser Gesellschaft. Weil er käme ja nicht auf den Gedanken, seinen Nächsten zu hassen oder ihnen etwas anzutun. Aufgrund von Kritik oder Meinung oder was auch immer. Wir sind nicht miteinander immer einverstanden. Bestimmt gibt es hier Sicht von Leuten, die nicht einverstanden sind mit dem, was ich hier mache oder mit meinen Meinungen äußern. Aber muss man direkt dann mit Gewalt reagieren oder was? Sollen wir jetzt alle mit Gewalt reagieren oder wie? Weil uns deine Meinung nicht passt oder weil mir deine Kritik nicht passt oder weil mir das nicht passt, dass dies nicht passt? Völlig bekloppt, Mann. Völlig verrückt. Ah, mir, Isis ist eine Abkürzung für Sistler, deshalb Sistler-Misten. Ja, okay, danke. Ja, also versteht ihr, worauf ich ihn ausführe? Das ist der Wahnsinn, Mann. Wenn sich also jemand entschieden hat, Christ zu werden, so hat er sich entschieden, also Christus zu folgen, so hat er sich entschieden, ein gewaltloses Leben zu führen, ein Miteinander zu führen, seinen Nächsten zu lieben und aber auch seine Meinung kund zu tun und dementsprechend auch Menschen von Jesus Christus zu erzählen. Koste es, was es wolle, selbst wenn die ganze Gesellschaft dich hasst. Und ihr wisst ja, wie verhasst der Jesus Christus ist. Ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen, weil sie mich schon vorher gehasst haben. So ist das. Und ihr werdet Bedrängnis haben in der Welt. Noch geht ja die Christenverfolgung ja nicht los, wartet mal ab. Dankeschön, Herr Lieber, dankeschön. Und noch geht ja das Ganze nicht ab mit der Christenverfolgung und alles, aber der Herr hat uns schon gewarnt. Der Herr meinte, seid auch bereit, durch den Apostel Petrus auch zu leiden für Christus. Natürlich werden wir gehasst, natürlich. Aber nochmal von einer weltlichen Perspektive, wir leben ja hier in dieser Welt und wir bekommen das Ganze ja mit, was diese Gesellschaft, wohin sie driftet. Das ist absolut krass. Man wünscht sich so sehr, dagegen etwas zu tun zu können, dass man eventuell da was ändert oder dass sich was ändert, dass man jemand mal so durchgreift. Aber nein, das geht nicht. Wir können in das Geschehen nicht eingreifen. Dies alles muss geschehen, sagt der Herr. Dies alles muss geschehen. Aber erschrecke dich. Erschrecke dich. Denn es ist noch nicht das Ende. Ja, man steht so machtlos da. Das ist so. Man will so, man ist so wütend, man ist so entsetzt, man ist so traurig, man ist so alles in einem. So die ganzen Gefühle spielen total verrückt. Und dann kochen die Emotionen natürlich und man ist natürlich verzweifelt. Man weiß nicht, was man machen soll. Auf der einen Seite wissen wir, dass der Herr Jesus Christus das Ganze so vonstatten lässt. Auf der anderen Seite sind wir aber in dieser Welt und sind total wütend und empört über dieses Ganze, was hier geschieht. Dass der Satan wie ein brüllender Löwe umherläuft und die Katze, die Leute am Verschlingeln, ihre Gehirne zersetzt. Da gibt es Menschen, die denken, dass die Wölfe werden hier... Warte mal, ich habe das gespeichert. Guckt, hört euch das mal bitte an. Leute, das ist Wahnsinn, Mann. Einen Moment, ich zeig euch das. Wir sind am Ende hier. Wir sind am Ende. Wir sind am Ende angekommen. Ich sag's euch, warte. Wir sind am Ende. Ich bin kein normaler Erdenwolf. Ich würde mich als Azakin-Alien-Hybrid bezeichnen. Ich bin in meiner wahren Form ziemlich groß, um die zwei Meter und habe vier Ohren. Und mein Körper war auch so ein bisschen anders als der von normalen Kieren hier auf der Erde. Aber ich weiß durch Meditation und Australreisen einfach, was ich bin und habe mich selbst da so gesehen von meinem eigenen Kinneren ab. Ich bin kein normaler Erdenwolf. Ich bin kein normaler Erdenwolf. Ich bin kein normaler Erdenwolf. Ich hab vier Ohren. Leute, guck dir bitte an. Azakin-Alien-Hybrid bezeichnen. Ich bin Azakin-Alien-Hybrid, Leute. Und wenn du auf einmal sagst, du hast einen psychischen Knack, sagen die Leute, die kannst du nur, die fühlt sich so wohl. Lass sie, das ist doch völlig in Ordnung. Was ist denn bloß los mit den Leuten, Mann? Was ist denn bloß los mit den Leuten? Wölfe, du bist ein Mensch, Mann. Das ist ja das Heftige. Wenn du dann hingehst und sagst, nein, meine Liebe, du bist ein Mensch, du bist kein Wolf. Dann bist du sogar noch, dann bist du ein Hetzer. Du bist ein Hetzer. Das ist ein Wolf. Glaubt, dass gefälligst. Sie sind Wolf. Her. In meiner Warnform ziemlich groß, um die zwei Meter und habe vier Ohren und meine... In ihrer Wahrnehmung ziemlich groß. Sie ist über zwei Meter und hat vier Ohren. Leute, und wenn du hier sagst, dass das nicht stimmt, bist du ein Hetzer und wirst vor Gericht gezerrt. Miau. Das kannst du keinem erzählen. Stell dir mal vor, du musst den Leuten im Ausland erklären, was hier so los ist. Stell dir das mal vor. Unglaublich. Ja, diese Reaktion würde ich mal gerne sehen, was die Leute so denken, wenn sie da was sehen. Hör mal noch mal. Guck mal, bitte. Mein Körper war auch so ein bisschen anders als der von normalen Tieren hier auf der Erde. Aber ich weiß durch Meditation und Astralreisen einfach, was ich bin und habe mich selbst da so gesehen von meinem eigenen Inneren ab. Ich habe mich durch Astralreisen selber gesehen und ich bin eigentlich ein Wolf, der über zwei Meter groß ist mit vier Ohren. Leute, wir sind am Ende. Ich sage es euch, so wie es ist. Wir sind am Ende. Das war's. Wir sind Endzeit. Sodom und Gomorra, merkt ihr das? Sodom und Gomorra, merkt ihr das jetzt? Vorbei. Das war's. Wir gehen langsam auf das Endziel zu. Aber Hauptsache, HBGQ-Fahne an Polizeiautos. Wir sind ja weltoffen. Wir sind weltoffen. Kein Problem. Fehlt nur noch, dass die Polizisten in Röcke rumlaufen. Wo ist das Problem? Ist doch gut. Wir sind weltoffen. Mit Schminke, Röcken und Plastikbusen. Was ist das bitte mal? Und Stöckel schon am Ende? Ich will dir mal vor, du siehst auf einmal so einen Polizisten, voll den breit gewordenen Polizisten, der auf einmal so von der linken Fraktion so als, sagen wir mal schnell, als Anweisung bekommen hat, einen Rock zu tragen. Leute, wie so ein Schotte. Kennt ihr diese schottischen Röcke? Und sie müssen dann damit rumlaufen, weil das so weltoffen ist, damit die LGBTQ-Gemeinde sich nicht so vernachlässigt fühlt. Mit High Heels, genau. Und dann als Waffe ein Dudelsack, anstatt einen Schlagstock, ein Dudelsack. Das wäre ja gar nicht abwegig, so ein Gedanke. Glauben wir, die Leute denken sogar so. Wir müssen die Polizei erweitern. Wir müssen weiterdenken. Wir können doch nicht stehen bleiben. Das ist doch rückständig. Wir dürfen kein rückständiges Gedanken gut an den Tag legen. Wir müssen die Polizei besser ausstatten. Am besten mit Schreckstoßpistole und Dudelsack und in Röcken rumlaufen, damit sie auch schön ihre Beine zeigen, wenn sie vorher trainiert haben. Damit die Beine auch zur Geltung kommen. Schön rasieren, nicht vergessen. Damit der eine oder andere sich auch nicht daran stört. Das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen. Nur so hältst du das hier aus. Könnt ihr mich hören? Ja. Jetzt stell dir mal vor, ein Polizist, der nach dem Weltbild von so LGBTQ-Leuten dann jemand nach seinem Ausweis fragt. Hallo, einmal den Ausweis bitte. Was? Du wolltest einen Ausweis? Ja, bitte Ihren Ausweis. Ist nix wohl. Ist nix wohl. Bitte lass mich in Ruhe. Ist nix wohl. Der denkt, da kommt ein Typ mit Kostüm auf ihn zu, der dann eventuell mit ihm Schakalaka machen möchte. Bumschakalaka. Ich will, ich mir das so bildlich vorstelle, da kommt die Polizei in den Rücken. Richtig Police Akademie, ey, Wahnsinn. Das ist so traurig, traurig. Bestimmt gibt es Leute, die so ein Gedankengut an den Tag legen. Bestimmt. Bestimmt gibt es das. Ihr könnt mir doch nicht sagen, dass sowas nicht als Gedankengut bei denen vorhanden ist. Bei so manchen Leuten. Ich hab mal ein paar Fragen an dich, wenn's okay ist. Ja. Ich hab mir die Fragen aufgeschrieben, bevor ich die vergesse. Ich hab mal so darüber nachgedacht, was ist denn mit den Leuten, die zum Beispiel noch nie was von Jesus Christus gehört haben, weil sie, keine Ahnung, im letzten Hinterdorf wohnen und dann sterben. Was denkst du, was mit solchen Leuten passiert? Ja, dieser Rabbi Itkin, der die Debatte geführt hat mit Roger Levy, der hat ihn auch so eine Frage gestellt. Und der Roger Levy hat ja auch gesagt, sie werden nach ihren Taten in ihrem Leben beurteilt. Und wir müssen Gott das überlassen, wie der Herr das dann macht. Verstehst du? Aber der Mensch an sich kann ja natürlich durch die Schöpfung schauen und einmal nach Gott rufen. Auch selbst wenn er im letzten Hinterwald wohnt, wo überhaupt nichts ist. Aber durch die Schöpfung kann er schon sehen, dass sich ein genialer Schöpfer dahinter befindet. Und wenn er den Namen Gottes ruft oder beziehungsweise sagt, Gott, wer bist du? Gott wird sich ihm zeigen. Selbst in dem tiefsten Dschungel hat sich Jesus Christus gezeigt. Ich meine jetzt auch so Leute, die noch nicht mal reden können. Also vielleicht... Ja, sag ich doch, dann werden sie nach ihren Werken beurteilt. So sagt es auch die Heilige Schrift. Ach so, ach so. Der Herr Jesus Christus ist ja gerecht und als ein gerechter Gott kann er ja perfekt richten. Verstehst du? Ja, ich glaube auch, dass der Herr ja voller Gnade ist. Aber das ist halt so eine moralische Frage, weißt du? Was passiert mit den Menschen, die halt trotzdem... Ich sag jetzt mal, natürlich tun wir Menschen keine guten Werke. Aber wir können ja... Ich weiß jetzt nicht, wie du bist, aber ich zum Beispiel... Hab zum Beispiel schon so gehandelt, wie ich behandelt werden will. Weißt du, wenn ich jetzt... Es gibt ja Leute, die schauen ja deine Freundin drum an. Also die schauen ja deine Freundin so an, als wären sie Idioten. Und ich bin halt so ein Mensch, der hat halt die Freundin von einem Freund halt mit Respekt angeschaut. Also nicht mit diesen blöden Augen. Also diese listernden Augen. Und das war so eine Frage, die ich hatte. Und hast du das schon mitbekommen? Ich weiß, davon erzählt eigentlich fast keiner. Aber die USA hat die Terrible-Frufe von Deutschland darüber. Das haben wir alle mitbekommen. Echt? Natürlich, die wissen ja durch die Geheimdienste ja viel, viel mehr als der ein oder andere. Es wird natürlich bestimmt so irgendwas Heftiges wird demnächst jetzt passieren. In ein paar Tagen beginnt ja jetzt die EM. Und die Polizei oder beziehungsweise der Staat hat jetzt auch sein Sicherheitskonzept vorgestellt. Und ja, wir müssen jetzt einfach abwarten. Wir müssen beten, dass nichts passiert. Weil hier kommen Hunderttausende von Menschen hier rein. Damit sie in Frieden und Normalität ein Fußballspiel sich angucken können. Und dann aber auch wieder heile nach Hause wollen. Und dann sehen die auf einmal, was in Deutschland abgeht. Dass so Islamisten hier so... Also was heißt Islamisten? Es sind Muslime. Die dann ein M-E-S-S-E-R nehmen und Leute niederstrecken. Das ist ja Wahnsinn, Mann. Der ja vor allem, ganz im Ernst, im öffentlichen Livestream, mitten am helligsten Tag. Ich sagte ganz im Ernst... Neben der Polizei, da war ja Aufgebot von Polizei, das ist ja das Kranke. Das war ihm egal. Er hat da einfach reingeknallt. Aber weißt du, was mich richtig aufregt an dieser ganzen Sache? Ich bin auch wiedergeborener Christ. Ich glaube ja an die Gnade des Herrn Jesus Christus, weißt du. Aber ich bin richtig empört, was die Leute dazu schreiben. Es ist doch egal, was der Schnitzenberger für Sachen sagt. Es ist doch egal, was ein Mensch für Sachen von sich behauptet. Das gibt doch keinen Grund. Das ist doch keine Rechtfertigung für eine Hinrichtung, Mann. Also, ja gut, wir sagen das, aber ihre Schriften sagen was anderes. Und wenn du Muslim bist und dich authentisch nach deinen Schriften berufst, dann kann natürlich aus dir ein Wahnsinniger werden. Der Mohammed hat ja gesagt, wer ist bereit, Kaab ibn Aschaf zu töten, der Allah und seinen Gesandten geschmäht hat. Hat der Schnitzenberger Allah und seinen Gesandten geschmäht? Ja, bestimmt in einigen Vorträgen. Ich rede nicht nur von dem Messer, der sich das noch unterbrechen. Ich rede nicht von dem. Natürlich, der denkt so. Aber die Leute, die diese Kommentare schreiben, die... Die denken alle so. Alle. Ey, das sind so... Sie trauen sich nur nicht zu handeln, aber das Gedankengut ist in Millionen Köpfen drin. Sie möchten natürlich, dass irgendjemand dann handelt. Selber wollen sie nicht handeln, weil sie wollen sich ja nicht die Hände schmunzig machen. Dann soll das jemand anderes machen, diese Leute. Guck dir das mal bitte an. Die Masse der Muslime möchte es nicht tun. Dann soll das irgendjemand, einer, der aus der Reihe tanzt, soll das bitte machen. Aber... Islamkritik und so sollte es schon mit dem Dings bestraft werden. So denken die meisten. Ich weiß ja, du hattest ja erst vor kurzem so einen richtig gelligen Livestream mit diesem Issam Bayam, oder wie der heißt. Ja. Der ist doch... Was meinst du, was der dazu gesagt hat? Der hat doch gemeint irgendwie, dass das ja nicht den Islam präsentiert oder repräsentiert. Meinst du, dass das damit einer ist, der uns mit Absicht ins Gesicht lügt? Oder denkst du, der wäre auch in dieser Tat? Nein, der Issam Bayam ist ein Mainstream-Muslim. Und der kann nichts anderes als versuchen, politisch korrekt zu bleiben. Er kennt natürlich den Islam und er weiß, dass der Islam solche gewalttäten Texte hat. Und er weiß auch, dass Mohammed mit Kritikern genauso umgegangen ist wie Süleyman. Aber er muss halt diese gehrengewaschene Haltung annehmen. Sonst wird er natürlich demoliert von der Gesellschaft. Und es kann auch sein, dass er seine... Äh, seine Arme ist gleich so. Ciao. Ich komm gleich wieder, Eli. Ich hab gesagt, du sollst hierbleiben! Alle! Bleib hier! Was ist denn, wo es passiert? Ja, die bunte Polizei, genau, die bunte Polizei. Wir sind weltoffen. Was ist denn bloß los? Nein, habt keine Sorge. Immer beten für mich. Betet immer, ihr Lieben. Das ist das Wichtigste, das Gebet, ne? Was ist das nochmal? Das ist, glaube ich, Zinti-Sprache, ne? Ja, genau, Zinti-Sprache, wenn sie sagen, dass Mohammed in der Bibel erwähnt wird. Ja, die beziehen sich auf Matthäus 7, wo er als der falsche Prophet erwähnt wird. Amir hat gerade ein Stummschalt-Paket bekommen. Amir hat Stummschalt-Paket bekommen. Aber kein Thema, er ist wieder... Er ist wieder da. Stummschalt-Paket bekommen. Stummschalt-Paket bekommen. Ja, diese ganzen... Ich weiß nicht, nur so halte ich das aus, ne? Bevor ich dann ausfülle und Sachen sage, die nicht schön sind, ne? Da lache ich lieber diese ganzen Sachen weg. Weil nur so kann man es aushalten. Gott, an der ersten Stelle. Amen, genau. Put Jesus first. Put Jesus Christ first. The first love of your life. And the last love of your life. Die erste und letzte Liebe in deinem Leben. Jesus Christus. So, wir hören mal weiter. Sehr interessant, äh, seine Sichtweise, ne? Amen seines Gottes den Tod. Was willst du machen? Denkst du, schäme mich für meine Religion? Wallah, lass ihn schämen mich nicht. Das ist Samir. Ganz einfach. Ja, das ist eine sehr bemerkenswerte Formulierung. Also, dort Mitleid zu zeigen, diesen Anschlag zu verurteilen, das wäre für ihn eine Kommunikation, wie er gesagt hat, von Scham. Er würde damit in seinen Augen kommunizieren, dass er sich für seine Religion schämen würde, würde er diesen Anschlag verurteilen. Was an dieser Stelle relativ klar macht, dass er das, was dort in Mannheim passiert ist, als Teil seiner Religion ansieht. Und zum anderen, das wird aus dem Subtext klar, diese Tat also gut heißt. Aber wie gesagt, zum Glück hat man die Reichweite des TikTok-Accounts von Maximilian K. eingeschränkt. Da finden sich auf TikTok einige Kommentare, die diese Tat nicht nur tolerieren, sondern auch teilweise glorifizieren. Der User Kangal schreibt, selbst schuldandauernde verbale Angriffe, Hass und Hetze bleiben nicht ohne Folgen. Hass und Hetze, diese auch gerade im politisch-medialen Komplex von Links beliebte Alliteration, wird auch hier sehr gerne angenommen, um sich in die Opferrolle zu begeben. Nachdem einer, der Vertreter seiner Religion, einen Anschlag ausgeübt hat. Der User MediG schreibt, ich hätte auch kein Geduld mehr, wenn man die ganzen Jahre über Muslime schlecht macht. Ibrahim Önal schreibt, verdient. Iljian schreibt, endlich, hahaha, wie auf dem eingestochen wurde, hahaha, seine Angst in den Augen geil. User Left Your Channel schreibt, wenn ihr uns jahrelang terrorisiert, werden wir uns wehren. Das wird dann auch nicht die letzte Attacke werden. Also er sieht die Kritik am politischen Islam als Terrorisierung an. Also diese klassische Opferrolle wird hier eingenommen. Ein Narrativ, gesponnen von der Linken, was man hier natürlich gerne und dankend aufnimmt, um diese Tat zu rationalisieren. Wala Planlos schreibt, schade, dass der Stürti nicht gestorben ist. Isim Rahim schreibt, selber schuld, Deutsche. Sasa 12499 schreibt, endlich bekommt er, was er verdient, der Piech. Boss SLV schreibt, mehr von den Schweinen stechen. Ugur 95112 schreibt, Stürti ist verreckt, ja, ein wundervoller Tag. Gizim Paczolli schreibt, selber schuld. Die anderen abscheulichen Kommentare könnt ihr euch selber durchlesen. An dieser Stelle wird aber bereits klar. Stellt euch mal vor, den Muslimen, die diese Kommentare verfasst haben, dass wir jetzt hingehen und sagen, wenn ein Anschlag passiert wäre auf Muslime, wie wir gesagt haben, ja, selber schuld. Du hast doch den Wahnsinn in deinen Schriften gehabt. Bist du selber schuld? Was meinst du? Stellt euch mal vor, wir wären genauso ein Mülleimer wie diese Leute da. Und würden das doch relativieren. Oder für gutheißen, ist doch irreschuld, ist doch gut. Schade, dass nicht nur mehr davon weggegangen sind. Stellt euch das mal vor. Wie heuchlerisch muss man nur sein? Wie Doppelmoral, was für Doppelmoralisten kann man nur sein? Gerade auf TikTok, gerade unter jungen Menschen, die Userbase dort ist relativ jung, existiert eine regelrechte Parallelwelt, in der diese Menschen diese Tat nicht nur als selbstverständlich, sondern auch als bewundernswert ansehen. Auch hier stelle man sich mal vor, wir hätten ähnliche Shads aus einer internen AfD-Shad-Gruppe. Und diese wurden abgegeben, zum Beispiel im Kontext eines stattgefundenen Mordes an einem Migranten. Ja, genau. Siehst du, wie er den gleichen Gedankengang hat wie ich, obwohl ich das Video noch nicht gesehen habe. Und jetzt ein Vergleich ziehen zwischen diesem Doppelmoral von den Muslimen. Stellt euch mal vor, jetzt genau andersrum. Das eine, das für gut heißt, dass auf einmal Muslime hier und da in die Ewigkeit geschickt werden, weil sie den Wahnsinn in ihren Schriften haben. Aber der vergleicht das jetzt mit den AfD-Politikern. Das ist aber auch ein guter Vergleich. Würden wir diese in Talkshows sehen? Die Antwort ist ja. Werden wir diese Shads irgendwann mal in den Öffentlich-Rechtlichen zu Gesicht bekommen? Die Antwort ist nein. Apropos Berichterstattung, kommen wir zur Tagesschau. Dort entscheidet man sich erst 6 Minuten 27 nach Sendungsbeginn dazu, den Tod von Ruven L. zu erwähnen. Dieser Meldung räumt man ganze 25 Sekunden Zeit ein. Im Falle der ZDF-Heute-Nachrichten kommt man zu dieser Meldung erst nach 12 Minuten 19 Sendezeit und räumt dieser Meldung ganze 7 Sekunden ein. Nein, wir haben es hier mit einem islamistischen Anschlag, der jetzt auch ein Todesopfer gefordert hat zu tun. Und das ist nicht die Eröffnung eurer Sendung. Das ist nicht der Teil der Sendung, wo man da noch Experten einlädt, Live-Schaltungen macht zu Leuten, die die Ideologie des Täters erklären und einordnen. Nein, ganz im Ernst, Leute. Ich glaube, wäre der Polizist nicht gestorben, hätten die da nie wieder drüber berichtet. Nie wieder? Allein schon aufgrund der Länge. Das ist ja das Kranke. Das hätte nur mal eben berichtet, ja gut, ein Islamkritiker wurde angegriffen. Zwei Tage später, alles vorbei, kein Problem. Die hätten dem gar nicht so eine mediale Auf... Auf... Wie nennt man das? Mein Gott, ich verfehle mir echt die Worte. Mediale Anerkennung geben können. Oder mediale Aufmerksamkeit schenken können. Alles verharmlosen, keine Aufmerksamkeit schenken, in jedem Punkt relativieren, das ist so kaputt, so kaputt. Der einzelnen Beiträge hier in den Nachrichtensendungen, das sind die reichweitenstärksten Nachrichtensendungen in Deutschland, wird klar, dass man dieses Thema auf Teufel komm raus klein halten möchte. Nach der Messerattacke in Mannheim vor zwei Tagen. Das war keine Messerattacke, das war ein islamistischer Anschlag. Ist der schwer verletzte Polizist verstorben? Das haben die Behörden soeben bestätigt. Am Freitag hat ein Angreifer auf dem Mannheimer Marktplatz einen Islamkritiker attackiert. Das war kein Angreifer, das war ein radikal-islamistischer Attentäter. Aber auf einmal nimmt man Stürzenberger einen Islamkritiker und keinen Islamhasser oder Rechtspopulisten mehr. Da traut man sich da auf einmal nicht mehr so bösartig zu framen. Bei dem Angriff waren mehrere Menschen verletzt worden, darunter auch der 29-jährige Polizist. Und das war's. Kein Wort zur Nationalität des Täters, kein Wort zum Ablauf der Tat. Das war's. Das war das Ende der Meldungen. Die wollen nicht über dieses Thema berichten, die wollen nicht, dass dieses Thema groß wird. Und ich mutmaße an dieser Stelle, hätte es keine Videoaufnahmen von dieser Tat gegeben, hätten die das gänzlich tot geschwiegen. Bei Welt hatte man sich dazu entschieden, Rainer Wendt den Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft einzuladen. Ja, das ist auch heftig. Er trifft eine äußerst dip. Hört euch mal bitte an, was der Polizeichef Reinhard Wendt dazu zu sagen hat. Wir Stürzenberger gleich jetzt mit dem Täter. Schaut euch das mal bitte an. Merkenswerte Analyse. Es handelt sich bei Herrn Stürzenberger um einen extremistischen Islamkritiker, muss man schon sagen. Er ist polizeibekannt, wirkt viel auf Verurteilung in diesem Milieu. Und wenn zwei Extremisten aufeinandertreffen, dann wird es zufällig. Wenn zwei Extremisten aufeinandertreffen, dann wird es natürlich heftig. Als würde Michael Stürzenberger jemals mit Gewalt auf Muslime reagieren. Schaut euch das mal an, was der Polizeichef da für den Vergleich zieht. Habt ihr das gesehen, was hier abgeht? Habt ihr diesen Wahnsinn gesehen, was er da sagt? Was für eine Verhöhnung, das ist dieses Verhöhnung. Guck mal hier. Was Anteile aufmerksam macht. Wie verstörend kann man nur sein? Was für verstörende Aussagen. Was für verstörende Aussagen sind das denn bitte? Einen, einen, einen Süleyman A., der nach seiner Religion nach gehandelt hat. Und zwar in einer brutalen Form mit einem Aufklärer des Islams, des politischen Islams, der dazu, der den Menschen aufklärt, genau über diese Bestandteile, was Süleyman A. getan hat, gleichzusetzen. Guck dir das mal an. Wie verrückt. Wie verrückt. Michael Stürzenberger, dessen extremistische Tätigkeit darin besteht, friedlich und diskussionsfreudig den politischen Islam zu diskutieren, auf Kundgebungen und über ihn aufzuklären. Und dann gibt es auf der anderen Seite halt einen radikalen Moslem, der ein islamistisches Attentat ausgeführt hat. Mensch, da sind halt zwei Extremisten aufeinander getroffen. Ja, genau. Alter. Das, was wir hier sehen, ist ein Mann, der seriös wirken möchte und sich so durch den Extremismusvorwurf von beiden Seiten distanzieren möchte. Das Resultat ist aber, dass es so wirkt, als würde er beide auf eine Ebene stellen und damit verharmlost er maßlos die Taten des Extremisten, der auf Stürzenberger eingestochen hat. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Rainer Wendt nicht immer... Eigentlich hätte er sagen müssen, egal was Michael Stürzenberger sagt, gibt es keinem das Recht, dorthin zu gehen, um den anderen gewaltsam niederzustrecken. Das wäre eine objektive Berichterstattung. Das wäre ein wahres Hirnzeigen. Verstand an den Tag legen. Zu differenzieren und zu sagen, ja gut, er hat Kritik geäußert, aber es gibt noch keinem das Recht, das Gesetz selbst in die Hand zu nehmen und dort hinzugehen, um den Michael Stürzenberger dann aufgrund seiner Kritik und seiner Äußerung den Erdboden gleich zu machen. Was ist das denn bitte? Wenn zwei Extremisten aufeinandertreffen. Also er setzt diesen Messerangriff gleich mit Aufklärung, damit die Menschen wieder verwirrt sind und das Ganze nicht verstehen. Schau dir das mal an, in welcher Sprache sie also in den Medien sprechen. Nur Blödsinn redet, aber in diesem Fall war das definitiv Blödsinn. Apropos Blödsinn. Es gibt noch weitere Reaktionen aus der muslimischen Community, zum Beispiel auf Twitter. Hier meldet sich MuslimNougo zu Wort, das weltweite Boykott-Netzwerk, wie sie sich auf ihrer Website beschreiben. In ihrem Logo bei dem Now sehen wir eine Granate. Sie schrieben zu der Tat, das ist deutsche Nazi-Kultur. Es gibt Menschen, die leben offenbar in einer ganz anderen Realität. Die Medien haben doch alles dafür getan, um tatsächlich gegen Stürzenberger zu hetzen und diese Tat kleinzuschweiden. Ihr könnt tun, was ihr wollt. Wir werden uns nicht, wie die Juden, 1933 wehrlos zur Schlachtbank führen. Hä? Hört auf, uns täglich zu beleidigen und dann wird auch niemand Selbstjustiz ausüben. Sucht die Schuld bei euch selbst. Man muss sich das mal reingeben. Wir haben es mit einem islamistischen Anschlag zu tun. Es kann ja praktisch nicht mehr martialischer werden und trotzdem begibt man sich in diese Opferrolle. Als Account mit einer Granate im Profilbild. Aber nicht alle migrantischen bzw. muslimischen Stimmen äußern sich in dieser Art. Es gibt auch Positivbeispiele. Wie zum Beispiel hier eingefangen von der Jungfreiheit. Und das ist nur islamisch motiviert. Es muss sich was ändern. Die Politik. Man muss schärfere Maßnahmen machen gegen den politischen Islam. Es muss eingeschränkt werden. Es muss wirklich härter durchgegriffen werden. Der Koran muss zensiert werden. Die Gewaltverse. Wow. Guck dir das mal an. Siehst du jetzt. Die Leute stehen auf. Man muss das Ganze auf den Index schicken. Islam ist keine normale Religion. Die Anhänger des Islams sind keine normale religiöse Anhängerschaft. Sie haben politische Ziele, die sie verfolgen. Man muss also das Ganze wirklich anders betrachten und den Islam nicht mal als Religion sehen und ihnen auch gar keine Religionsfreiheit bieten. Der Islam ist keine Religion, sondern ein politisches System. Und das genauso soll es betrachtet werden. Und dieses politische System samt den Büchern auf den Index. Und wer es wagt in Deutschland Werbung für zu machen, muss unter harte Strafe gestellt werden. Nur so, dass es gesunder Menschen verstanden ist. Die Gewaltmoschee müssen geschlossen werden und fertig. Ja, das war doch mal ein stabiles Statement. Ja, genau. Vor allem wertvoll, er hat ja angesprochen die sogenannten Gewaltverse. Das sind die Verse im Koran, auf die sich eben Attentäter und Terroristen berufen, wenn sie ihre Anschläge ausüben. Leider gab es bis jetzt unter den Islamgelehrten noch keinerlei Anstalten, diese Verse einvernehmlich aus dem Koran herauszustreichen, um diesen Tätern keinerlei Rechtfertigung mehr zu geben. Aufgenommen wurde das Ganze am Rande einer Demonstration am Tatort in Mannheim. Und damit kommen wir zu den Reaktionen der deutschen Bevölkerung. Die junge Alternative hat am vergangenen Sonntag nämlich zu einer Mahnwache aufgerufen und diese auch auf dem Marktplatz in Mannheim abgehalten. Auf ihrem Banner steht, Remigration hätte das verhindert, womit sie vollkommen Recht haben. Denn jetzt stellt sich heraus, der Täter Sulaiman A. war ein bereits im Jahr 2014 abgelehnter Asylbewerber. Dieser Mann hätte also Deutschland direkt wieder verlassen müssen, hätten wir Behörden, die das auch durchsetzen. Aber er hat dann, nachdem er neun Jahre in Deutschland gelebt hat, dann doch eine befristete Aufenthaltserlaubnis bekommen. Der Grund in der Zwischenzeit hatte der Afghane mit seiner Ehefrau in Deutschland ein Kind bekommen. Hätte man diesen Mann bereits im Jahr 2014 konsequent abgeschoben, so wie es unsere Gesetze vorsehen, wäre es nicht zu dieser Tat und auch nicht zu diesem Todesopfer gekommen. So sieht's aus. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Hi, Amir, Chattori, wie geht's? Ja, mir geht's gut. Gott segne dich und deine Familie. Danke, Jason, segne dich genauso. Wahnsinn, was in Deutschland passiert ist. Wahnsinn. Ich finde es so unglaublich, dass ein abgelehnter Asylbewerber eine so grausame Tat begeht. Weißt du, das Lustige ist, die kommen hier in christliche Länder oder ich nenne es mal für die Zuschauer die Vela de Kofr, das heißt in Kafir-Länder, wollen hier eine Moschee nach der anderen bauen, ein islamisches Zentrum nach der anderen. Sollen sie machen, alles in Maßen. Aber kannst du deren Herkunftsländer eine Synagoge bauen, jüdische Synagoge und eine Kirche? Kannst du das? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Die halten dich auf, ne? Die versuchen dir da Steine in den Weg zu legen und die Scharia-Länder ja sowieso nicht. Also, das ist... Ja, natürlich. Das ist ja das Schlimme. Hier, sobald man sagt, nein, wir wollen das nicht, wir möchten keine Minarette, wir möchten keine Museen, der fünf vor Morgens mit seinem Mikrofon... Aschadwella! Und du so, boah, ich will schlafen! Oida, ich will schlafen! Der scheiß Gokkel von Bauern, der reicht mir schon! Willst du nicht diese wunderschöne, diese hier, diese Stimme hören? Alalala! Was ist denn los? Hilfe, nein! Hilfe, nein! Das ist Deutschland. Das ist Deutschland. Albanistan nennen sie es. Weißt du, in der Türkei zum Beispiel, da kann der Mosein wenigstens schön singen und dort ist es nicht mal so laut. Selbst in Saudi-Arabien gibt es eine Wärmregelung. Du bist Iranerin, hör dir das mal bitte an. Warte mal ganz kurz. Zeig mal, ich schon wieder. Warte. Einen Moment, ich hab das hier gespeichert. Guck dir das mal bitte an. Ein anderer Iraner hat das mir geschickt. Da ist ein Iraner durch England rumgefahren. Guck mal, was der sagt. Bitte, du sch... Es ist so krass, komm mal hier. Guck mal, du sch.. Guck mal, ich komm mal hier. Guck mal hier. A呢 hier ist Inglatis. Mahde Temaddoni Khurafid. ein Es ist eine lange Zeit zu übersehen, wer tut du auswählst, hat ey siehst du? Also, du willst einen auf unsere Lieben an, wer? Warte, warte, warte. Okay, es ist Ihnen ein richtiges Wort. Daher habe ich jetzt gedacht, dass er hier sind, Ingillis, oder Arabistin und Mohr Oh mein Gott. Das ist es so wichtig. Hier ist es so wichtig! Du sollst du vonst einmal gehydraten auswählen? ja siehst du okay siehst du ja bis wann natürlich 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 die fitner weißt du was ein moment ein moment die lieben ich habe gerade ein video abspielen lassen in dem ein iraner durch england fährt durch gewisse durch gewisse viertel und dann sagte bin ich in england oder bin ich in in arabistan das war so hälftig england ist ja total verloren das war's england ist fertig und fertig das ist ja entschuldigung wenn du auf der kathedrale der westminster abbey da die pakistan flagge siehst da oben natürlich ist england verloren hast du gesehen meine freundin bahar die in london lebt ich habe sie dieses jahr noch nicht besucht mit ihrem kumpel david wurde sie ja angegriffen und schwer verletzt bachar mutigste frau iranerin auf der welt mutigste exil iranerin die bachar hat zwei zähne durch diesen irakischen mordagende verloren okay okay sorry aber ich ganz ehrlich steht ich ich erzähle kurz es gab in london in der innenstadt nicht weit entfernt von der von konsulat der islamischen republik eine trauer feier in einem islamic center für ibrahim raissi der helikopter helikopter präsident der mitsamt dem außenminister dem gouverneur von tabris und dem freitags imam von tabris abgestürztes in helikopter die bären und wölfe hatten an dem tag in den wäldern von ostaserbaidschan einen schönen grill abend würde ich mal sagen mahlzeit dann machen wir weiter navid bachar und paar weitere mutige iraner sind mit unserer löwe sonne flagge unsere ware flagge nicht diese zwiebel flagge die wir heute haben seit 45 jahren von der besatzung vor diesem islamischen center gegangen und haben dort lautstark und friedlich protestiert und gesagt das geht so nicht wieso trauert ihr um einen terroristen um einen um den butcher of tehran der metzger der schlechter von tehran wurde der auch genannt der raissi der ehemaliger präsident jetzt kommt jetzt kommt bei dieser trauer feier waren ja nicht nur mitglieder der revolutionsgarde irgc oder die basiji's und so da waren die vorte millionen aus afghanistan leider gottes die auch unsere afghanischen nachbarn brüder und schwester terrorisieren da waren auch ihr viele viele iraker von der organisation hasht al shabi die ja von homine finanziert werden und da hat ein irakischer scherge der bei uber in england arbeitet bei uber und uber ist meine freundin beharr zu boden geschubst ihr ihr nacken ist gegen eine bordsteinplatte halt gestoßen das war noch nicht alles dann fußtritte in den bauchbereich und dann ins gesicht ein ende 40 jähriger mann tretet einem jungen mädchen ins gesicht sie hat zwei zähne verloren intensiv notaufnahme sie hat auch vom fernseher auch gesprochen aber ihr kumpel navi den hat sogar noch schlimmer erwischt platzwunde nähte beatmungsmaschine dann vom vom krankenwagen also der liegt immer noch im krankenhaus und bbc persia und bbc england berichten dass er schon entlassen wurde nein er wurde bis heute nicht entlassen und hat auch rippenbrüche erlitten das heißt die islamische republik und die revolutionsgarden die seit 45 jahren unsere heimat besetzen ein freies land und die wiege der zivilisation ja die besetzen unser land besetzen es und bestehlen uns wo sie nur können und das ist das schlimme einfach das heißt in london haben die freie wahl können die machen was sie wollen london ist london ist dann geworden london ist gefallen uk ist gefallen aber das ist auch karma muss ich sagen weil 1978 und 79 haben die ja homenia stark gemacht und die propaganda in london ausgedruckt geschieht der regierung recht dass sie jetzt sehen die geister die ich rief merkt durch diesen satz die geister die ich rief und das ist das schlimme einfach und heute in deutschland erleben wir das ergebnis von wir zeigen dass wir die затем ustedes anzienten haben die christliche menschen diese ours schwer wir können damit gesagt dass wir denen an angefangen hat wurden ganz gut Jetzt sehen wir das Ergebnis und das Resultat der fehlenden Integrationspolitik, der mangelnden Integrationspolitik. Jetzt sehen wir, was passiert. Das ist alles für die Gefühle. Nein, schau mal, das Problem ist, die Leute von Sylt, ich habe so Mitleid mit diesen Kindern von Sylt. Ja, das sind besoffene Bonzen. Ja, die haben ein mieses Lied gesungen. Das stimmt schon. Ein schönes Lied haben sie versaut. Aber der Umgang mit denen ist strafrechtlich absolut nicht okay. Jeder Mensch hat in Deutschland Personenschutz. Stell dir vor, das wird dein Bruder, deine Schwester, der einen Fehler macht, ist besoffen oder hat sich was anderes eingepfiffen, macht einen Fehler. Das haben wir alle gemacht, als wir jung waren. Ich habe auch mal blöde Lieder gesungen am Lagerfeuer. Und ich habe noch ganz andere Sachen gemacht. Aber dass jetzt in den sozialen Medien innerhalb von gefühlt Sekunden die Personalien, die Adresse, die Telefonnummern und E-Mail-Adressen dieser Menschen... Was mit den Muslimen, mit den Hass-Nachrichten... Nichts, gar nichts, gar nichts. Jeder Vergewaltiger, jeder Messerstecher hat mehr Personenschutz und Datenschutz. Deswegen sage ich den Leuten, die aufmerksam zuhören, jeder, der solche Kommentare schreibt, sofort Link von seinem Account hinzufügen, Screenshot machen, wann, wie viel Uhr und das Ganze der Polizei schicken. Mal gucken, ob sie dann nochmal sowas sagen oder was dann passiert. Das sind strafrechtliche Sachen, die verfolgt werden. Sofort. Das ist Verstoß gegen das Datenschutzgesetz. Das ist Verstoß gegen DSGVO. Erstes Mal, was mit diesen jungen Menschen in Sylt passiert ist, wir tun die leid. Arbeitsrechtlich ist es kritisch, jemanden wegen einer privaten Sache zu kündigen, fristlos. Weil Privat ist Privat, Arbeit ist Arbeit. Und dein Arbeitsrecht, also das Arbeitsrecht, endet dort, wo das Werktor deiner Arbeitswerkstätte ist. Und Privat kannst du machen, was du willst. Da kann dir dein Chef nichts sagen. Nur wenn du Privat ein Terrorist bist oder ein Vergewaltiger oder sonst wie, ja, dann schon. Weil du könntest dem Ruf des Unternehmens schaden. Aber jetzt nur, weil du, mein Gott, die waren alle besoffen, die haben gelallt. Du hast ja nicht mehr verstanden, was die gesungen haben. Und diese künstliche Aufregung in den Medien. Was ich aber am schlimmsten fand, dass die Leute das gut fanden, dass man ihre Daten herausgefunden hat, dass man sie terrorisiert hat, dass man sie psychisch fertig gemacht hat. Das ist eine Meinungsdiktatur. Gerade die Politiker und die Leute, die sagen, wir müssen Toleranz zeigen, sind diejenigen, die am meisten intolerant sind, wenn man eine andere Meinung hat, außer ihre eigene. Diese Toleranz, die wir heute haben, diese Toleranzdiktatur, ich nenne sie Toleranzdiktatur, das ist die Diktatur, die uns verbietet, vernünftig zu denken. Dass die Mehrheit von einer Minderheit terrorisiert wird. Ja, das ist heftig, ne? Außerdem, wir Ausländer haben mitgesungen. Ich habe einen Ohrwurm gekriegt. Ich habe in einem Live-Video meinen Schmuck verkauft und während ich halt gelötet habe, habe ich einfach... Ich war das nur in meinem Livestream am Singen. Genau. Wenn ich einer von den Rich Kids wäre, hätte ich gesagt, ich meine nicht diese normalen Ausländer, ich meine die Ausländer, die hier versuchen uns zu schaden, die meine ich. Ganz ehrlich, dieses Mädel, das bei einer ausländischen Influencerin gearbeitet hat, die ist ja selber aus Polen. Das war halt ein Spaß. Okay, und da hat einer vom Adolf das Symbol gezeigt. Gut, war auch scheiße, ist verboten in Deutschland. Ja, gut, das sind verboten Symbolen. Da muss man aufpassen in Deutschland. Ja, natürlich, das ist blöd. Aber weißt du, welche Strafe ich denen gegeben hätte? Okay, aber ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ja, genau. Aber schau mal, anstatt diese Kinder, diese Jugendlichen, diese Rich Kids, die sind nicht mal vor Gericht getreten. Es gibt nicht mal staatsanwaltschaftliche Vermittlung. Jeder ist vor dem Gesetz gleich. Du bist unschuldig bis zum Beweis deiner Schuld. Und das Gesetz gilt für alle. Für alle gilt das Gesetz. Ich verstehe es nicht, warum jeder Verbrecher, jeder Messerstecher mehr Personenrecht und mehr Personenschutz hat und sogar in den Zeitungen verpixelt wird, als jemand, der jetzt mal sogenanntes rechtes Gedankengut verbreitet. Das war nicht mal rechtes Gedankengut, das war einfach eine besoffene Kacke. Wäre ich ein Staatsanwalt gewesen, ich hätte gesagt, so Kinder, Strafe, eine Woche in einer jüdischen Synagoge, die Empfangsdame spielt oder den Grüßaugust, Blübchen verteilen oder in einer Kirche diese O-Blatten verteilen, Hostien, genau, die da verteilen und Wein einschenken und gut ist, macht es eine Woche oder eine Woche im Altenheim oder im Kindergarten und den Kindern Toleranz zeigen. Schöne Projekte machen. Das Leben von den Leuten zu vernichten ist ja heftig. Das Leben von denen ist wirklich vernichtet. Das ist viel zu hoch und viel zu heftig, man, das ist krank. Genau, du bist nicht Gott. Die ganze Gesellschaft, diese Influencer, alle mit Millionen von Abonnenten und was weiß ich. Oh mein Gott, mir haben sie auch gesagt, Sandra, Sandra, mach doch mal so eine Toleranzkollektion mit deinem Schmuck. Ich so einen Scheiß mache ich. Ich werde nicht auf diese blöde Welle reiten, ich bin keine Landesverräterin. Wer seid ihr denn? Aber jetzt, wo dieser Polizist aus Mannheim ums Leben gekommen ist, kein Influencer, keine Beauty-Bloggerin, nicht mal Bibis Beauty Palace, die so viele junge Kinder erreicht und gerade sie sollte ihre Stimme benutzen, keine Sau meldet sich zu Wort. Und dann hat die Antifa bei der Trauerfeier von Polizisten dann noch gegrüllt und ist noch gefeiert. Die Antifa ist eine Schande, sie wird von den Grünen und den Linken noch übrigens finanziert und das passiert auf deutschem Boden. Ich hoffe, einer von Sylt, vom Podiclub, hört meine Stimme. Ich bin Sandra Farsat und ich hoffe, du hörst mich. Geh, hol dir einen guten Anwalt, Papa zahlt es dir bestimmt oder verkauf dein Porsche dafür, klage deine Persönlichkeitsrechte ein. Was dir passiert ist, ist absolut Kacke. Nein, es ist echt so. Du hast Persönlichkeitsrecht. Ja, ich weiß, klar. Die haben ja auch Anwälte, die haben ja alles eingeschaltet. Aber gut, der Arbeitgeber... Müssen sie auch machen. Müssen sie auch machen. Heißt das, du darfst es nicht... Ja, das Traurige an der Sache ist, dass ihre Namen und ihre Gesichter überall zu sehen waren. Ja, dann müssen sie die Medien verklagen. Die Medien dürfen nicht unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit ihre Daten so verbreiten. Warum machen die ganzen Medien, siehst du deren Gesichter, die finden nie wieder einen Job. Ich hoffe, die werden alle Anwälte einschalten, die sie haben. Oder alles, was sie an Kaliber haben. Ganz ehrlich, ich habe sogar echt überlegt, für die eine GoFundMe-Seite, ein Projekt zu öffnen. Brauchst du gar nicht. Die haben genügend Leute hinter sich. Die haben auch Familie, Freunde. Nicht alle haben Leute hinter sich. Denkst du wirklich, nur weil du jetzt auf Sylt bist oder dass du da Urlaub machst und dir Champagner, dass du vielleicht nicht dafür ein Jahr gespart hast. Nicht jeder, der Versace trägt oder eine Polobrille hat oder eine Ray-Ban-Brille ist, reicht. Nicht jeder. Das kannst du mittlerweile auch auf Raten kaufen. Viele sparen für so einen geilen Sylt-Urlaub und einmal das Pony-Club zu besuchen. Woher willst du das wissen? Dass eine Mädel, die in München gearbeitet hat für eine Influencerin, die war sogar Angestellte. War kein reiches Kind. Lass doch die Jugend machen, was sie will. Solange sie nicht abstechen, solange sie nicht Bangy-Bangy machen, sollen sie doch machen. Aber nein, ihre Daten gleich veröffentlichen, das war absolut kacke. Ich habe mit meiner eigenen Anwältin gesprochen und die hat sogar gesagt, eigentlich könnten diese Kinder die Medien auf Millionen hier Millionen verklagen. Richtig verklagen. Also die können die Medien, wenn sie wollen, fertig machen. Ja, ihr Leben ist ruiniert. Die sind ja gebranntmarkt für ihr ganzes Leben. Die gehen in der Gesellschaft als Nazis. Und ja, wer will denn mit Nazis zu tun haben? Super, toll. Nein, sie sind keine Nazis. Erstens mal das. Das war einfach besoffen, ein Ausrutscher, ein Fehler und fertig. Das war kein Dings. Nazis sind was ganz anderes. Das wissen wir beide. Okay, meine liebe Sandra. Danke schön, dass ihr da wart. Danke dir. Folge mir gerne zurück. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hallo. Tolles Bild hast du. Tolles Bild hast du, Mohamed. Ja, Zunge abschneiden, ja. Zunge hast du rein? Abschneiden, komm. Nein, Zunge bleibt da, sonst kannst du ja nicht reden. Hallo, mein Brudi. Also ich finde, diese Sandra hat gerade richtig alles gesagt, was zu sagen ist. So sieht's im Moment aus. Ja. Das hat sie richtig schön gesagt, so und so. Ja, aus der weltlichen Perspektive hat sie natürlich absolut recht, ne. Was in Deutschland abgeht, hat sie voll von Recht. Ungerechtigkeit, ne. Das ist so ungerecht alles, das ist so unfassbar. Solche Leute gehen in den Kalifat so und so durch die Straße, kriegen gar nichts. Und solche Leute, solche Blagen, die ein bisschen besoffen sind, macht die Stadtshow draus. Ja, auch so allgemein hat sie sehr schön geredet. Aber ich wollte auch noch eins sagen. Und zwar, ja, zum Beispiel wir so als Aussiedler. Wir sind jetzt in so einem Dilemma. Wir kamen hier hin, unsere Eltern wollten ein gutes Leben für uns haben vor 30 Jahren. So, Aussiedler. Jetzt sehen wir, was hier abgeht. Und jetzt müssen wir wieder zurück in dieses Land flüchten. Zum Beispiel nach Polska und so, verstehst du? Das ist doch krank. Unser Eltern flüchten. Wohin willst du flüchten? Und jetzt sehen wir, wo wir unsere Tochter beschützen und so. Weil wir haben Angst um unsere Tochter, dass sie zur Schule geht, auf den Schulweg oder egal was. Ey, wir werden wieder durch diese Politik wiederkommen, damit wir ein gutes Leben haben. Aber was hier abgeht die letzten Jahre, da muss man sich Gedanken machen, ja? Ich verstehe nicht. Wenn ich Pole wäre und ich sehe, dass mein Land total am aufblühen ist, ich würde sofort Deutschland verlassen. Was will ich denn hier? Ist das ja Wahnsinn. Ich habe schon Pass für meine Tochter gemacht. Ich habe mir Pass gemacht. Wir haben alle Doppelstattler und so. Wir sind da alle geboren. Außer meine Tochter. Aber für die habe ich schon extra Pass gemacht. Weil wenn Code Red kommt, ey, ich verstehe hier. Also, ich weiß nicht. Also, das war nicht das Ziel von meinem Vater. Normalerweise wollten wir hier in Frieden alles gut leben und so. Alle gute Arbeiten und so haben wir alles. Aber was mittlerweile hier abgeht, ich weiß nicht, für die ganzen Aussiedler und Türken, die zwei, drei Generationen sind und alle möglichen Leute, die denken sich doch langsam so, was sollen wir hier? Wir müssen wieder zurück. Das ist doch nicht normal. Wir müssen wieder zurück. Wir sind geflüchtet oder Aussiedler und jetzt auf einmal müssen wir wieder zurück. Das ist doch nicht normal, oder? Genau. Das ist doch nicht normal hier. Also, wenigstens, wir haben noch vielleicht einen Plan B. Aber so andere Leute, die haben keinen Plan B. Die müssen sich mit der Scheiß jetzt hier rum. Plan B ist gut, ja. Plan B ist sehr, sehr gut. Ich habe auch keinen Plan B. Ich habe nur Jesus Christus. Das ist mein bester Plan. Auf den verlasse ich mich, auf den Herrn. Da hast du recht, da hast du recht. Aber ich denke an meine Tochter und so und so. Und ich wollte ihr was bieten, so wie unsere Familie uns was bieten wollte. Und jetzt ist es auf einmal so, seit zehn Jahren hier Katastrophe passiert. Meine Eltern checken das nicht mehr. Die sind schon alt. Die sind schon Rentner und so und so. Aber die sehen nicht, was hier passiert in diesem Land. Das ist Katastrophe. Die wollten uns gutes Leben geben. Und wir müssen wieder zurück, da wo wir hergekommen sind. Das ist doch nicht normal. Schade. Okay, mein Lieber. Ich segne dich auch in deine Familie. Ich segne dich auch in deine Familie. Danke dir fürs Hochholen. Mach's gut. So. 350.000 Likes. Du lud bist gut. Danke. Danke. Was ist denn los, Ginaro? Jedes Mal, ich stelle eine Anfrage, auf einmal klappt es nicht. Ich wüsste es. Ich sehe selber aus wie so jemand, der gleich irgendwo loszieht und ein MESSER besorgt. Ich gucke mich gerade selber an und bin selber erschrocken. Scheiße. Oh Mann. Ich denke mir so, oh mein Gott, ich bin ja richtiges Feinbild für alle. Unglaublich, unglaublich. Armin, mach den Kaffee, das ist eine sehr gute Idee. Das hast du sehr gut gesagt, wer das auch immer war. Free Palestine. Hallo. 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 Wie geht's dir? Ein MACH? Ein MACH? Ja. MACH? MACH in meinem Sprache heißt KISS. MACH. MACH, MACH. MACH, MACH. Ich gebe dir MACH. Wir sind gut. MACH. 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 Kreuz ist Liebe. Kreuz ist Liebe. Kreuz ist Liebe. MACH. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Kaffeeklatsch. Herzlich willkommen zum Kaffeeklatsch von Dr. Shek Abu Amir. Herzlich willkommen. Wer ist mein nächster Gast? Wie bei Lanz. Kaffeeklatsch abhalten. Endlich. Egal, ist die Scheiße. Was geht? Nicht fehlen. Auch nicht. Aber ich muss dich schnell fragen, weil ich bin gleich im Dingsboot zum Training. Was hältst du von, hast du von Astralreisen gehört? Hör auf, dich mit sowas zu beschäftigen, bitte. Wieso, sag mal wieso. Ich sage dir wieso, hör zu. Deswegen, pass auf jetzt, was Astralreisen verursachen. Du wolltest das wissen, bitteschön. Irgendwas mit Dämonen, bestimmt. Ja, guck jetzt, guck jetzt, was Astralreisen machen, pass auf. Aber ganz kurz, glaubst du daran? Also du glaubst daran? Nein, guck jetzt, pass auf. Das passiert, wenn man Astralreisen macht. Hier, hör zu. Aber du glaubst ja. Okay. Normaler Erdenwolf. Ich würde mich als, wie man sagt, hier ein Hybrid bezeichnen. Ich bin in meiner wahren Form ziemlich groß, um die zwei Meter und habe vier Ohren. Und mein Körperbau ist ein bisschen anders als der von normalen Tieren hier auf der Erde. Aber ich weiß durch Meditation und Astralreisen einfach, was ich bin. Und habe mich selbst da so gesehen von meinem eigenen Inneren. Durch Astralreisen und innere Meditation habe ich gemerkt, was ich eigentlich bin. Ich bin ein Wolf mit vier Ohren und bin zwei Meter groß. Möchtest du jetzt wieder über Astralreisen reden? Aber das sind ja diese verrückten Leute. Das ist ein Blödsinn. Das ist Meditation, Astralreisen, andere ferne Dimensionen schweben und alles. Und dann auf einmal kommt sowas zustande. Das kommt davon, wenn man sich in Religionen begibt, also in Astralreisen. mit Buddhismus, Hinduismus und sowas und dann die Bibel beiseite lässt. Und dann kommt dann dabei raus, dass man ein Wolf wird. Aber Amir, ich glaube, der Islam glaubt auch daran. Ja genau, deswegen ist Allah ja auch ein Schienbein und hat zwei rechte Hände. Wie ein Hindu-Gott, wie Marcel Krass sagt. Genau. Aber denkst du nicht, das wäre, weil irgendwas haben wir Menschen, was wir noch nicht erforscht haben auf dieser Rede? Marcel, was sagst du eigentlich? Ist der Allah jetzt ein Hindu-Gott oder nicht? Ja, Amir, also das habe ich doch schon vor einigen Wochen schon gesagt, dass, wenn ich das erklärt hätte oder irgendjemandem gesagt hätte, dass das Gott sein soll, dass das Allah ist. Amir hat es stimmt. Und dann, die hätten gedacht, dass ich einen Hindu-Gott anbete. Also, subhanahu wa ta'ala ist viel weitaus größer als das. Er ist kein Hindu-Gott. Mein, dieser Allah ist der wahrhaftige Gott und das könnt ihr mir glauben. Ach so, okay. Alles klar, danke. Danke, Marcel. Danke. So, Selem habe ich noch vergessen, genau. So, Selem. Also, glaubst du nicht daran? Nein, natürlich nicht. Hör auf, dich mit sowas zu beschäftigen. Aber du weißt, wenn das wirklich funktioniert, wäre das ja ein Durchbruch. Auf einmal, jeder tut Astralreisen. Ja, weißt du, was ein Durchbruch ist, seine Schuld vor Jesus Christus zu bereuen und seine Seelen in Sicherheit zu bringen? Das ist wirklich ein Durchbruch. Ein Durchbruch seiner selbst und endlich mal einzusehen, dass man ein elender Sünder ist, der Vergebung seiner Schuld benötigt. Das wäre mal angebracht. Auf diese Reise solltest du dich bewegen. Ich bin auf diese Reise, du weißt doch. Ja, dann ist doch gut. Dann bist du schon auf dem richtigen Weg. Das soll deine richtige Reise sein. Eine Reise zum Herrn Jesus Christus. Ich habe ja vor kurzem mich mit so einem Typen getroffen, der auch so hinter dem Islam steht und sehr viel weiß. Und ich habe halt viel von dir gelernt. So, weißt du, diese Sachen, die du mir immer erzählt hast, die habe ich mir immer notiert und so. Ja. Und ich habe mit ihm geredet. Digger, am Ende ist das so ausgeartet. Das ist echt heftig, Digger. Wir haben uns dann am Ende gestritten und dann, also das wäre wirklich ganz kurz vor der Schlägerei gewesen. Ja, das ist ganz cool. Weil du dich auskennst und er auf einmal mit ansehen muss, dass sein Islam doch nicht das ist, was er die ganze Zeit geglaubt hat. Verstehst du? Er hat ja nur daran gescheitert. Ich habe direkt damit angefangen, ey, würdest du sagen, auch ich war mit Isa Heisenberg mit dem am Reden. Ich habe mit dem geredet, ich habe so gesagt, auch bei dem war das so. Ich so, Isa, würdest du sagen, dass Gott ein Mensch werden kann, wenn er will? Da hat er gesagt, nee, Gott, und dann hat er den Finger an, nee, das wird gegen seine Göttlichkeit sprechen und so. Ich so, ja, aber wer denkst du denn, wer du bist, dass du sagst, das kann gegen seine Göttlichkeit sprechen und so. Wer denkst du, wer du bist, dass du sagst? Er kann nicht. Dann sagst du, ja, Gott ist nicht ein Mächtig. Gott kann alles. Dann sagt er, und dann guckt er so weg, wie du manchmal bei den Leuten. Und dann will er so mäßig, ein auf den, er weiß das besser und so. Dieser Typ, ey, hör mal zu, bitte, ich höre, ich habe das gehört. Er hat gesagt, ah mir, der macht den ganzen, du kommst bestimmt von Ex-Muslim und so. Ich so, äh, Dings, er so, ja, Ex-Muslim, der macht voll den Muslim nachher und so. Ich so, er, was meinst du? Er so, ja, guck mal, er lässt sich ein Bart wachsen, so wie die Salafis und so. Ich so, willst du mich verantworten? Nur mal dein Bart. Also, ja, aber nicht nur wegen dem Bart. Er sagt auch immer, Amen. Also, mein Herr Jesus Christus sagte kein Bart. Ja, warte, warte. Er sagt auch, er sagt immer, Amen, so wie die Moslems. Ich so, willst du mich verarschen? Siehst du, das meine ich. Ich schwöre auf alles. Aber wirklich, äußerlich wirkt er intelligent, wenn er ab und zu mal das war, aber er ist total ignorant, der Typ. Der ist, vor allem, der sagt immer so Fachbegriff, von dem er selber nichts weiß. Einen auf den, der ist, der ist irgendwie gebildet, der Typ. Genau, genau. Er will einen auf gebildet machen, auf so Krampf, auf Krampf heraus, aber da kommt nur Kamelurin raus. Ja, das ist nur Kamelurin. Ich frage mich überhaupt, wie der überhaupt an diese ganzen Sachen herangekommen ist. Es sei denn, er hat das geerbt bekommen, oder was? Der ist heftig, der ist wirklich. Am Ende sagt er, ja, nee, nee, er hat so gesagt, ich will mich verarschen, ist er jetzt tatsächlich blamiert von den Leuten. Also, nee, die machen, die Christen, die machen schon längst den Muslimen nach, schon immer. Ich so, wie ich schon immer. Ja, Amen, Amen. Auch schon eher als die Muslime. Amen, er sagt wegen Armin bei uns, bei den Sunniten, mäßig, ihr habt den Sunniten nachgemacht. Ich so, was? Also, es gibt seit 1700 Jahren oder 2000 Jahren keine arabischen Christen, ne? Gibt es nicht so was, ne? Das ist heftig. Und dann sagt er auch, wie du immer, Allah irgendwie gegen ihn schießt, obwohl Allah im arabischen Ding auch, Dings heißt, Gott im arabischen auch Allah. Da hab ich ihm doch erklärt. Also, wenn jemand ignorant sein will, der kann ignorant bleiben. Weißt du, was er gesagt hat? Ey, Amir, ich schwöre, das hat mich gekillt. Er sagt auch, ja, und apropos Amir, ich war mit dem auch drin und jeder hat gemerkt, okay, ich hab richtig das Gespräch dominiert und so. Also, er hat sich mundtot gemacht. Und er hat gesagt, du warst in dem Moment auch live. Dann hab ich gesagt, geh jetzt zu ihm rüber, dann kannst du mit ihm reden, dann zeig mal. Also, nee, ich rede nicht mit Leuten, die immer auf dem Punkt bleiben und immer sich drehen. Und man kommt nicht weiter im Gespräch. Ich schwöre. Ich hoffe, hier sind Leute drin, die das bestätigen können. Weil er hatte damals so 1000 Zuschauer oder so. Ja, irgendwie ist überall jetzt bei vielen Leuten da viel los, ne? Also, die ganzen Leute sind auf einmal alle auf TikTok jetzt dran, ne? Weil hier die Diskussion stattfindet, ne? Ja. Ja, Isa, Digger. Was soll ich zu ihm sagen? Der Typ, der ist echt heftig. Ey, das hat mich auch so abgefuckt, wie der getan hat. Als wäre der schlau und so, ne? Als wäre er alles besser. Nee, egal, der Typ. Nee, egal. Okay, danke dir, Jindaui. Äh, Jindaui, sag ich. Genaro. Kein Problem. Yallah, wir hören uns. Okay, bye, bye, ciao. Ciao, ciao. Äh, ich wollte eigentlich, dass du mich in der Zeit hochholst, als der diese Frage gestellt hat, weil ich hab ein eigenes Erlebnis mit dieser Astralreise gehabt, weil vor paar Jahren, ich bin ja erst vor kurzem wieder zum Herrn Christus, äh, Gott sei Dank zurückgekommen, aber es gab eine Zeit lang, da hab ich mich sehr lange mit so einer Scheiße auseinandergesetzt und ich hab die Scheiße auch praktiziert. Und ich sag dir, wie es ist am Anfang, das hat so angefangen mit klarträumen, bla bla bla, du kannst deine Träume steuern, oh, voll witzig und voll geil. Aber ich schwör's dir, Amir. Ah, sorry, ich wollte nicht schwören, aber ich mein's todernst. Ich hatte einen Traum, ich bin aufgestanden in meinem, ich bin eingeschlafen, direkt wieder aufgestanden und all, also das komplette Wohnzimmer war voll mit satanistischen Emblemen, die sich im Kreis gedreht haben und ganz straight waren diese Regenbogenfarben überall. Überall hat die, äh, die Wand geleuchtet in einem Regenbogenartigen, äh, ähm, Stil und diese ganzen Pentagrammen und umgedrehte Kreuze haben sich alles gedreht und dieser Traum, der ging original zwei, drei Minuten lang und ich konnte nicht aus diesem Traum erwachen. Und, ähm, erst vor kurzem war in der Kirche bei uns jemand, der hat ein Zeugnis abgelegt, ähm, der kam aus einer Spiritistenfamilie und der konnte den Namen Jesus Christus nicht hören, der konnte auch nicht mal an einer Kirche vorbeilaufen, ohne dass er, ähm, soll ich das erklären, ob das jetzt Panikattacken oder sowas waren, also er konnte einfach nicht in die Gegenwart Christus einkehren, der hat auch Zeugnis gelegt, ähm, wo er dann äh, gesagt hat, dass seine Eltern oder seine Großeltern Spiritisten waren, die einen Fluch in, ähm, in seine, in seine Blutlinie mit reingenommen haben, weil sie halt eben mit diesem, äh, Satans Werkzeug gearbeitet haben und Astralreisen und luzides Träumen und so weiter, das kommt ja aus dieser esoterischen Welt, ähm, 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 wo dies den Geismus, ein Geist öffnen und, äh, ja genau, guck mal, das, das Problem ist, du kennst doch, du kennst doch Bruce Lee, der ist ja ein großer Vorbild für manche Leute, weil der ja ein krasser Kämpfer war und der hat ja auch gesagt, empty your mind, bla bla bla, unseren Schwachsinn, genau. Und, und wenn du das ja tust, also wenn du dich ja lehrst, dann, dann hast du ja, dann, dann können ja die Dämonen sich in dir manifestieren und, ähm, und, und dich, äh, komplett wirre machen und die Leute glauben nicht daran, weil die das gar nicht mitbekommen, weil der Dämon, ähm, eine Persön, ein persönlicher Teil von dir wird. Und, ähm, ich hab mich, ähm, wir haben uns, äh, dieses Jahr, ähm, im Ostern haben wir uns, ähm, taufen lassen und wir haben in unserer Taufe ein, ähm, sowas wie eine Art, äh, Exorzismus, äh, Gebet mit eingenommen, dass wir unsere, unseren Herrschaft, einen Herrschaftswechsel haben, weil wir halt auch damit ja rumgemacht haben, verstehst du? Ich hab ja, ich wusste ja nicht, ich hab's ja nicht gemacht, weil ich, ich hatte keine Ahnung von Esoterik oder sowas, ich, ich war einfach, ähm, ich muss kurz sagen, mein Vater ist halt früh gestorben und dann verlierst du halt, ähm, wenn, wenn du keinen Führer hast in der Familie, dann, dann, dann läufst du voll im, äh, im Sande herum und nimmst Wege an, die gar nicht gut sind. Deswegen ist es auch wichtig, dass man einen Vater hat auf dieser Welt, der dir den Jesus Christus beibringt, dass du nicht in solche Sachen reinkommst, weil das ist wirklich ekelhaft. Unser Leben war verflucht und das meine ich wirklich todernst. Amir, deine Arbeit ist sehr wichtig und ich sehe ich segne dich im Namen des Herrn. Danke. Vielen Dank, Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön. Ja. Ja. Amir. Gottes Segen, Gott segne dich und meine Familie. Amir, kennst du Issa, Eisenherz? Ja, ich kenne die Schwester Issa, ja. Warum so die Schwester du kennst? Wenn du deine iranischen Eier, hörst du mich? Wenn du iranische Eier hast, gehst du jetzt bei dem live. Ich will deine iranischen Eier erzählen, Bruder. Zeig mir deine iranischen Eier. Du sagst doch, die sind groß und kräftig und saftig. Zeig's ihm jetzt, Modell. Der ist bei Issa. Der ist bei Issa. Ist ein Typ, ey. Ist der Issa, ist der Issa, der ist ja irgendjemand, der jetzt so total Ahnung hat oder ist das einfach nur ein Schwätzer? Ach, du bist der Jeff, der Schwätzer, Alter. Jetzt gehen wir bei dem rein. Die ganzen Verse und Koran Verse und die ganzen, die Sie kennt. Ich bin ein Schwätzer. Hast du jetzt Angst oder gehst du jetzt rein? ich will dann die iranischen einen ersten action sind ja ich will nur ich weiß dass du nur da fahren haben willst dass das kommt gerade lande was hat er wieder zu sagen auf lsd hallo mein freund der sonne neuigkeiten ja weißt du nicht dass sie dann er folgt dem stier wer folgt dem stier mit rotem visier es ist mir wer folgt dem stier wer folgt dem tier wer folgt dem tier mit rotem visier es ist mir machte mal deine augenblau sie sich satanisch aus irgendwie so ist das schon viel besser bleibt genau so so ist das viel viel schöner wundervoll einfach ruhe jetzt brauchen wir noch diese idyllische musik mit vögel zwitschern sowas und hast du so ein guck mal was er da macht ganz arme seele ganz arme seele das tut einem leid dass auch er dann ist und du sagst arme seele das weißt du vor gott dann steht und dementsprechend dann zur rechenschaft gezogen wird also land ist der einzig wahre weg nach vorne also lande genau du bleibst stehen aus jahr so land kann man auf dem blödsinn der hat einfach transen filter drauf der denkt auch der wäre irgendwie so eine frau gefangen im körper eines manns das vielleicht ja genau das vielleicht der kollege von joker oder sowas genau die teilen sich ab und zu mal den nagel lang und schnüffeln auch daran richtiger transformers diagnose ja genau diagnose jokers brut das macht also die stadt mannheim sie ruft auf zu einer demonstration gegen rechts zusammenhalt um das deutlich zu machen hat man dann eine menschenkette gebildet und darunter sehen wir auch auf dem flyer dieser demo nie wieder ist jetzt es gab einen islamistischen anschlag und die leute demonstrieren im sinne von nie wieder ist jetzt so wie sie meinen gegen die wahnwache der jungen alternative die dem opfer dieses anschlages gedenken möchte heftig und dann siehst du wie diese ganzen leute drumherum einfach wieder los trillern und los pfeifen und hast nicht gesehen was die da für blödsinn machen unfassbar in diesem sinne mal eine ehrliche frage in wessen sinne demonstrieren diese aufrichtigen bürger wenn sie gegen die demonstrieren deren politische maßnahme die sie auf dem banner fordern diese tat verhindert hätte in wessen sinne gehen diese leute auf die straße ich kann das einfach nicht mehr nachvollziehen wir haben hier menschen die leben offenbar in einer parallel realität seit dem jahr 2015 hat sich objektiv alles verschlechtert und wenn jemand eine mahnwache abhalten möchte die den opfern dieses anschlags gedenken möchte demonstrieren die leute gegen die leute die diese mahnwache ausrichten und politische maßnahmen fordern die diese tat verhindert hätten ach ja und natürlich gab es da noch die antifa da siehst du diese ganzen leute es ist wirklich unglaublich freunde ja jedenfalls hat die antifa auch versucht diese veranstaltung der jungen alternative zu stürmen am rande der mahnwache wurde aber trotzdem ein junger afdler ein opfer der linksextremisten wir haben es also mit drei parteien auf dieser demonstration zu tun zum einen die mahnwache der jafdler zum anderen eine gegendemonstration der mannheimer die rufen dass ganz mannheim die afd hassen würde deren politische forderung in form von abschiebungen diese tat verhindert hätte und dann haben wir die linksextremisten von der antifa nur eine partei fehlt hoffen wir dass diese demnächst auch eine demonstration in mannheim abhält ach ja zum ende vielleicht noch ihr erinnert euch doch bestimmt an das emotionale sylt video von lola weipert diese momente wirklich so schämen so eine deutsche kartoffel zu sein mit unserer vergangenheit wir haben so viel scheiße gebaut und ich finde es so grauenvoll wenn ich so was sehe dass es immer nicht spielt die silva hängt einfach wegen sylt video zeigen what the fuck ja das hat sie sichtlich mitgenommen was postete sie eigentlich am tag des anschlags im mannheim am tag des anschlags macht sie so ein video mit messerschärfen damit wie sie so zeigen sehr gut gemacht diesen hetzer da platt machen heftig ne guckte es noch ganz jedes messer schärfen eine anspielung anspielung darauf heftig ne okay das reicht ich kann nicht mehr meine lieben freunde wir leben in einer absoluten clownswelt einige ist das krank ist das krank unfassbar diese lola weint bei sylt mit in dieser satanischen elite weint bei sylt und hat die ganze zeit kein problem damit auf einmal dass sofort die menschen dort abgestochen wurden macht sogar noch ein macht sogar noch ein video wie die sich da ein messer schärft unfassbar ja wer soll die denn stoppen was wir stoppen 20 euro macht ja das ja nicht nur für 20 ich denke auch fünf euro reichen auch aus fünf euro reichen auch der mensch ist verdorben der mensch ist an sich total verdorben so lange der preis stimmt sie ist ja was diese leute machen was er denn die hat ein video gemacht wird er bedroht wer wird bedroht ja hast du gesehen was sagen wir dazu gesagt hat zum anheim vorfall ja habe ich doch gesehen haben wir doch gerade im themen thematisierte wie ein muslim dich bedroht bei tiktok hat elia ein video ja haben wir auch schon alles gesehen der typ ist heftig ne der gehört einer einer sekte an die von anderen muslimen sofort eliminiert werden und macht sogar noch werbung für den islam das ist auch typisch stockholms syndrom ja alle islam kritiker werden bedroht ja klar was für jahres sonnit aber was ist das für ein sonnitentum also was sind das für sunnis die sich da im kreis drehen wie so ein kreisel das sind eher mystiker oder was ist das sind weiß ich wie man sowas nennt ich weiß nicht irgendwelche leute die tourbahn tragen und lsd nehmen oder wie nennt man sowas lsd tourbahn tragende menschen die sich dann im kreis drehen um ihre eigene achse unfassbar und dann wirbeln die da total rum und zittern da und fallen auf dem boden und so genau wie die was was wir da sehen in diesen charismatischen bewegungen schaffels schuffis hast du angst ja lass diesen versager isa reden nach der typ der kann nichts anderes außer nur blödsinn erzählen quatsch erzählen ihr wisst doch dass der jesus christus gesagt hat sie werden gegen euch alles erzählen und alles für dreck gegen euch bringen amir darfst du aufgrund des imametti video jetzt polizeisch kurz bekommen nach nein der hat mir hat mich doch angeschrieben also was heißt angeschrieben habe mich dort kontaktiert der staatsschutz weil mein name gefallen ist aber ist kein problem ich habe gesagt nein ich habe keine angst ach der meinte fühle dich irgendwie bedroht droht dir irgendjemand oder sowas meinte nein nein ist alles in ordnung nur gefühlt halb deutschland möchte mich am liebsten genau so sehen wie die stürzenberger und der und alle anderen die gegen den islam etwas sagen aber ist kein problem ich sehe ich sehe da keine ich sehe da keine konkrete bedrohung das ist dann halt so was willst du machen wenn du dich entscheidest so einen weg zu gehen dann musst du damit rechnen das ist doch klar du bringst also opfer ne so ist das dafür dass dann menschen die botschaft hören musst du dann halt opfer bringen das ist das denn niemand hat größere liebe als der der sein leben für seine freunde gibt und so ist das danke wie lange hetzen wir heute amizustra oh ich weiß noch nicht kommt darauf an wie ich drauf bin vielleicht beende ich den stream vielleicht mache ich noch weiter mal gucken wie ich wie ich darauf Angst ist nicht in der liebe ja aber ich habe ja alles gesagt was zu sagen also was gesagt werden muss alles gesagt viel aufgeklärt und mit euch als community habe ich ja sehr viel haben wir sehr viel erreicht von daher haben wir alles richtig gemacht glaubst du an die geister ich glaube an den heiligen geist ja ich habe es gesehen pavlos ich habe es gesehen ich habe es gesehen auch in die geistert auch in die zeugen ja ich weiße das ist ja ich weiße nicht ich weiße ich weiße das ist ja ich weiße Sohn von Hadith Servus Hallo mein Lieber, warum bist du der Sohn von Hadith Ja, Hadith heißt ja einfach nur Überlieferung Ja, bist du Sohn von Überlieferungen Ja, ja, ein Sohn der Überlieferungen Und die einzige wahre Überlieferung ist das Injil Sehr gut Bruder, ich wollte dich was fragen Und zwar, wie gehst du eigentlich Mit dieser ganzen Sache um Also du betreibst ja ganz klar Aufklärung über den Islam schon seit Jahren Ich kannte auch schon deine Videos von früher Wie gehst du eigentlich mit diesem ganzen Druck um Also beispielsweise, wenn du draußen bist Oder egal wo du bist, die Leute erkennen Also sehr viele erkennen dich doch Wie gehst du damit um? Ganz normal, ganz locker Hi Ganz normal, hallo Okay, aber Aber Dings Also Also bei mir ist es so Ihr könnt das nicht begreifen Ihr denkt so, wie macht ihr das? Ganz Deutschland kennt den Österreich und ich weiß Und der läuft einfach überall rum Das ist der Schutz des Herrn Ja, das stimmt Wenn der Herr dich schützt, dann kann keiner was tun Das stimmt Wenn Gott für mich ist, werden wir gegen mich sein Sag mir bitte Okay, aber Also guck mal Das Problem ist Da ich ja auch Also Jetzt rede ich so Und dann laufe ich auf einmal mit so 15 Securities um mich herum Und sage die ganze Zeit Ich bin überall unterwegs Aber da sind so 50 Polizei neben mir Ja, ich sage dir ehrlich Also da ich ja auch Wirklich sehr viele Quellen kenne Von Koran und Sunnah Weiß ich ja, wie ein echter Sunnite Also wie ein echter Sunnite drauf ist Und wenn ich zum Beispiel Online, also im Internet Richtig, sage ich mal Den Islam enttane Ich bin so jemand Wenn ich dann draußen bin Ich weiß, wie echte Muslime ticken Also wir haben es ja jetzt erst gesehen Bei Michael Stürzenberger Was passiert ist Wir haben es auch schon bei vielen anderen gesehen Salman Rush, Stefan Goch Charlie Hebdo Ich sage dir ehrlich Wenn ich jetzt beispielsweise Richtig Islamkritik machen würde Also ich hatte früher auch schon mal Ein Video gemacht Dies, das Jetzt habe ich seit längerem Pause Aber ich habe das auf jeden Fall vor Bald in Zukunft Auch wieder Videos online Überall zu posten Also ich Wenn Also ich bin so jemand Wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwo draußen bin Und ich mache diese Kritik Ich sage dir ehrlich Ich würde das erlaubt auf jeden Fall machen Also laut Gesetz Darf man zum Beispiel Auch ein Messer bei sich haben Ich sage dir ehrlich Ich würde das zur Selbstverteidigung Immer bei mir tragen Immer Deswegen Das ist dann schon krass Wenn du überhaupt nichts machst Natürlich Wenn der Herr dich schützt Kann wirklich nichts passieren Aber ich würde bestimmt Denk ich auf jeden Fall mit Erlaubten rumlaufen Zum Schutz Also weil die Leute sind Leiter Der Herr ist auf deinem Schutz Das ist auch so Du musst auf den Herrn vertrauen Der Herr entscheidet doch Wann dein Leben vorbei ist Und wann nicht Du kannst Zehn Messer in der Tasche haben Wenn auch wenn dein Leben vorbei sein soll Dann ist es vorbei Das ist Feierabend Ja das stimmt Aber man soll ja auch Dem Herrn nicht versuchen Oder Das hat ja nichts damit zu tun Aber du kannst So wie So wie Daniel in der Löwengrube Siehst du Wenn der Herr dich schützt Schützt der Herr dich Da kommen die Löwen Und können dich nicht essen Verstehst du Weil der Herr seine Schützende Hand Über dich hält Und der Herr entscheidet auch Auch wenn du eine Waffe hast Wird er das so machen Dass du nicht schießen kannst Sondern Ladehemmung ist Und der Typ dich dann wegballert Verstehst du Jetzt vor kurzem Ein Pastor Wieder in Amerika War am Predigen Der Typ kommt aus dem Publikum Zu ihm Und will ihn erschießen Die Pistole hat Ladehemmung Das meine ich Wenn Gott seine Schützende Hand Auf dich hält Da kann Leute mit Waffe kommen Alles Es geht nicht Ja das Video habe ich auch gesehen Das ist schon krass Siehst du Also wir dürfen nicht kleingläubig sein Was ist passiert Als Apostel Petrus Nur einmal gezweifelt hat Als er auf dem Wasser ging Der ist untergetaucht Ins Wasser gefallen Siehst du Wir müssen also dem Herrn vertrauen Das ist das Vollstes Vertrauen auf den Herrn So ist das Okay Aber würdest du Beispielsweise Wenn jetzt jemand zu dir kommt Und er will dich Jetzt boxen Oder irgendwas Würdest du abhauen Oder dich dann schon wehren Ich würde natürlich Schützende Dings einnehmen Klar Schutzhaltung Und würde auch versuchen Ihn irgendwie aufzuhalten Aber ich würde ihn nicht versuchen Zu umzubringen Oder was Wenn er versucht Mich umzubringen Nein Ich würde ihn versuchen Zu choken So dass er eventuell Bewusstlos ist Oder was auch immer Oder versuche ihn So lange aufzuhalten Bis mehrere Leute kommen Um Hilfe zu stellen Hilfestellung zu leisten Bis die Polizei kommt Verstehst du Oder soll ich ihn einfach küssen Und sagen Das machst du aber super Nein Also das ist die normale Schutzreaktion Eines Menschen Entweder geht er direkt In Deckung Oder versucht Ihn aufzuhalten Aber festzuhalten Aber nicht Ihn zu schaden Weil wir dürfen Ja nicht schaden Wir müssen dann warten Bis die Obrigkeit kommt Oder ob Abhilfe Dann geleistet wird Aber schau mal Wie traurig das eigentlich ist Dass man in Deutschland Überhaupt diese Angst haben kann So dass Wenn du deine freie Meinung sagst Und auch sogar mit Quellen Wie du das jetzt zum Beispiel machst Viele andere Die belegen das mit Quellen Dass dann Muslime durchticken Also überhaupt so durchdrehen können Dass man überhaupt Angst haben kann So auf den deutschen Straßen Das ist wirklich krass Dass das überhaupt möglich ist Dass man unter Angst Und Gefahr hier leben muss Weißt du Also bei dir habe ich auch mitbekommen Ich habe mal so einen Zeitungsartikel gelesen Dass Leute dich Punkt, Punkt, Punkt Und so Das ist echt krass Ja Damit musst du rechnen Wenn du halt dich in diese In dieses Gebiet Diese Wölfe begibst Der Herr sagt ja Ich sende euch aus Unter den Wölfen Als Schafe Meinst du Der Herr sagt das einfach nur so In seiner Schrift Ich sende euch aus Zu den Wölfen Und ihr seid Schafe Nein Der meint Der weiß ja wie die Wie die da draußen sind Wie reißende Wölfe Und ihr seid Schafe Ich bin euer Hirte Ihr seid meine Schafe Und ich sende euch In diese Wolfsgehege dahin Weil das ist ja unglaublich Was da abgeht da draußen In einer offenen Gesellschaft Gehen wir so Und sag mal Islam ist nicht die Wahrheit Mohammed war niemals ein Prophet Selbst in den Shisha-Bars Gehen wir da hinten Und die hauen die eine rein Der letzte Muslim Der letzte Muslim Der nichts mit seiner Religion Zu tun hat Der würde sich sogar angreifen Das ist ja das Kranke Anstatt der Erkennt Erwartet Weil ich bin doch selbst Eines Tages dran Wenn meine Religion Hier Fuß fasst Was soll ich denn da machen Dann hauen die mich tot Für mein unislamisches Verhalten Verstehst du? Ja also Da spreche ich sogar aus Erfahrung Ich hatte selber lange Zeit Nix mit dem Islam zu tun Ich bin da halt einfach reingeboren Aber beispielsweise Wenn ich irgendwas Falsches gehört habe Direkt so Als wäre ein Geist in mir so Hm dieses Aggressive Obwohl ich nicht mal viel Mit dieser Religion Was zu tun habe Und das ist das Krasse In dem Muslim Steckt dieser Geist Der nicht von Gott ist Das ist ganz klar bei ihm Programmierung Ja das ist wie eine Programmierung Dass dieser böseartige Geist Sie programmiert Und dann auf einmal Wie so ein Schalter umgestellt wird Verstehst du? Ferngesteuert Ja Okay Ja okay Dann alles Gute dir Bruder Jetzt gerne Schönen Tag Bis zum nächsten Mal Okay Ciao Hallo Gottes Segen Gottes Segen Ich habe eine Frage Und unten in den Kommentaren Das wollte ich Also ich wollte sowas fragen Und unten in den Kommentaren Musst du ja schon gelesen haben Dass über dich geredet wird Bei Issa Eisenhers Aber das ist egal Ich habe eine Frage Blöd Als der Koran gekommen ist Kam ja die Tafsire Und die Hadife Kam ja erst Ich meine die Hadife Kam erst 300 Jahre später Und die Tafsire ja Ein bisschen früher Aber die Tafsire Erklären ja den Koran Also die verschiedenen Verse Als Huren Aber das macht für mich Keinen Sinn Weil ich beschäftige mich Gerade auch mehr Also auch mehr so damit Und wie Wie erklären das denn Die Gelehrten eher gesagt Weil das ist doch so Wenn man jetzt zum Beispiel Irgendeine Sure nimmt Dann muss man sich erst mal Den Tafsire dazu Nehmen Aber wenn man dann guckt Haben die Menschen Vorher 300 Jahre Keine Erklärung Für den Dafür gehabt Und wenn man den Tafsir anguckt Steht doch da irgendwie Eine ganz andere Geschichte Ja da steht im Koran Man soll die Ungläubigen Du weißt schon was machen Eben weil das und das passiert ist So das macht doch gar keinen Sinn Ja das ist das Problem Aber die Tafsire Gehen ja wieder Sind ja zurückzuführen Zu Mohammed Das ist ja das Problem Weil der hat es wieder Von dem und dem gehört Dass er und der das gesagt hat Dass er gelehrt worden ist Von dem und dem Lehrer Dass genau das Mohammed so meinte Das ist der Tafsir Verstehst du Der Tafsir ist also Zurückzuführen Mit einer Kette Die bis zu Mohammed Und die Sahaba reicht Da ist ja das Heftige Wenn also die Tafsire falsch sind So ist der Koran Und der Islam falsch Ganz einfache Kiste Heftig ne Obwohl es natürlich Ungereimtheiten gibt Obwohl es natürlich Wahnsinn ist Weil wie will denn Wie will man das Die 300 Jahre So zurückverfolgen Du weißt ja Was das Prinzip Von Stille Post spielen ist Ja wollte ich gerade sagen Das ist ja eigentlich Wie Stille Post Der eine sagt noch was dazu Der eine vergisst was Die andere ist das Problem Das ist das Problem Die Muslime raffen Nicht dass diese Religion Mit Konsens abzulehnen ist Mit so Mit Kussern Dankeschön Ich lehne ab So Aber das Die wollen Partou daran festhalten Weil im Islam Dieses Konzept von Gott So logisch erscheint Mäßig Wir glauben nur an einen Gott Und alle anderen Sind die Propheten Gottes Das war's Verstehst du Und der Koran Ist das letzte Buch Gottes Daran haben wir uns zu richten Und danach Haben wir uns zu halten Und so kommen wir dann Auch in den Himmel Wir müssen dann halt nur An diese Sachen glauben Die im Koran verzeichnen Ja super Was ist das denn bitte Also Gott macht die ganze Zeit Millionen von Fehler Und ist nicht in der Lage Durch Zeiten Sein Wort Vor Verfälschung zu beschützen Oder was Da muss er also Nach 600 Jahren kommen Einen Propheten erwecken Der genau seinen ganzen Schriften widerspricht Die er schon vorher offenbart hat Wie verrückt klingt das bitte man Ja das sowieso Und das macht halt einfach keinen Sinn Weil sich das dann Sag ich mal Wenn man den Koran liest Also die Sura liest Und danach den Tafsir Dazu hört sich das einfach an Als ob der Koran In dem Sinne Unvollständig ist Weil da sag ich mal Die Geschichte Sag ich mal Viel intensiver erklärt wird Als es im Koran steht Das macht doch gar keinen Sinn Ja Ja Was macht denn überhaupt Sinn im Islam Allein dass der Muslim 72 Jungfrauen bekommt Und Frauen mit Schwellen Du weißt schon was Das ist unglaublich Sag mal Das wurde nämlich auch Gerade da drüben gesagt Dass es auch Bibelferse gibt Ich wüsste nicht einen Aber du bist da sag ich mal Eh der Kursvermeister Da drin Das ist ja alles auswendig Gibt es irgendeinen Bibelferse Wo auch irgendwas mit Brüsten Und keine Ahnung was vorkommt Weil das wurde da nämlich Auch behauptet Gerade Es gibt einen Text Im Hesekielbrief Wo der Herr Bildsprache benutzt Um diese Sag mal schnell Wie sagt man Wenn er zum Beispiel Etwas beschreiben möchte Und das dann In einer Art und Weise beschreibt Die für den einen oder anderen Natürlich komisch klingt Oder auch in Klagelieder Und so Oder Hohelied Aber du musst dich dann Damit auseinandersetzen Wenn der Herr zum Beispiel Von Du weißt schon was spricht Das sind alles Gleichnisse Beispiele Bildsprache Die der Herr benutzt Aber hier sehen wir Auf einmal auf der anderen Sprache Auf der anderen Seite Dass Allah den Muslimen sagt Ihr werdet in Himmelreich gehen Und dort oben sind dann 72 Jungfrauen Deren Hintern 1,6 Kilometer breit ist Und sie mit Schwellen Auf euch am warten sind Und ich werde euren PNIS So dick und so lang machen Wie eine Palme Was willst du? Auf der einen Seite sehen wir Dass der Herr In der Bibel Bildsprache benutzt Metaphorisch ist Und gewisse Dinge benutzt Als Metaphern Um etwas zu verdeutlichen Was natürlich für den einen Oder anderen natürlich komisch klingt Aber man muss sich damit Auseinandersetzen Und dann siehst du Auf der anderen Seite Dass der Gott ist Ich darf es einfach Juhäfner ist Bestehst du? Juhäfner Was ist der Unterschied Zwischen alle Und Juhäfner Juhäfner hat eine Eine Insel Oder einen Menschen Wo Frauen drin sind Die leicht bekleidet Auf die ganzen Typen warten Die dann Dementsprechend Bungi Bungi machen Und dann hast du Auf einmal Alain Der genau dasselbe macht Und dich erwartet Im Himmelreich Seine Toren öffnet Dir die Hand schüttelt Und sagt Bitteschön Da sind deine Frauen So krass Aber wenn man davon ausgeht Wir wissen ja Dass die Frauen Im Paradies Nichts bekommen Aber angenommen Eine Frau und Mann Kommen ins Paradies Und ihr Mann Also von der Frau Der Mann bekommt das alles Und die Frau Darf dann zugucken Oder ist das so Dass das dann für Kurz für verheiratete Nicht zählt Weil das macht Das ist doch Ja die Frau Also wenn die Frau Es schafft Bekommt sie dann Diese Pompons Kennst du das Wenn die Chili Das da so machen Dann können sie dann Die ganze Zeit Ihren Mann bejubeln Wie er die ganze Zeit Jungfrauenhäuschen zerbombt Sehr schön So krass So krass Weißt du welchen Satz Ich von dir nie vergessen werde Du hattest mal zu einem Gesagt gehabt Der war bei dir oben Du hattest gesagt Wenn ihr ins Paradies kommt Ihr werdet 72 Jungfrauen haben Und wenn wir in den Himmel kommen Wir werden mit Jesus Hafe spielen Das hat der Der Pier Vogel hat das ja gemacht Sollen wir wieder Hafe spielen Natürlich werden wir SX haben Krass Ich glaube wie der denkt Wie fleischlich Unfassbar Was er aus Gott gemacht Was er aus Gott gemacht haben Das ist das Kranke Er will also dass Das Himmelreich des Herrn So runterbuttern Und diese Herrlichkeit Die wir mit dem Herrn dort genießen Will er so Beiseite legen Und sein islamisches Hier Wie nennt man das Hier Saunaclub Will er dann für richtig heißen Laufhaus Genau In welchem Als wäre Gott der Besitzer Eines Saunaclubs da oben In welchem Hadif Steht das nochmal Mit den Schwellen Palmen Du weißt schon Das steht in Al-Bujerimi Al-Khatib Das ist eine Quelle Aus dem Buch von Al-Khutobi Und das befindet sich Auf der Seite 353 Aber ich zeige es dir nochmal Warte mal Ich sage das den Leuten Mal Al-Bujerimi Al-Khatib Hier Aber das ist ja dann Aber das ist auch Sahid Natürlich Aus dem Buch Al-Bujerimi Al-Khatib Band 3 Seite 352 Und im vierten Band Auf der Seite 78 Ich habe das für die Leute In der WhatsApp Gruppe Habe ich das Reingetan Also WhatsApp Kanal Ja ich bin da auch Ich gucke Ich gleich da rein Ja ich poste das Doch nicht umsonst Leute So dass ihr das Immer auf eurem Handy habt Ihr könnt die ganzen Beiträge Immer durchgehen Dann seht ihr das ja Ich habe das extra Sogar markiert Dass ein Scheer Auf so einer Palme sitzt Die gerade aus dem Wasser Rausragt Damit ihr genau wisst Ich weiß nicht wie du das machst Aber die sind immer so lustig Geil Okay das war eigentlich alles Okay Gott segne dich Al-Aris Und danke schön Machs gut Hallo Hallo Gottes Segen mit dir mein Lieber Hallo meine Lieber Gott segne dich Und deine Familie Hi Gott segne dich Und deine Familie Danke Hör mal Hast du das mitbekommen Mit dem Stürzenberger Warte mal ganz kurz Hier diese gute Meltem Die ist nicht in der Lage Mal zu erkennen Dass ich hier nicht lüge Sondern einfach nur das Wiedergebe Was in deinen islamischen Schriften Verstehen Verzeichnet ist Du gehst Ja mit der hatte ich vor kurzem auch das Vergnügen Und dann hat sie meinen Kommentar irgendwie sperren lassen Weil ich die Wahrheit gesagt habe über den Herrn Ja wie kann das sein Wie kann das sein Dass jemand behauptet Dass ich lüge Obwohl ich die Quelle sogar angebe Das ist das Geisteskrank Ich weiß Ich weiß Also du weißt ja schon Dass der Herr uns gesagt hat Wir werden von allen gehasst werden Also du musst dir da keine Sorgen machen Also der hat uns ja alles vorausgesagt Ja und was das Grandiose Sie werden über euch Lügen erzählen Alles nur um euch zu verlästern Um die Wahrheit runterzubuttern Das ist so krass Und sie denken noch Sie tun Gott einen Gefallen dafür Ja das ist ja richtig heftig Richtig krank Ja das Problem ist halt In der heutigen Zeit Weißt du Das Gute wird Böse genannt Und das Böse wird Gut genannt Jesaja 5,20 Wer euch hier Gutes Böse nennt Und Böses Gut nennt Licht zu Finsternis erklärt Und Finsternis zu Licht Wehe euch Wehe der Salzig-Süß erklärt Und Süßes-Salzig Oh Mann Und wir begeben uns gerade wehs Nicht wir begeben uns gerade wehs Sondern wir sind schon in dieser Zeit Guck mal Kirchen Die fangen an mittlerweile Mit so Regenbogen fahren Und und Polizei Haben wir doch das Haben wir doch gerade eben gehabt Die laufen bald mit Rücken hier rum Und Stöckelschuhen Wenn das so weiter geht Ja da war doch Ja da war doch Pass auf Pass mal auf Pass mal auf Ich hab ein Video gesehen Von einer Fitnessstudio-Betreiberin Die hatte ein reines Ja da haben wir auch heute thematisiert Achso okay Ja ich war da jetzt nicht dabei Auf jeden Fall wurde die auf irgendwie Über 7.000 Euro verklagt Also mit Schmerzensgeld Mit was weiß ich Da kam ein Mann rein Der hat gesagt Der hat sich als Frau gefühlt Und er möchte ja gerne mit Badehose duschen gehen Nach dem Training Wow Da stehen da Frauen Unbekleidet In der Dusche Möchten sich reinigen Von ihrem Sport Und dann steht da so ein Mann Mit seinem Ding Okay Auch in der Badehose Alter Schwede Ich fühle mich heute als dies Morgen als das Übermorgen als jenes Also weißt du Du kannst ja kaum noch in Schwimmbäder gehen Da gibt es nur noch Klopperei Weißt du Guck dir mal so Vielleicht kann ja demnächst jemand Sich so als ein Geldschein fühlen Der muss zwischen seine Brüder gebracht werden Damit er seine Brüder in Sicherheit bringt Ich fühle mich als Geldschein Ich fühle mich als Geldschein Und meinen Orangenen Bitte Ich vermisse sie Ich fühle mich als Geldschein Bitte lasst mich an meinen Geschwistern Stell dir das mal vor Wo kommt ihr denn da hin? Ohne Scheiß Ich glaube ich fühle mich als Geldschein Ich fühle mich als Geldschein Wenn ihr das nicht akzeptiert Ich bringe euch vor Gericht Und klage euch an Ich bin ein Geldschein Ich fühle mich jetzt als Pyramide Und jetzt bin ich alle recht Ich bin ein jeder nach 500 Euro Schein So Wenn wir was dagegen sagen Ich klage euch an Ihr habt mich an Ich gehe zur Bank Und verklage die auf Schmerzensgeld Ich sage Ihr habt meine Persönlichkeitsrechte Persönlichkeitsrechte verletzt Ich fühle mich verletzt Gedemütigt in meine Persönlichkeitsrechte Anklagen Ich bin ein jeder nach 500 Euro 100 Euro Schein Ich muss zu meinen anderen Geschwistern Ich will mich da rum So rumtollen Und so richtig wie es so geht Fühlt sich als Wolf So Die eine ist ein Wolf Ich bin ein Geldschein Der andere ist vielleicht ein Fleischwolf Ich fühle mich als Fuchs Hast du mal das Video gesehen Ich fühle mich als Fuchs Genau Das ist ja genau Sei einfach das was du willst So total satanisch Sei auch immer was du möchtest Mach auch immer was du willst Ja Siehst du was der Satan In dieser Gesellschaft Hör mal weißt du was ich letzte Tage erlebt habe Das ist ja noch das aller krasseste Da gehe ich nach Netto Da möchte ich mir So einen Wurstsnack kaufen Greif zu chicken Weil ich esse ja kein Schweinefleisch Weil Gott hat uns das ja verboten Hör mal Da steht da hinten drauf Da steht da hinten original drauf Schweinefleisch mit drin Schreiben aber dick und fett vorne drauf Chicken Hör mal Du kannst Schweinefleisch essen Das ist nicht für dich gegeben Das Gebot Das war für die Juden gegeben Nicht für dich Nein also es gibt ja auch Nein Moment mal Es gibt ja auch Studien Wo wirklich bewiesen wurde Okay das ist was anderes Aber nicht weil du gesagt hast Gott hat uns das verboten Verstehst du Doch das steht ja schon im Alten Testament Bist du eine Jüdin oder was Nein aber Nein natürlich Nein Ich bin mir nicht Ich bin mir nicht Aber Gott Ich bin mir nicht Aber natürlich Sind natürlich die Gebote Nicht aufgehoben Und wenn man natürlich Nein Das Alte Testament Gilt für die Juden Die ganzen Speisegebote Okay ich frag dich jetzt mal Isst du Schweinefleisch? Ich esse persönlich nicht Schweinefleisch Weil ich schon als kleines Kind Nicht Schweinefleisch gegessen habe Ich habe mich dort abgewöhnt Ich bin ja Aber ich mache es nicht aus Ich bin mit meinen Eltern so Ich will es nicht aus Schweinefleisch Ich habe gar kein Problem Damit ist es überhaupt gar kein Thema Der Herr hat dir das gegeben Der Herr sagt nicht was in deinem Mund reingeht Macht euch umrennen Sondern was aus deinem Mund Was aus deinem Mund rauskommt Ja ja Ich weiß Aber ich möchte das aus Überzeugung Aber Jesus ist Gott Ja natürlich Gott in Fleisch gekommen Natürlich Ja weil das eine folgt dann auch das andere Wenn du auf einmal anfängst So aus dem Alten Testament Gebote und Verbote da mitzunehmen Und dann folgt das eine auf den anderen Naja also es gibt ja auch Leute Die den Sonnentag Den Sonntag heiligen Obwohl der Schabbat Eigentlich der heilige Tag ist Also der Samstag Also ich weiß auch gar nicht Samstags kommt das Samst Oder was Was ist hier los Ich habe mir wirklich Wir sind keine Juden Die Juden Glauben an das Alte Testament Also man hat sich glauben Und halten sich an das Alte Testament Und das ist für sie gegeben worden Die ganzen Gebote und Verbote Die der Herr dem Mose gegeben hat Am Berge Sinai Naja Ich sage mal so Ist ja auch jedem Gläubigen So sich selber überlassen Was er macht mit seinem Glauben Und wie der Herr einen führt Und Ja Also der Herr sagt auch Bittet euch wird gegeben Weißt du Amen Amen Okay Susina Gott segne dich und deine Familie Gott segne dich auch Mein Lieber Ich wünsche dir noch viel Spaß Und lass dich bitte nicht ärgern Von den ganzen Von den ganzen Terroristen hier Ciao Bis denn mein Lieber Ciao Ciao Ja Es ist sehr schwierig als Geldschein Ich habe manchmal sehr große Depressionen Dass ich meine Geschwister vermisse Könnt ihr mir vielleicht helfen Gibt es vielleicht einen Anwalt Der die Banken verklagen kann Dass ich zu meinen Geschwistern gehen kann Und sie mitnehmen kann Ich fühle mich sehr sehr einsam Ohne meine Geschwister Und zwar die Lilanen bitte Stellt euch das vor Ich bin ein Wie Imam Metti Der ist ja der letzte Prophet Ich sage Ich bin Ex-Muslim Der Lilane Der Lilane 500er Ich möchte zu meinen Geschwistern Bitte bring mich zu jeder Bank Aber nur Lila Ich möchte zu meinen Lila Geschwistern Vielleicht bist du der Lila Launebär Ja genau Unfassbar Das kannst du keinem erzählen Ehrlich Jeder ist da auf einmal irgendwas geworden Ja Na danke King of Kings Gibt es einen Anschlag auf nicht? Ne den gab es mal Aber Jesus Christus hat den vereitelt Amen Durch den Staatsschutz Ich fühle mich als Rentner Sehr gut Nächstes Beispiel Leute geht morgen zum Gericht Und sagt Ich bin ein Rentner Ich fühle mich sehr alt Fühlt euch in euren Persönlichkeitsrechten Äh Hier sag mal Benachteiligt Ich bin ein Rentner Ich fühle mich Ich bin ein junger Mann Ich bin ein alter Mann Gefangen in einem Körper Von einem jungen Mann Ihr müsst das akzeptieren Gebt mir jetzt mein Rentengeld Ich habe keine Lust mehr zu arbeiten Herr damit Rente einklagen Sofort her damit Siehst du wo das Ganze hinführt Wenn jeder auf einmal klagt Um seine Persönlichkeit Wo kommen wir denn da hin? Ist doch behämmert sowas Irgendwo gibt es da eine Grenze des Wahnsinns Oder was? Stell dir mal vor Jemand nimmt das jetzt ernst Und sagt Ey der Armin hat ja recht Wir leben ja in so einem verrückten Stadt Wo das auch noch möglich wäre Ich fühle mich als Geldschein Ich will zu meinen Geschwistern In die Bank rein Bitte tut mich bitte dahin Und wenn nicht Dann müssen wir die Bank verklagen Auf Schadensersatz Wir haben ja genug Geld Damit ich meine Geschwister zu mir nehmen kann Wenn ihr mich nicht zu meinen Geschwistern lässt Dann hole ich meine Geschwister raus Stellt euch das mal vor Leute Stellt euch das mal vor Ihr wollt mir nicht meine Geschwister Ihr wollt mir nicht zu meinen Geschwistern lassen Dass ich bei ihnen bin Okay dann hole ich meine Geschwister von euch raus Und verklagst die Bank Das ist so krank Hallo mein lieber Gott Gottes Segen Also ich habe vorhin in Paulus 13 gelesen Dass Sonne dort kommt Von amerikanischen Rechtsradikalen geschrieben wurde Ja ich auch Das war nicht nur bei Paulus 13 Sondern auch bei Paulus 6,7 Da habe ich es auch noch gesehen Naja 6,7 Ja habe ich gesehen Naja 6,7 Also siehst du korrekt Dass du es bestätigst Naja aber Paulus 13 Ist natürlich noch ein bisschen heftiger Und Rechtsradikale Da willst du mal ernsthafter thematisiert Bei Paulus 13 Bei 6,7 wird es nochmal angesprochen Aber bei 13 Willst du dann sprechen Für die Leute nochmal sichtbar Absolut Absolut Das ich vorhin noch sagen wollte Also ich persönlich Ich bin auch ein wiedergeborener Christ Und ich esse Schweinefleisch Natürlich Also ich schweinefleisch Und wie du gesagt hast Jesus hat ja gesagt Es ist ja nicht wichtig Was du zu dem zu nimmst Sondern was aus deinem Herzen kommt Und gerade deswegen Es ich schweinefleisch Weil überall merkt man ja auch Dass gerade schweinefleisch Immer mehr auch verbannt wird Man merkt ja so im Alltag Dass ja gewisse Dinge Sag ich mal Ich habe letztes Mal Wollte ich auch was kaufen Und habe ich aussehen schicken mitgenommen Weil das ja überall schon Christa schon fast gar nicht mehr Das wird ja überall irgendwo so Ich meine Das muss ja jeder selber wissen Was er ist Aber so im Allgemeinen Ist es eigentlich nicht wichtig Jesus hat ja auch gesagt Lasst die Menschen noch ihre Tradition Würdest du dein Tier nicht aus einer Grube holen Gerade an einem Sabbat Spielt doch keine Rolle Ja Und eine Frage noch Wo war nochmal diese Suche Wo du gesagt hast Allah hat einen Stuhl Einen Tisch Und ist ein kleiner Mann Mit lockigen Haar Und grünem Anzug Ja das ist das Buch Von Ibn Taymiyyah Bayan Talbis Al Jamiyyah Band 7 Auf der Seite 290 Okay Alles klar Hast du schon mal vorgestellt Wie da aussieht Mit grünem Anzug Und lockigen Ja also Kennst du diesen einen Der Von den Celtics Ja Ja klar Und das ist So ihre Meinst du Ja genau So ein irischer Gnom Ein irischer Gnom Der hinter so einem Regenbogen sitzt Genau das ist der Das ist nichts anderes Die Leute denken das ist eine Beleidigung Aber der Ibn Taymiyyah beleidigt das doch Oder erzählt uns das Und wir machen uns Gedanken darüber Was ist das bitte Ist Allah ein kleinwüchsiger grüner Ist Allah ein kleiner Mann Mit einem grünen Anzug Und lockigen Haar Und bartlos Du weißt doch Wenn Mohammed etwas In seinem Traum sieht Dann ist das ja wirklich so Er hat ja auch Ayşe In einem Traum gesehen Dass Engel Gabriel sie ihm gegeben hat Auf diesem Traum beruht ja seine Ehe mit ihr Der sieht einfach eine Ein kleines Mädchen Das ihm gebracht wird Von Engel Gabriel Und gesagt hat Nimm sie zu deiner Frau Der geht hin zu seiner Zu seinem besten Freund Und sagt Hier geh mal deine Tochter her Und der Abubakkel ist fassungslos Und sagt Du bist mein Bruder Und dann sagt Ich bin dein Bruder in der Religion Aber gib mal Ayşe ist für mich erlaubt Ja Vielleicht hätten wir auch nicht Diese Probleme gehabt Wir gehen in einem Traum Gegen einen Traum Das ist ja das Kranke Wenn also dieser Traum Schon eine Katastrophe ist Ja was ist denn dann ein anderer Traum Das kann man sich ganz ernst nehmen Hätte die Ziege die Ferse dich gefressen Hätten wir dieses Problem Vielleicht gar nicht heute Nicht Ja ist schon echt übel Ja danke dir für deine Aufklärung Und Gottes Segen Und pass auf dich auf Und ja alles Gute euch Gott segne dich und deine Familie Danke Tschüss Hallo Hallo Oder Gian Ähm Wie geht's dir? Amtelie ist es mir geht's gut Wie geht's dir? Mir geht's gut Ähm Ja weil ich auch zum Christentum seit 2019 konvertiert bin Weil es mir so schlecht ging mit dem Islam So schlecht Oh Was heißt zum Christentum konvertiert? Was meinst du damit? Ja ich hab gesagt Jesus Christus Ich nehme dich als mein Herrn Und als mein Erlöser an Okay das hört sich schon mal sehr gut an Jesus ist dein Gott Keine 10 Sekunden später War die ähm Schwere Depression verschwunden Halleluja Jesus Christus ist dein Gott Ja mein Herr und meine Erlöser Und dein Gott Ja auch aber es gibt ja Dreieinigkeit Ja richtig Jesus Christus ist der allmächtige Gott der ins Fleisch gekommen ist Der ewige Sohn Gottes Der Gott selbst ist Ich hab das von 2006 bis 2019 mit dem Islam ausgehalten Aber ab 2008 wurde es so unerträglich Ich dachte ich kannte Jesus nicht bis 2019 Ich hatte Freunde aus WhatsApp Christliche Also ich hab das mit 2 bis 2019 Hab ich das kaum ausgehalten In 2019 wollte ich mich fast umbringen Weil die Depression so stark war Ich wusste dass das vom Islam kommt Weil 10 Sekunden später als ich Jesus angenommen habe War die Depression sofort verschwunden Das ist einfach heftig Hier schreibt jemand dass du lügen würdest Warum? Weil du schon bei anderen Leuten live warst Mit dabei was und andere Sachen erzählt hast Ja ähm Ist keine Lüge Ich bin Warum solltest du mich zum Islam zurück Und mich umbringen Und mit Depression Warum solltest du das machen? Hm Ich weiß nicht Irgendwas stimmt mit dem nicht Ja Das sind meine Hater Deine Hater Also ok Machs gut Der lüge Der ist Muslim Ich hab den schon debunked Also ok Salam Aleikum Du bist doch nicht tatsächlich Wieder Adelante In einem Livestream Man Ist doch eine theologische Diskussion Man Wie viele Wie viele Accounts hast du man? Und zwar 22 Ich stehe kurz vor der 23 Wegen dir Warum machst du das überhaupt man? Warum bist du so? Wegen deinen blauen hübschen Augen Oh Wie so ein Dämon man Guck dir das mal Das ist nicht normal Du weißt du wolltest es verdammt Aus Keinen Nerv auf sowas Warum macht man denn sowas? Warum? Grüß dich Hallo mein lieber Gott segne dich Und deine Familie Ist unglaublich ey Danke Warum mir den letzten Nerv der Typ Jedes Mal Ich wollte fragen Also ich bin Moslem Aber ich sehe das Christentum auch Als eine gute und friedliche Religion Wieso debattierst du eigentlich nicht mit Anders Islam? Ich habe ihn doch angeboten Der soll ein Livestream machen Ich komme doch zu ihm Warum müssen wir uns treffen man? Wo ist das Problem? Ist doch doch eine willige Ausrede man Ich habe das nur auf einem Video gesehen Angeblich Dass du nicht willst Ich habe den gesagt Anders kommen wir auf mit dem Blödsinn Wenn du wirklich eine Diskussion haben willst Mach einen blöden Livestream Ich komme bei dir rein Dann gehen wir diesen paar Themen durch Wo ist das Problem? Was willst du daraus? Ein riesen Spektakel machen oder was? Okay okay Wer ist das von dieser Anders Islam? Ist das eine Autorität in der islamischen Welt oder was? Wie meinst du das? Das ist ein niemand Das ist keine Autorität Der wird von allen Muslimen abgelehnt Und sagt Das ist ein Kerfer ist das man Also ich finde Das ist ein ziemlich schlauer Du findest er ist richtig schlau Aber der ist voller Kerfer ist der Typ Wieso? Weil der Bock keine Peilung hat von seinem Islam Er spricht doch die Wahrheit über unsere Religion aus Na ehrlich Er spricht die Wahrheit über seine Religion Deswegen hat er auch Probleme Dass Mohammed ein kleines Kind geheiratet hat Und sie auseinandergenommen hat Die mit Puppen gespielt hat Und das vor allen Leuten Sag ich hab selber ein Problem damit Ne aber er will ja mit dir über Aisha eine Debatte führen Hab ich doch gesagt Mach einen blöden Livestream Ich komm bei dir rein Okay ja Ich hab zwar keinen Kontakt zu ihm Aber ich werde ihn privat rein Das ist doch Ich hab ihm das doch gesagt Vor allen Leuten Vor über 2000 Dann mach doch einen blöden Livestream Ich komm bei dir rein Damit du nicht denkst Dass ich dich rauskicke Ich komm bei dir rein Dann brauchst du mich nicht rauszukicken Dann kann ich dich ja nicht rauskicken Ja Okay ja Ich wünsche noch einen schönen Tag Ich dir auch Gott segne dich Und deine Familie Schon wieder stellt Diese Adelante mir eine Anfrage Das kann doch nicht wahr sein Adelante Auf mir eine Anfrage zu stellen Sonst blockiere ich dich Hallo Amir Hallo mein Lieber Gott segne dich und deine Familie Gott segne dich auch und deine Familie Ich hab nur eine kurze Frage Also ich seh dich öfter mal Ich finde auch dein Wissen unglaublich Ich bin selber Christ Bin auch getauft Und alles was dazu gehört Im Glauben Ich hab nur eine Frage Und zwar Was ich nur nicht verstehen kann Ist weil Warum Also ich finde es ja toll Was du machst Ist auch nicht böse gemeint Aber manchmal Wenn du halt Wenn Muslime reinkommen Und anfangen dich zu beleidigen Dann gehst du schon auf eine Schiene Dein Ton ist weg Dein Ton ist weg Hörst du mich? Hörst du ihn oder ist alles okay? Hört ihr mich? Kannst du mich hören? Ja, ich höre dich Achso, super Also was ich nur manchmal nicht verstehe Ich finde es wirklich gut Wie gesagt Über dein Wissen und was du hast Aber Was ich manchmal nur nicht verstehen kann Ist Also ich glaube ja daran Dass Jesus Christus ist ja unser Gott Und er war ja die Pure Reinheit Die pure Liebe Und dass wenn jetzt Muslime dich beleidigen Oder sonst dergleichen Dann bist du ja manchmal auch Du gehst halt darauf ein Und Lachst sie dann aus Oder sonst dergleichen Meinst du, dass das aber auch Der richtige Weg ist? Weil ich finde Das mit deinem Wissen Was du hast Könntest du doch Viel lockerer bleiben Oder sein Und Darauf gar nicht erst eingehen Ist jetzt nicht böse gemeint Nicht auf dich persönlich Getroffen oder so Auch nicht sauer sein Ich frage dich jetzt einfach nur mal Besser mal Besser ich lache darüber Anstatt diese Leute zurück zu beleidigen Denn das wäre natürlich nicht Christuslike Verstehst du? Genau Besser ich lache Über diese einigen Wahnsinnigen Die hier reinkommen Anstatt sie zurück zu beleidigen Und ihre Mütter und Väter zu beleidigen So wie sie meine Mutter und meinen Vater beleidigen Das machst du ja nicht Das weiß ich ja auch Wer ist denn Christus eher? In dem Sinne? Siehst du? Weil also wie gesagt Ich kriege es ja manchmal mit Und dann frage ich mich Oder ich finde Weil du weißt selber Keiner von uns Menschen Ist sündenfrei Ist recht schon ein Gedanke Ist schon eine Sünde Auf jeden Fall Und Nur Manchmal finde ich es halt so traurig Wo ich dann denke so Jesus hätte ja nicht anders Okay Ich will uns jetzt nicht mit Jesus vergleichen Um Gottes Willen Aber Jesus Hätte ja so in der Art nicht reagiert Denke ich mal Der Jesus Christus hat die Menschen Als Heuchler betitelt Er hat die Pharisäer Als Teufelskinder betitelt Ich weiß gar nicht Wie heftig der Jesus Christus war In seiner Ausdrucksweise Ganz scharf und direkt Ganz scharf und direkt Hat die Leute aus dem Tempel rausgetrieben Raus Was habt ihr aus dem Was habt ihr aus dem Genau Das steht ja in der Bibel Was habt ihr aus dem Habt ihr eine Räuberhöhle gemacht Raus Genau richtig An dem Tag ist er ausgerastet Da hast du recht Ja Bloß was ich nur versuche Oder was er ja versucht Uns zu vermitteln ist Dass wie gesagt Egal ob jemand was Böses will Oder sonst dergleichen Dass wir trotzdem immer Das Gute für denjenigen wollen Und das kommt manchmal Leider bei dir halt nicht so rüber Ich weiß dass viele junge Leute Oder auch nicht junge Leute Bei dir in den Content reinkommen Und viel Mist erzählen Und auch Sachen Die überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen Oder schnell beleidigt sind Wenn du halt mit Fachwissen kommst Was ja auch stimmt Also die können es ja alle nachlesen Es ist ja nicht so Dass du dir aus dem Ärmel ziehst Ja Aber ich finde es manchmal halt Traurig Also ich persönlich Das ist jetzt wirklich nicht auf dich bezogen Wie halt Wie du halt manchmal reagierst Also sage ich dir ehrlich Wo ich denke Okay wenn er doch Jetzt ruhiger bleiben würde Ja aber du hast es Ich kann ja nicht jedem Immer alles recht machen Das ist ja Quatsch Ich bin auch nur ein Mensch Ich kann dir doch nicht alles recht machen Oder dem alles recht machen Oder dem alles Wenn es jemandem nicht passt Der braucht mir ja nicht zuzuhören Oder nicht Bist du damit einverstanden? Natürlich Wenn du also Amirs Art nicht magst Wie er vorgeht Wie er redet Wie er was wiedergibt Dann brauchst du ihm doch gar nicht zuzuhören Anstatt dich dann aufzuhören Ja aber du könntest doch das so machen Aber du kannst Nein Ich möchte mich nicht verändern Irgendwen Ich möchte einfach meine Art und Weise So weiter beibehalten Und du siehst ja Dass ich zig, hunderttausend von Menschen erreicht habe Und die sich alle Gedanken machen darüber Ja das ist ja auch schön Das was du auch tust Ist ja auch was Schönes Also du klärst ja die Leute auf Die wirklich immer irgendwelche Sachen nachlesen Bei Onkel Google nenne ich das mal Oder sonst dergleichen Die in ihrem Leben ja noch nie die Bibel gelesen haben Ich habe die Bibel gelesen Schon zweimal Und ich werde sie auch noch ein drittes Mal lesen Weil ich merke selber bei mir Wenn ich die Bibel lese Von Mal zu Mal sozusagen Verstehe ich sie immer mehr Also ich glaube wenn man die Bibel nur einmal gelesen hat Man kann nicht alles verstehen Die ist dafür viel zu groß die Bibel Ich habe gemerkt beim zweiten Mal Habe ich dann noch mehr verstanden Und ich werde auch beim dritten Mal Wahrscheinlich noch mehr verstehen Ja Danke dir Danny Ich danke dir auch Danke nochmal Ja Gott segne dich auch Danke Tschüss Ja die Bibel ist ein sehr sehr wundervolles Buch Das man immer lesen kann Jedes Mal Jeden Tag Jedes Mal aufs Neueste Findet man immer wieder wunderschöne Sachen Die man vorher noch nicht gewusst hat Sogar wenn du die öfters durchgelesen hast Danke dir Mut Gott segne euch alle ihr Wundervollen Haltet immer am Herrn Jesus Christus fest Seid immer auf der sicheren Seite Don Perillon Hallo Ich stelle eine Anfrage und dann Hörst du mich? Ja ich höre dich Ich habe eigentlich schon in der Familie Ich habe mal eine Frage Und zwar Soweit ich weiß Gehörst du keiner Kirche an oder? Nein Ich gehöre keiner Kirche an Also hältst du Erzähl weiter Was soll ich von den Großkirchen halten? Was soll ich denn davon halten? Sag mir bitte Heißt jetzt von den Kirchen Kirchen Die auf einmal anfangen Kirchen auf einmal die anfangen Gleichgeschlechtliche Ehen durchzuführen Was soll ich davon halten? Was meinst du? Ja das ist ja jetzt die Bei den Evangelischen Ist ja die Martin Luther Kirche Auch genannt Heißt du die Martin Luther Kirche Ist dann besser oder was? Ja ne Also ich Ich kenne Ich habe jetzt auch aus Erfahrung Also es geht halt Auch oft um Meistens geht es gar nicht mehr Um die einheitliche Um das einheitliche Um das Beten zusammen Sondern eher auch so Um das Geld sammeln Und sonst was Deswegen Wollte ich mal fragen Ob du das genau so siehst? Nein Ich wünsche mir von Herzen Dass die Kirchengemeinden Oder die Kirchenmitglieder Vereinzelnd Alle Die dort drinnen noch sitzen Und alles Sich Gedanken machen Um ihre Ewigkeit Und Den Herrn Jesus Christus Als das sehen was er ist Wenn du da durchgehst Die meisten wissen ja gar nicht An was die da eigentlich glauben Das ist das Traurige Und ich wünsche mir Die ganze Zeit von Herz und Bete Auch immer Dass so viele wie möglich Aufgeklärt werden Damit sie verstehen Wer der Herr Jesus Christus ist Und was er für sie getan hat Und dass es nicht nur So eine Traditionschristentum ist Und sagen Ja ich bin doch schon als Christ geboren Nein Das ist Das ist Quatsch Du musst dich eines Tages In deinem Leben Für ihn entscheiden Du musst also Buße tun Vor ihm Und Reue zeigen Und dementsprechend Von neuen Geborenen Ja Also ich verfolge dich schon sehr lange Schon damals Mit der Sache mit ABK Da hast du ja aber auch Also Da hast du dich eher so Jetzt nicht böse ausgedrückt Aber da hast du dich halt So ein bisschen zum Affen gemacht Weil da hast du das Ganze Nicht so ernst genommen Aber ich muss ehrlich sagen Seit zwei, drei Jahren Schaue ich dir auch live Auf TikTok zu Und ich kann dir dann Nur mein Lob aussprechen Mach weiter Gott segne dich Danke dir Mach's gut Schalom Bruderherz Hallo Gott segne dich Danke Danke dich auch Also ich wollte gerne was zu dem davor sagen Der ja immer Naja was heißt immer Es gibt ja immer wieder so Menschen Die halt das eigentlich Im Herzen gut meinen Ich verstehe das Aber sie vergessen Dass wir Menschen sind Und dass wir auch Manchmal die Geduld verlieren Oder halt Nicht immer in der Ruhe Und in der absoluten Liebe Antworten können Aufgrund dieser Arbeit Wo man sehr vielen Menschen begegnet Und diesen Menschen sage ich Macht doch ihr einen live auf Setzt euch hin mit Gesicht und Name Und macht mal das Was der Bruder macht Was der Pavlos macht Was der Danny macht Was der Bruder Reza macht Dann macht ihr das mal Habt ihr mal den Mut Und die Stärke Und die Kraft Im Herrn Jesus Christus So zu vertrauen Dass du wirklich Die Sachen beim Namen nennst Und dann gib uns mal Neue und bessere Vorschläge Weil das ist nicht einfach Was wir hier machen Ja das ist nicht einfach Hinterm Bildschirm zu sitzen Ohne Name Ohne Bild Ohne Bekanntheit Irgendwo zu haben Ja Und dann immer so Ja mach das doch so Wir sind alles Geldscheine Ich bin ab heute auch ein Geldschein Vielleicht werde ich auch Meinen eigenen Avatar machen Ich komme nicht mehr so mit dem Gesicht Ja aber jetzt ist eh vorbei Jetzt ist es vorbei Amir Das war's Ja aber weißt du Ich verstehe das nicht Wieso machen sie das nicht selber Wenn du doch so gute Ratschläge hast Ich verstehe die Intention dahinter Ich kann das nachvollziehen Ist okay Aber dann mach es doch selbst Und geh in diese Löwengrube rein Wo kein Zirkusspaß ist Wo wir über Blümchen Und weiß ich nicht was reden Das ist ein Hardcore Thema Okay und da ist es nicht immer einfach Wirklich ruhig zu bleiben Und du bist auch nur ein Mensch Du bist ja nicht der Herr Jesus Christus Klar wir sollen ihm immer ähnlicher werden Amen Aber schaffen wir das immer In allen Dingen In allen Belangen Mit allen Menschen Das ist unmöglich Unmöglich Dann sollen sie es selber machen Sollen sie es live öffnen Und dann selber in diese Arbeit reingehen In diese Hardcore Thematik Wo es wirklich gefährlich werden kann Sollen sie es doch besser machen Ganz ehrlich Ja Jeder der es meint Der es besser machen kann Der soll das dann gerne machen Mit Gesicht zeigen Alles mögliche Dann kannst du das ja gerne machen Mal gucken wie lange du das aushetzt Und was du bei dem einen oder anderen dann sagst Mal gucken Ja genau Weißt du In der Komfortzone Kann ich mich auch zurücklehnen Und sagen Na ja also da muss man schon gucken Und dies Ja schön und gut Aber geh doch mal auf die Straße Geh doch mal auf TikTok live Und rede die Dinge beim Namen Egal ob es Katholizismus Orthodoxie Islam Buddhismus Hinduismus Okkultismus Illuminati Was auch immer Der Teufel hat viele Fangarme Klär das mal auf Und dann mal gucken Wie lange du es schaffst Wirklich immer komplett Ruhig zu bleiben Und gar nicht fleischlich zu werden Das schafft kein Mensch Dafür kam ja auch der Herr Jesus Christus Weil wir es nicht können Weder das eine oder das andere Wir sind absolut auf die Gnade Gottes angewiesen Und ihn zu bitten Dass er uns hilft Weil wir können es nicht Auf keinen Fall Ja Das wollte ich nur mal sagen Also Bruder Herz Weiter so Und ja Gott sei Dank Mach's gut Ciao Pavlos Gottes Segen Bruder Alles gut Wollte ich was fragen Alles gut Bei mir Ich hoffe auch bei dir Bist du müde? Ich bin müde Ich bin fast am Pelle Ich bin nur gearbeitet Bruder ich wollte dich was fragen Ich hab mir so zufällig Isar Heisenherz So wie er heißt Nochmal angeschaut Na Heisenschwärz Der will ja jetzt Menschen hier verfügen Aber der hat uns so gesehen herausgefordert Das ist doch ein Bauer Aber er hat eine Menge Zuschauer Und da würde ich am liebsten die tausend Leute das Wort Gottes predigen Einfach nur die Tito Sachen vollstopfen Das ist ein Schwätzer Das siehst du doch schon an seinen Videos Wer kann denn sowas ernst nehmen Das ist ein Mann Ein erwachsener Mann Ein über 45 Jahre alter Mann Wer nimmt sich wie ein 16-Jähriger Macht Tutorials Wie man sich schminkt Und was ist das bitte? Was ist das? Es fehlt nur noch Dass er sich auch noch einen Rock anzieht Weiß das denn noch? Was soll das? Was ist das? Sind wir jetzt im Gay Club angekommen oder was? Weiß das denn noch was? Der Bruder Der sagt Einer ist hingegangen Der hat gesagt Ja Jesus Christus ist ja wissenschaftlich bewiesen Mit der Historik Alles und dann Dass er gekreuzigt worden ist Was er sagt Das ist eine Lüge Gibt es kein wissenschaftlicher Bemerkung So was schon hören Wir haben Historiker Die das eindeutig beweisen Der größte Bibelkritiker unserer Zeit Bart Ehrmann Der mit anderen Gespräch führt Und sagt Ich glaube nicht an die Bibel Aber Jesus Christus wurde wirklich gekreuzigt Das ist ein Fakt Ja Ja Hast du gesehen wie auf einmal Mohammed Hijab da war Oh diese Antwort will ich aber nicht hören Wie der Bart Ehrmann Den Islam komplett den Boden unter den Füßen weggezogen hat Wie verrückt muss man als Muslim sein Sich mit ihm Also ihn zu interviewen Gegenüber der Bibel Und der Kreuzigung und Jesus Christus Es gibt einige Fakten die er einräumt Und sagt ja Die kann man nicht leugnen Ich habe nichts mit der Bibel zu tun Aber Jesus Christus wurde eindeutig gekreuzigt Das ist auch verstanden Ja Dieser Fakt ist da Ja genau Und das sind so Fakten Das wird mir schon Punkte sein Weil der so dreckig lügt Das wird mich schon richtig aufregen Schon mitten in den Gesprächen Wenn sowas ernst nimmt Man merkt dass er sich niemals Mit der Thematik auseinandergesetzt hat Der Typ ist einfach nur da Um Geschminktutorials zu machen Und sich einen Rock anzusehen Das war es Mehr ist das doch gar nicht Das tut mir sehr leid für ihn Weil seine Glaubensbrüder sehen ja dann halt Wie er so lebt Und dann erklären die den als Käfer Hab ich doch schon mal erklärt Dass das Blut dieser Menschen Für Halal erklärt wird Die werden ihn aus dem Islam exkommunizieren Ganz einfach So jemanden Was willst du da machen Der Mohammed hat ja gesagt Das was uns und die Ungläubigen trennt Ist das Gebet Und wer eine von den Ungläubigen nachahmt Der ist einer von ihnen Lebt der wie ein Muslim Hat der Sundabat Hat der Klamotten der Muslime Grenzt der sich ab von den Kuffar Sieht aus als würde der Unterstützer LGBTQ sein Sehr gut Siehst du da sehen wir schon mal Dass ein Muslim auch in seinen Schriften unterscheiden kann Zwischen einem echten Muslim Der Mohammed und seinen Gesangten liebt Und ihnen richtig folgt Und einem Heuchler Der nur mit seinem Mund bekennt Dass er Muslim ist Und dann zu Burger King rennt Und ein Eis kauft Und sagt Wir denken an die Kinder von Israel An die Kinder von Palästina Natürlich essen wir kein Eis mehr Und er geht das vorher bezahlen Und hat die Leute finanziert Wie willst du mit so jemandem Mit so einem beschränkten Menschen reden Das vorher Das vorher überwiesen Als hätte er irgendwas grandioses gemacht Dass die Leute sagen Oh du hast es aber wunderschön gemacht Schwester Issa Wie ein Löwe Schwester Issa Wie eine Löwin hast du das gemacht Wie eine Löwin hast du das gemacht Wundervoll Wie eine Löwin Du willst also diese Firma finanzieren Gehst dorthin Zeigst das Eis Ja natürlich machen wir alles für die Kinder Schmeiß das in den Müll Andere Kinder sind am verhungern Und du Hast nichts besser Als so eine Gute Sache hochzuladen Das schlimme ist Der letzte Dass die Leute sich darüber Lustig machen Na der Kranke Ja heftig ey Wahnsinn Ja Ganz arme Seele ist das Eine ganz ganz arme Seele Ich wollte das nur sagen Bruder Armin Wenn du willst Lad ihn ein Du kannst ihn sowieso Nochmal das Man vorstopfen damit Weil der Der regt schon auf Manchmal regt einfach Obwohl er so viel Müll labert Hat und nicht mal mit ihm zusammen zu tun hat Aber er fischt mit unwissenheit Wie geht das denn frage ich mich Wie kann man mit unwissenheit fischen Niemand der sich auskennt Würde niemals da hoch gehen Und ihn als Oder beziehungsweise ihn als Autorität sehen oder was Wer von uns ist überhaupt eine Autorität Wer Keiner von uns ist eine Autorität Aber er noch weniger Er hat sich ja noch nicht mal mit irgendwas auseinandergesetzt Wir können ja wenigstens sagen Okay wir haben Und das ist ja unser Thema Wir beschäftigen uns ja von morgens bis abends damit Und machen uns ja Gedanken darüber Er trägt langes Haar wie eine Frau Ja das ist Wahnsinn Richtig so zuhälter verschnitt von Wish bestellt Unglaublich Wie bist du da draufgegangen? Ich möchte nicht sagen Was ich zugespielt bekommen habe Die Leute haben mir ein Video von ihm geschickt Einfach nur krank Einfach nur krank Wie der sich selber aufnimmt Wie er Du weißt schon was macht Sollen wir auf diese Schiene gehen Wenn er dort so einen Scheiß über mich labert Soll ich jetzt ein Video von ihm veröffentlichen Wie er sich in Pose setzt oder was Mach weiter Gott segne dich und deine ganze Familie Deswegen sollten wir niemals gleiches mit gleichem vergessen Weil ich weiß wer in ihm ist der sowas sagt Weiß ich dass ich das überwinde Weil der Teufel mich reizen möchte Verstehst du? Aber ich lasse mich nicht drauf an Das ist wirklich so Gott segne dich und deine Familie Ciao Ja Dr. Schef Abu Amir Natürlich Einiges zugespielt bekommen Boah so ne Scheiß Ich muss ja zum Training Ich bin genau jetzt angekommen Aber Amir Ich dachte ganz schnell Dieser Issa Ich schwöre Ich schwöre das ist fertig Er wurde dir erzählt Ich war die ganze Zeit bei dem Digga Ich hab dann die Hölle Eis gemacht bei dem Und er tut dann so Auf jeden Fall Am Ende sagt er so Sagt er so Redet der Scheiß über dich Und sagt Ja lass mich nicht sagen Was Amir gemacht hat Und so Wo er reingedippt hat Und eh nicht Ekelhafter Typ Warum redet er nicht Über seinen eigenen Propheten Der 13 Frauen hatte Und unzählige SEX-Sklavinnen Ich schwöre Das will er nicht thematisieren Ich wollte dir das so Bescheid sagen Weil ich muss ja zum Training Jalla Ach das ist nicht so ernst Lächerlich Mach's gut Ciao Eine Frage Was war der Punkt Warum du für dich gesagt hast Ich verlasse den Islam Und komme mit der zum Christentum Weil viele machen Viele sagen ja einfach nur Irgendwie aus Trend Ja viele werden Christen Ja Jesus Gott Jesus Gott Aber Wie hast du dich also Was für ein Punkt Ich sehe überhaupt keinen Trend Ich sehe immer so einen blöden Trend In den Islam rein zu konvertieren Ja jetzt ja auch Trend Zum Judentum zu konvertieren Ja Nein es fängt damit an Wenn du dich mit dem Islam auseinandersetzt Dann siehst du Wenn du den Koran liest Dass das ein menschengemachtes Werk ist Der Allah klaut zum Beispiel Seine Verse von einem mythischen Rabbiner Die tausende Jahre zuvor schon In dem Talmud stehen Allein das ist ja schon krank Der Mohammed behauptet Die Mondspaltung gemacht zu haben Obwohl das überhaupt nicht stimmt Das ist von einem jüdischen Dichter In Sura 54 Vers 1 Der Im-Nur-Reis heißt Setz dich mal damit auseinander In Sura 18 Vers 86 Klaut der Gott des Islams Eine Legende Und behauptet Dass das einfach göttliche Worte sind Weißt du was abgeht im Koran Unglaublich Nicht nur dass Mohammeds Leben ist ja auch so ein bisschen mehr oder weniger da drin verzeichnet Dass er mit so vielen Frauen verkehren darf Vorausgesetzt dass er es will Also der Gott des Universums Der alles erschaffen hat Macht sich über die sexuelle Lust seines Propheten Gedanken Das muss ich mal geben Stimmt es dass auf dich bestimmte Pläne geschmiedet wurden Ich weiß nicht ob ich das auf TikTok hier sagen darf Ja Pläne wurden immer geschmiedet Aber du weißt Die die im Hintergrund Pläne schmieden Wissen aber nicht wer sie beobachtet Dein Pläne schmieden Ja ich bin Ja was heißt neu im Glauben Also im Glauben an sich Bin ich jetzt auch schon Seit Mehr als im halben Jahr vertreten würde ich sagen Meine Taufe habe ich jetzt im Oktober Mit meinem Bruder zusammen Und Wo würdest du sagen Wo sollte man sich am besten Erstmal beschäftigen Was das Christentum betrifft Um allgemein den Glauben Jesus und alles kennenzulernen Weil viele keine Ahnung Machen sich das so kompliziert Lesen irgendwie Katechismus oder so Hast du ein paar Tipps? Nein Die einzigen Tipps die ich dir geben kann Ist einfach mal die Bibel aufzuschlagen Und darin nachzulesen Und deinen Herrn und Heiland Immer näher und näher zu kommen Jesus Christus Würdest du sagen Lieber altes oder neues Kapitel anfangen? Einfach neues Testament aufschlagen Einfach Neues Testament aufschlagen Und die Worte des Herrn Jesus Christus Veränderchen Die Briefe des Apostel Paulus Und der anderen Apostel Ich danke dir meinem Bruder Gott segne dich Jetzt geht mir Diyad wieder auf die Nerven Was ist hier auf die Nerven, Alter? Bro, ich habe eine Frage Dieser Junavo Dieser Junavo, oder? Ja Ist der denn christlicher Bruder? Nein, der ist Schiite Aber der ist halt sehr, sehr hin und her gerissen Was den Islam betrifft Der macht sich Gedanken darum Aha, und wieso kommt er hin und ver... So wie eine Muschi verpetzt er? Äh, 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 so wie eine hinterhältige Muschi Hallo, hallo, hör auf diese Worte hier zu sagen Nein, ist doch so, das ist Pussyfall Ja, aber du kannst es auch anders ausdrücken, Mann Okay, P.O.S.S.E. Ja, aber warum musst du direkt so ein Wort verwenden Ja, weil es so ist Ja, warum musst du das... Warum musst du das Genital einer Frau hier erwähnen? Ja, jetzt auf jeden Fall Wieso macht er sowas? Ja, was weiß ich Bin ich... bin ich Junavo, oder was? Ja, dann... Soll der einfach damit aufhören Das ist einfach nur weibliches Verhalten Was der Typ macht, okay? Ja, aber ist das kein weibliches Verhalten Sich so zu profilieren Und seine Arten zu machen Und sich zu schminken Das Lava zu sagen Das Lava Oder Das ist die Brüder Nur noch, dass ich diese Musik einspielen Das ist von, äh, wie heißt hier Jeder von uns Menschen macht Sünden, okay Nicht jeder Sündenbrüche, bitte dich Und er hat auch sein eigenes Problem Wie du auch dein eigenes Problem Muss man das... Okay, habe ich verstanden Ja, aber ist das im Islam erlaubt, sowas? Was denn? Ist das im Islam erlaubt, sich so ein Kanal zu machen Und den Leuten, wie so ein Kefir Seine Aura zu zeigen Und alles mögliche Und, äh, schminkfass Schminktutorial zu machen Wie er sich so voll... Was soll das? Ist das Islam? Oder geht man als Muslim hin? Ich habe die jetzt gerade zu sagen Bist du nicht seinem Bruder Und würde ich ihm eine Nassia geben? Ich würde es denn machen Und jederzeit würde ich es dann auch machen Ist das nicht der Blamhass? Guck mal, bei unserer Religion gibt es keinen Zwang Gott sagt es selber Gibt es keinen Zwang? Ja, gibt es nicht Wie bei euch Deswegen sagt der Mohammed Was ist mit deutschen Missionaren los, Alter? Ich will jetzt weiterreden, Alter Auf jeden Fall Der hat auch seine Sünden Sag ich doch nichts dagegen Dann mach ich nicht darüber lustig Mir geht es nur darum Dass eines Tages Seine Religion Das nicht nur als Sünde sieht Sondern das auch bestrafen wird Richtig Es gibt ja ein Strafmaß für ihn So was Ja, für uns alle Siehst du Also wenn die Scharia eines Tages Was wird mit ihm gemacht? Sein Besitz wird ihm weggenommen Sein Blut für Halal erklärt Eindeutig Bro, ich will dich jetzt nicht auf diese Themen aufgehen Ich wollte nur sagen, dass dieser Ginovo ein weibliches Okay, mach dir erstmal Gedanken um deine eigenen Glaubensgeschwister Die leben wie die letzten Kuffar Und sich dann auf einmal sagen Haben du vielleicht etwas? Dass du gedippt hast? Komm bitte auf damit Du kannst das bei deinem Propheten sagen Und mit A ist Raus Dipp Ist das ein Typ? Ehm, ich bin so schön Hallo Hallo? Warum machst du ein Screenshot? Nein Guck mal Hör mir zu Aber warum machst du ein Screenshot? Weil Das werde ich ausdrucken Aber lass mich jetzt reden Ich habe eine Frage Oh mein Gott Damit er so ein Titelbild hat Auf seinem YouTube-Kanal Das ist so peinlich So peinlich Ja, also nicht wegen dem Digga Guck mal, ich habe jetzt eine Frage Finde mal, was er sagt Digga Ich habe eine Frage Bitte Du nervst mich schon So lange Warte kurz Ja? Warte kurz Deine Mutter rufen mich Warte kurz Okay Also Deine Mutter hat dich gerufen? Deine Mutter Raus mit dir, du ekelnd Mensch Ich glaube, du hast Jibril gehört Der dich gleich würgen wird Der gute Jibrilki Äh, einsam Wir müssen dich würgen Essen ist fertig Die habe ich auch noch vorbereitet Oh mein Gott Was für ein Danke Ahmet ist da Oh danke dir Kusen Moin Amir Hallo Ahmad Ahmad Warte Wo ist sie? In der Moschee oder am Bahnhof? Am Bahnhof Okay Ja, dann wünsche ich mir natürlich noch viel Spaß Was denn? Moschee oder Bahnhof? Ja, ich frage dich In der Moschee ist auch laut Vielleicht bist du in der Moschee Oder bist du am Bahnhof Oder wo bist du? Ne, ich bin gerade am Bahnhof Na also, dann sagt euch Ich bin am Bahnhof Und sonst, wie geht's dir? Heilige Jesus, wie geht's dir? Heilige Jesus Was denn? Ahmad, du liebst mich Das ist aber herrlich Auch wenn du die ganze Zeit hier die ganze Zeit gehörst Aber du, ich weiß, dass du mich liebst Ich mag dich wirklich Aber du magst mich nicht Ich liebe dich, Ahmad Obwohl du Weißt du, was das Heftige ist? Du hast meine Familie beleidigt Und ich kann trotzdem zu dir sagen Ich liebe dich Wie ist der beste Unterschied zwischen deinem Muslim und mir? Wißt du? Daher will dir nichts anderes sein, ab zu lachen Also, du bist kein Warum siehst du aus wie der größte Muslim? Du siehst aus als mehr Muslim Als ich Oh, Maschallah, Maschallah, Bruder Ja, Allah, Bruder Ja, der kann mich zitieren Ich sehe so aus als würde ich gleich losziehen und die Leute Hilf dir noch was? Ja, du bist kein Mensch Danke schön Einfach Ist das nicht heftig? Kommt doch, ich spüre nicht Aber weißt du, was das Schöne ist? Weißt du, was das Schöne ist? Amir, wo kommt das Schöne ist? Weißt du, was das Schöne ist? Auf einmal kommen dann solche schönen Wörter raus Wie ich liebe dich Was kann ich für dich tun? Du brauchst du etwas Kann ich dir Abhilfe leisten? Sobald du dir sterbehilfe leisten? Wenn du den Koran rezitierst, werde ich dir immer sagen, dass ich dich liebe Ja, aber was nützt mir, dass wir nicht so ein menschengemachtes Buch rezitieren, bitte Menschengemachtes Buch, ach du heilige Makrele Heilige Makrele, du brauchst du Ey, wo kommst du ursprünglich her? Aus dem tiefsten aus Iran Nein, nein, das meine ich weiß nicht, dass du Iraner bist, dass du Schöne warst Aber aus Deutschland, wo kommst du her? Ich komm aus Buchsehude, ich wohne neben Anteiner Black Buchsehude? Ok, wenn ich nach Buchsehude fahre Ja Der Dr. Schecher war mir das fit Der Dr. Schecher war mir das fit, ne? Was sagst du? Geht es mir zu essen ein, wenn ich nach Buchsehude komme? Nochmal, ich hab das nicht gehört, hier ist sehr, sehr laut Iraner hören sowas nicht Gehen wir essen, wenn ich nach Buchsehude fahre? Wo wohnst du denn? In Berlin? Hannover Hannover, ich komm zu dir nach Hannover Wallah, komm Ja, ich komme Fährst du gerne Motorrad, Ahmad? Ne Ich komm mit Motorrad zu dir Wallah, komm Ja, ich komme, dann gehen wir ein bisschen Arabisch essen Ok, kein Problem Eines Tages, wenn ich in Hannover bin, werde ich dich direkt kontaktieren Ich schwöre, mach Ich weiß, du kommst dann direkt, ja? Wallah, ja Natürlich Ja, perfekt Ja, vielleicht werde ich dann zur Boss gehen Nein, vielleicht kriege ich dich dazu Ja, vielleicht kriege ich dich dazu Genau, mit den ganzen islamischen Texten kriegst du mich dann dazu Ich bin grad nicht alleine, ich kann jetzt nicht, wir reden dann die Tage oder so, ja? Ok, alles klar, Ahmad, Gott segne dich und deine Familie Gott segne dich und deine Familie Dankeschön, Ahmad, Gott segne dich, ciao Tschüss Ja, seht ihr? Der Ahmad ist immer weiter in der Liebe, kommt er langsam, seht ihr? Der kommt halt immer von dieser Stufe dann runter, zack, und dann geht er in diese In dieser normalen Schiene dann, ne? Wieso hast du Vollbad? Ja, weil ich Vollbad haben möchte, wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Swetidur Danke, Swetidur Danke, Alina, danke, ihr Lieben Der heilige Geist, Swetidur Armin, welche Übungen trainierst du? Ja, einfach Streetfighter Einfach Streetfighter sein Da gibt's kein gewisses Training Du musst ein bisschen auch verrückt sein in der Birne, das ist das Einige Erfahrungen haben wir schon mitgenommen in unserem Leben Wir sind also mehr oder weniger kampferprobt Wir sind auf jeden Fall ein bisschen kampferprobt Die ein oder andere Schlacht haben wir auch schon hinter uns, ey Ja, mir kannst du Serbisch, nein Aber ich denke, Serbisch kann man sehr schnell, eigentlich sehr schnell lernen, ne? Die ist nicht so schwer, die Sprache Ja, genau, da mach ich den, hier, Streetfighter Hayuken 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 Bruder Mahmoud Ist das der Bruder Mahmoud, oder meint ihr, dass der Bruder macht Mut? Assalamu alaikum Alaikum salam Ich wollte fragen, ob du Test Hamadhan kennst Äh, ja, das ist mir auf jeden Fall ein Begriff, ja Tesla Han auf jeden Fall heißt der ja auch Ja, ich weiß Dein islamischer Name ist halt anders Und ich wollte fragen, ob du zum Islam 2.0 konvertieren möchtest Äh, eigentlich hatte ich das nicht vor, aber was ist das denn? Vielleicht kann man ja eventuell mal darüber nachdenken Das Update von Islam 1.0 Hamdurila Heftig Da hat der Tesla Han euch schön alle Gehirn gewaschen, ne? Du bist ja auch bei ihm da oben, ne? Ach, hast du mich schon gesehen, oder was? Ich hab schon einige Sachen mal gehört, wo du auch drin warst, ne? Du hast, glaub ich, irgendwie ein Gebet gemacht, oder irgendwie sowas, ne? Kann das sein? Gebetet wie ein Löwe Ja, das ist heftig, ne? Ihr müsst aufpassen, was ihr da macht Ich bin ja schon krass unterwegs, aber das, was der da macht, ist ja schon heftig Wahnsinn Das ist der einzig wahre Prophet im Islam Ja, das ist ja echt heftig Also ich würde mich nicht wundern, wenn die denen, äh, ja... Keine Ahnung Aber schau mal hin, du wirst ja von den radikalen Moslems ja genauso bedroht wie Tesla Han Was ist denn radikal? Ich werde von echten Moslemen bedroht, also... Ja, klar Entschuldigung, tut mir leid Slechte du Danke Deswegen, ich glaub, die sehen da keinen Unterschied, als ob jetzt ein Tesla Han oder du das machst Ja, gut, aber Tesla Han macht nochmal übelst heftigste Sachen, ne? Dagegen bin ich ja noch im Kindergarten, ne? Ja, aber wie gesagt, ich seh das halt so, dass das denen egal ist Wenn du gegen den Islam bist, dann sind die auch gegen dich Natürlich, ich meine aber, äh, es geht nochmal in eine Schiene rein, wo das so ultra, ultra unterste Dings ist, ne? Das ist heftig, da muss man vorsichtig sein Das Thema allein ist ja schon total sensibel, und niemand weiß wieder, wie Muslime reagieren Aber dann hinzugehen und dann noch so Kinder zu erwähnen, gerade dieser Krieg in Israel und sowas ist sehr, sehr grenzwert Ja, das ist richtig, aber schon mal wie Tesla Han auch aufs unterste rassistisch auch beleidigt worden ist Ja, natürlich, ja, aber auf dem Fall gar nicht so krass Ja, Leute sagen, das Gleiche ist mir gleich, du weißt ja, wie die Muslime sind, du weißt das noch Ja, natürlich Die werden nur warten, dass du dann irgendwas sagst, damit die dich dann direkt, äh, ja Wallach-Ochsenpille Okay, mein lieber Gott, sieg dir schon deine Faride, mach's gut Danke schön, danke schön Ochsenpille, ja, sehr gut Wartet mal ganz kurz Ciao Heute ganzen Tag mit Armin unterwegs, alle sind irgendwie immer mit mir unterwegs. Jeden Tag. Ehrlich, der Täter aus Mannheim berief sich, übrigens auf 1929, 1929, 1929, 1929, 1929, 1929. Authentischer Moslem. Authentischer Moslem. Hey Bruder, wie geht's dir? Ja gut, wie geht's dir? Bruder, ich will noch etwas fragen für dich. Ja, eine Frage für mich. Kannst du diese zwei Inseln, die nach Babylon gekommen sind, in den Türen nach Flesh? Kannst du denn? Ich weiß nicht, was du jetzt meinst. Ja, 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 du weißt. Hey, ich denke, die sind Gott, doch. Die sind für Sumerien, für Sumerien, Sumerien people. Oder, I don't know, Bagdad, Babylon. Ja, Babylon, ja, was ist damit? Okay, so diese zwei Inseln, die bekommen nur direkt Flesh? Ja, 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 du weißt, ob er denn? Was wirst du denn damit? Ja, Bro, die sind auch Flesh gekommen, die sind auch in Flesh gekommen. Hast du einen gerogt oder was? Nein, 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 Bruder, ich sag die Wahrheit am Matsko. Was machst du jetzt? Bro. Als kommst du gerade aus dem Coffeeshop raus, Mann. No, Mann, komm an. Nee, ich hab diese vor... Wollah, ich hab zwei Tage gewartet, ich muss das für dich sagen. Ja, super, das ist toll. Ja, aber warum, okay, wie kann man, wie kann man Gott, wie ein Child kommen in Jerusalem, und dann grow up, und dann wurde ich gearresteert bei Romantic Empire? Bruder, was ist das, was ist das? Ja, warum fragst du denn, wie kann Gott, Gott kann doch alles? Ja, aber die kann doch, wie in Babylon, die kann auch so groß kommen, weißt du, aber nicht wie ein Child, Mann, was ist das? Ja, aber kann Gott als ein menschliches Wesen auf diese Erde kommen? Nein. Aber Bro, das macht keinen Sinn, so in kleinen... Ich hab dich gefragt, kann Gott sowas? Ah, nein, die kann nicht sowas, Mann, ich rede über die zwei Insel, aber die zwei Insel, die... Okay, reicht, zwei, zwei Insel, zwei Insel, genau, zwei Insel. Unglaublich, zwei Insel. Gottes Segen, mein Bruder, Gottes Segen. Das sieht doch so blöd aus, hier ohne Kamera. Aber so... Ah, mein Bruder, wie geht's dir? Ich hör dich nicht. Hörst du mich? Ah, jetzt, jetzt besser, jetzt besser. Ja, ja. Alles gut, wie geht's dir? Siehst gut aus? Ja, wie geht's dir? Ja, danke, ich bin sehr gut aus. Du hast ein bisschen zugeholt, kann das sein? Ich bin ein Monster. Na, sag doch nicht so, du bist ein Monster. Ja, du bist ein Monster gegen den ich sagen, das stimmt. Hör mal, ich hab da eine Frage, Amir, weil ich kenn mich mit dem Sunnitentum zwar aus, aber mit dem Schietentum. Was ist da mit denen untereinander die ganze Zeit? Die haben ja voll den Hass jetzt auf einmal. Ja, die möchten natürlich auch hervortreten und ihre Ideologie nach vorne treiben, denn die Schieten sind nichts anderes als auch Sunnitin, also die meisten von ihnen. Sie möchten auch mit Gewalt irgendwann mal dieses System hier auch zum Umsturz bringen und einen schiitischen Gottesstaat errichten. Ja, und die glauben jetzt nur an den Koran, oder was? Oder die lehnen manche Hadise ab, oder was? Die haben auch ihre Überlieferungen und sie haben auch ihre Texte, genau wie die Sunniten. Sie haben ihre Überlieferungen und die Sunniten haben ihre Überlieferungen. Beide. Ach so. Und sie beide haben, rufen sich dann auch auf den einen Koran. Ah, okay, okay, ja, ja. Und, ach so, letztes Mal, ich danke dir nochmal dafür, ne? Hier, was du ja letzt gesagt hast, ich soll in der Liebe bleiben und so, hat sich von alleine schon geklärt, weißt du das? Ja, super, wundervoll. Ja, weil ich sage immer wieder, Hunde, die bellen, die beißen nicht, weißt du? Und man sieht ja selber, die tun sich ja selber in den Mist selber reinreden, weißt du? Aber, was ich dazu sage, ey, letzt hast du was Gutes gemacht, ne, bei diesem Abo-Bizep. Hast den ja total auseinandergenommen, Junge. Wirklich. Du musst dich einmal losschreien, ne? Ja, ne, vor allen Dingen, du hast den so in die Ecke gebracht, dann ist der ja nachher, der wusste ja gar nicht mehr, was er sagen sollte, ne? Das ist gut so, mein Bruder. Ehrlich, mach weiter so. Ehrlich, das freut mich. Gott segne dich, Willa. Ich, ich, ja, Gott segne dich auch und meine Familie und bleib beim Herrn wie immer und vor allen Dingen, mach weiter so. Also, durch dich kommen sehr viele Muslime zum Glauben, glaub mir. Ja, ich merke das selber. Die, die schauen dir zu, auch mit der WhatsApp-Gruppe, wo du hast, ne? Die sagen, das gibt's doch gar nicht, wie verblendet ich war und so. Also nicht ich, sondern sie selber. Und ich sag, ja, ich versuche die ganze Zeit euch das zu sagen. Jetzt könnt ihr das mal von einem anderen sagen. Na, sondern das gibt's doch gar nicht. Das ist richtig klasse. Mach weiter so, mein Bruder. Alle Ehre dem Herrn. Alle Ehre dem Herrn, genau. Gott sei Dank, mein Bruder. Danke. Ja, der WhatsApp-Kanal dient ja auch zur Aufklärung, ne? Ihr könnt die ganzen Beweise nehmen, die ich euch da hochlade und dann könnt ihr es selber verwenden, andere Muslime zeigen, alles, ne? Ja. Entweder der Muslim ist ehrlich und sagt, das ist eine kleine normale Religion oder der sagt, ich glaube nicht daran. Nur diese zwei Extremen gibt es. Da müsst ihr einen der Moderatoren hier anschreiben für die Gruppe oder für den Kanal, besser gesagt. Einfach einen Moderator hier anschreiben und der gibt euch dann den Link. Das ist ein WhatsApp-Kanal, nicht Gruppe. Das ist ein Kanal, wo ich immer zwischendurch Sachen dann poste und dann weiterhin... Schon wieder schickt diese Adelante mir eine Anfrage. Das kann doch nicht wahr sein. Guck mal, wie viele Live-Sichtbarkeitseinschränkungen ich bekommen habe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf Stück. Elf Live-Sichtbarkeitseinschränkungen. Nein, Adelante nervt mich nicht. Bitte. Ich würde gerne diese WhatsApp-Kanal linken. Ja, musst du einen der ähm... Moderatoren anschreiben. Ja, hast du recht. Diese Adelante muss man hier blockieren. Adelante, mach's gut, ne? Möge der Herr sein Angesicht über dich schleuchten lassen und dir helfen. Mach's gut, Adelante. Boah, wie viele Teilungen fehlen denn? Ich hab alle nichts mehr. Hallo. Was ist das denn? Guck mal, Ex-Muslim, ne? Ich sag dir ganz ehrlich, du bist bester Mann. Dich muss man feiern. Dann sag ich dir ehrlich. Ich sag dir ganz ehrlich, du hast ABK groß gemacht. Ohne dich war ABK nichts. Siehst du, ABK habe ich groß gemacht, nicht er hat mich groß gemacht. Weil ohne deine Videos, er hätte keine Argumente gehabt, weißt du, ne? Ja, siehst du? Keine Argumente für seinen dicken Belly. Ja, und heute guckst du, hat der Fame sein Leben. Warum? Ja. Warum? Wegen dir, weil du hast ihn groß gemacht und machst ihn wieder klein. Ja, siehst du, ich muss gut... Wir machen hoch... Wie sag ich, arrogante Partei? Wir machen hoch und wir machen... Und wir machen runter. Sehr gut, mach's gut. Ja, wo ist er denn? Shalom Amir. Hallo mein Lieber, Gott segne dich. Gott ist Frieden, Gott ist Frieden an alle. Gott ist Frieden auch an dich. So, Bruder. Ja. Wir haben so... Also, zur Zeit... Merkst du, was eigentlich passiert, Bruder? Erstmal in Mannheim, dann nochmal, ja? Diese ganzen Angriffe, Bruder, sie tun sich schon vorbereiten, ja? Ja, natürlich. Wenn sie jetzt in der März sind, ja? Sie tun sich schon vorbereiten, das ist alles ein erster Anfang, ja? Ja, natürlich. Von wegen, von wegen, die ganzen, ja, liebvollen Muslime, ja? Wenn es sich hier, wenn hier die Mehrheit ist, ja, werden sie auch uns angreifen. Die erste Sache. Die zweite Sache ist, das kann es wahr sein, dass deutsche Rentner, ja? Sie rausgeschmissen werden aus ihren Häusern, weil es da Asylheine gebaut werden. Das kann nicht sein, da platzt mir die Hutschnur, wirklich. Das ist heftig, ne? Wir haben ihr ganzes Leben lang gespart für ein Haus, und da leben wir jetzt da drinnen, aber das muss dann jetzt weggenommen werden, weil eine Asylfamilie da jetzt besser unterkommen kann. Das ist der Wahnsinn. Ich rede mit einem deutschen Obdachlosen. Er sitzt auf der Straße, man, er hat keine, er hat kein richtiges Voraus. Alles, was er, er hat, muss er sich selber mit Pfannflaschen sammeln, ähm, erarbeiten. Verstehst du, was ich meine? Und sie bekommen alles. Sie bekommen erstens, sie bekommen die ganzen, ihr, 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 ihre Häuser bezahlt. Sie bekommen von Arbeitsamtgeld. Sie bekommen das, sie bekommen das, sie bekommen das. Und was hast du mit den Deutschen? Was, mit der Deutsche? Ja, es ist die Vergangenheit wegen 45. Verstehst du, was ich meine? Ja, die Deutschen sind so böse und da kommen die ganzen Antifa und die Linken und die Grünen. Ja, Bruder. Das ist Wahnsinn, was hier abläuft. Das ist nicht mehr normal. Und wer Deutschland hasst, ja, wer Deutschland nicht mag, raus hier, raus, ja. Es ist der Wahnsinn, Bruder. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass Omas und Opas auf der Straße sitzen müssen. Es kann nicht sein, dass ihre Gelder weggezogen werden, dass sie weniger Renten bekommen. Was sie lange, Jahre lang erarbeitet haben. In diesem eigenen Land. Das kann nicht sein. Ja, da hast du recht. Das ist heftig. Ja, das sind diese Anfänge, wie gesagt. Das sind die Vorwehen, damit das zu Tumulten kommt, weil die Leute sich das irgendwann mal nicht mehr bieten lassen und dann dementsprechend dann das Ganze losgeht. Irgendwann mal ist ja auch das Maß des Wahnsinns erreicht. Jeder hat irgendwo seine Grenze und seine Toleranzschwelle. Und wenn die irgendwann mal überschritten ist, dann… Guck mal, jetzt kommen Sie, Gehörenzeit. Guck mal, der Islam, Bruder, der ist einfach… Es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Sie können nicht diese Kultur schätzen. Sie können nicht Christen respektieren. Sie können nur beleidigen. Sie können nur drohen. Sie können nur hassen. Mehr können sie nicht. Bruder, das ist Fakt. Es ist Fakt. Guck mal auf die Straße. Du siehst es. Du siehst es. Man muss… Ein Blinder erkennt das mit seinem bloßen Auge. Ja. Ja. Wahnsinn. Ey, ich wirklich… Da regt man sich nur auf so, ja. Natürlich, man soll ja nicht im Fleisch sich aufbringen, aber da regt man sich wirklich auf. Wahnsinn, wirklich. Das deutsche Volk, ja. Und Bruder, weckt das deutsche Volk, ich sag dir eins, weckt das deutsche Volk auf, dann wird es richtig schlimm für die, die sich meinen, die Deutschen können nichts. Ja. 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 Es ist traurig, aber das alles muss geschehen. Du weißt ja, die Welt geht jetzt… Natürlich. Natürlich. Das steht ja in der Bibel. Alles muss geschehen. Ja. Und… Ja. Und wir, wir Christen, wir segnen sogar diese Leute, wir segnen sogar. Wir haben sogar… Wir lachen, wir haben ein Lächeln. Und das kommt von dem Herrn Jesus Christus, ja. Wir haben… Wir haben diese Heilsgewissheit und wir haben dieses Vertrauen an unseren Herrn Jesus Christus, ja. Und die… Satan und seine Dämonen, die tanzen hier und toben herum im Chat rum, ja. Toben draußen herum, weil sie wissen, Satan und seine Dämonen haben keine Zeit mehr, weil ihre Zeit abläuft, Bruder. Das ist… Das ist Fakt, ja. Und der Herr Jesus wird bald kommen. Und… Ja. Und der Herr Jesus sehr, sehr bald kommen. Maranatha, ich sage nur Maranatha, Bruder, dass das alles aufhört, verstehst du? Und bei ihm… Heftig. Bei ihm werden wir… Ich gucke gerade, ich gucke gerade, wenn ich so nach rechts zwipe, dann steht da, dass 23.800 Leute den Stream gesehen haben, ne? Wahnsinn. Krass. Heftig. Unglaublich. Es ist gut, was du machst. Es ist gut, dass du aufklärst. Es zeigst du wirklich den Leuten. Und Leute haben viele auch den Islam schon verlassen. Das ist sehr, sehr gut, ja. Sie müssen zu dem wahren Weg zum Herrn Jesus. Und da gibt es nur Frieden, Leute. Beim Herrn Jesus Christus gibt es nur Frieden. Amen. Es gibt in keiner anderen, in Religionen oder sonst irgendwas. Beim Islam gibt es keinen Frieden. Nur beim Herrn Jesus gibt es Frieden. Ja. Wenn ihr das nicht annehmen wollt, hier auf der Erde, dann werdet ihr es im Grab selber merken, dass es eure Fehlentscheidung war, nicht den Herrn Jesus Christus anzunehmen. Das kann ich wirklich nur mitgeben. Okay, Philip. Gott segne dich und deine Familie, ja? Gottes Frieden. Gottes Frieden. Gottes Frieden. Mach's gut, ja. Ciao, ciao. Ex-Muslim. Bitte. Ja, Salami. Was machst du? Alles gut? Ja, Salami mach ich, genau. Und bei dir? So, schiebst du dir den Arsch, Salami, so was? Ja, das machst du ja den ganzen Tag. Gott segne dich schon deine Familie, mein Lieber. Nein. Ekelhafte Typ. Ja, was soll ich denn zu sowas noch sagen eigentlich? Was willst du zu solchen Leuten noch sagen eigentlich? Was? Stell mir keine Anfrage. Lass dich nicht ärgern. Ach nein. Okay, der Boss will blockiert werden. Der hört nicht auf. Blockieren. Boss geht weg. Keine Angst vor dir auf keinen Fall. Amir, kennst du diesen Tag 4 hier auf TikTok? Ja, das ist ein guter Typ. Der muss auf jeden Tag viel machen. So wie es im Islam sein sollte. Wenn ich Muslime wäre, würde ich auch auf jeden Tag viel machen, ey. Ahhhh. Ahhhh. Salami Leck. Langsam, aber sicher kriege ich auch Hunger, ihr Lieben. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal ein bisschen was essen, dann komme ich gleich nochmal live. Wenn ich das noch so geistlich überhaupt aushalte, hier auf TikTok. Das ist so krank. Das ist einfach so krank. So Leute, ich wünsche euch alles Gute. Was heißt ich wünsche euch? Ich wünsche euch nur, dass ihr im Buch des Lebens verzeichnet seid. Und wünsche mir auch von Herzen, dass euer Name niemals ausgelöscht wird im Buch des Lebens. Und dass ihr auf dem Weg zum ewigen Leben seid. Möge der Herr euch segnen, behütten und beschützen. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Danke an alle, die die ganze Zeit supporten. Und möge der Herr euch das 10-Millionen-fache zurückgeben. Danke, Cousine. Und haltet immer am Herrn Jesus Christus fest. Ob ich da bin, weg bin. Macht die Arbeit weiter. Und lasst niemals zu, dass irgendjemand euch bedroht oder beziehungsweise euch Angst macht. Und euch in Angst und Schrecken versetzt, ihr Lieben. Das ist nämlich die Taktik des Teufels und der will das natürlich. Und lasst euch nicht von diesen ganzen Kamelurien-Fetischisten bedrängen. Sondern überwindet das Böse mit Gutem. Möge der Herr jeden Einzelnen segnen, der mich beleidigt hat und euch die Augen öffnen. Amen. Entweder dann bis später oder dann bis morgen oder so. Ja, so Gott will. Gottes Segen. Ciao. Gott segne dich. Genau dich. Mach's gut. Ciao. zum nächsten Mal.